Pokémon Mystery Dungeon Valros Edition Returns Reborn Hopes Kapitel 1 Eine neue Geschichte in der Apokalypse 287 So viele Tage sind inzwischen seit dem Tag X vergangen. Der Tag X war derjenige Tag, an dem unser Versuch Günther zurückzuholen gescheitert war. Tag X war der Tag, an dem die dunkle Macht die Kontrolle über Lord Ecker an sich riss. Niemand ist mehr gegen die Macht dieses Wesen gewappnet. Hätten wir es nicht geschafft, das reine Element rechtzeitig zu zerstören, dann wäre diese Welt bereits am Ende. Wir, das sind die Reste unseres einst glorreichen Teams. Hydropi, der letzte Wächter der Höhle der Regenbogenkristalle. Necrozma, der Herrscher des Zwielichts. Latias, eine Meisterin der psychischen Kräfte und das erste Opfer der dunklen Macht. Bisasam, Necrozmas ehemaliger Geheimagent und mein bester Freund. Und ich, Floink. Ich bin eigentlich nur ein gewöhnliches Pokémon mit einer unbedeutenden Nebenrolle in diesem Team. In den Zeiten, in der diese Welt noch lebte und keine Apokalypse herrschte, hatte unser Team noch zwei weitere Mitglieder. Lord Ecke und Günther Günther kam eines Tages aus einer anderen Welt zu uns, mit der Aufgabe, dem Auserwählten in einer Schlacht gegen die dunkle Macht zur Seite zu stehen. Lord Ecke war eben dieser Auserwählte. Wir glaubten damals bereits, dass wir gewonnen hatten. Und die dunkle Macht für immer aus unserer Welt verbannt sei, als Günther sich opferte und sie mitnahm. Und nun sind wir hier, in einem kleinen, geheimen Bunker, versteckt in einem namenlosen Wald. Außerhalb herrscht die Apokalypse und das Land ist zerstört. Am Himmel schweben schwarze Wolken, die rot glühen. Die meisten Pokémon, die gegen diese Macht rebellierten, walten schon lange nicht mehr unter den Lebenden. Um genau zu sein, es lebten noch etwa 834 Pokémon, die der dunkle Macht Tribut zollen und fünf Rebellen. Diese fünf sind wir. Doch heute, an dem Tag, an dem ich dies schreibe, ist endlich die Hoffnung in unsere Herzen zurückgekehrt. Necrozma hat die nähere Gegend innerhalb des Waldes nach Spuren von Feinden durchsucht und dabei etwas gefunden. Es sieht aus wie ein Splitter. Doch dieser Splitter leuchtet in Grün. Nach einigen Stunden in der Analyse war Necrozma fertig und konnte uns sagen, worum es sich handelte. Dieser Splitter war ein Teil einer Seele. Ein Teil von Günthers Seele. Necrozma sagte, durch den Einfluss, den Günther zu Lebzeiten in dieser Welt verbreitet hatte und durch die Hoffnung an eine Rettung, müssen sie in sämtlichen Teilen des Landes aufgetaucht sein. Das farbige Licht stünde für die Eigenschaft einer Seele. Im Fall einer grünen Seele wäre dies die Eigenschaft Geduld. Mit diesen Erkenntnissen waren wir einig und entschlossen, uns nicht länger zu verstecken. Wir brachen auf. Wir würden die Teile von Günthers Seele finden und wieder zusammenführen. Günther wird zurückkehren und mit ihm die Hoffnung für unser Land. Mit ihm haben wir eine Chance gegen den dunklen Gott. Insgesamt müssen wir laut Necrozmas Angaben sieben Teile von Günthers Seele finden, alle mit unterschiedlichen Eigenschaften. Die untergeordneten Teile sind das Lilane, das Grüne und das Gelbe, für Ausdauer, Geduld und Gerechtigkeit. Sie gelten noch als im Vergleich zu den anderen unwichtig. Deutlich wichtiger hingegen sind bereits das dunkelblaue, das rosane und das orangene Teil, welche für Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft und Mut stehen. Und dann fehlt noch das siebte Teil, das wichtigste von allen, ohne dass keine Seele, die Günthers auch nur annähernd ähnelt, existieren könnte. Auch wenn es sich vielleicht nicht so anhört, benötigen wir jedoch auf alle Fälle jedes einzelne Teil der Seele. Sonst könnten wir Günther mit etwas Glück zwar zurückholen, doch er hätte nicht einen Bruchteil seiner Macht. Und eine oder mehrere der Eigenschaften, die wir von ihm kennen und mögen, wären einfach verschwunden. Leider ist es nicht möglich, irgendwie zu berechnen, wo sich diese Splitter befinden. Deswegen mussten wir leider raten. Eines von ihnen würde sich mit Sicherheit in Silberdorf befinden. Doch dort wären wir dem Untergang geweiht. Silberdorf ist nämlich der Ort, den sich die dunkle Macht als Hauptsitz ihrer Weltherrschaft ausgesucht hat. Deshalb mussten wir einfach hoffen, dass sich dort kein Splitter befinden würde. Stattdessen peilten wir als erstes Ziel einen anderen Ort aus Günthers Vergangenheit an. Schatzstadt. Mit dem ersten Seelensplitter im Gepäck machten wir uns im Verborgenen endlich wieder auf die Reise. Wir wussten, außer Zoroak müssten wir keine der Pokémon fürchten. Sie zollten der dunklen Macht zwar Tribut, um vorerst am Leben zu bleiben. Doch sie alle standen auch auf unserer Seite und hofften auf Rettung. Als wir die ersten Stunden wanderten, wirkte alles so ungewohnt. All die Bäume des Waldes sahen schrecklich aus. Das Gras war verwelkt. All die schönen Gegenden und Landschaften, die diese Region einst zu dem gemacht hatten, was sie war, waren nicht wiederzuerkennen. Überall gab es nur eine Sache. Zerstörung. Mit jedem Ort, den ich ertragen musste, wuchs mein Hass auf dieses Wesen mehr und mehr. So viele Pokémon waren bereits von uns gegangen. Selbst wenn wir es irgendwie schaffen sollten, diese Welt vor dem Abgrund zu bewahren. Viele Dinge, die bereits geschehen waren, konnten nie wieder gut gemacht werden. Und ich schwor mir während dieser Reise, dass die dunkle Macht ihre gerechte Strafe erhalten würde. Wir redeten alle beinahe gar nicht während unseres Weges. Alle waren bedrückt und die Atmosphäre war einfach schrecklich. In den vergangenen Monaten hatten sich all meine Freunde sehr zum Negativen geändert. Sie alle schienen langsam in den Weiten der Zerstörung verloren zu gehen. Wir redeten kaum ein Wort miteinander und ich habe schon lange aufgehört, die Tage zu zählen, seitdem jemand von uns das letzte Mal lächeln konnte. Das zählt auch für dieser Samen. Er war schon etliche Jahre lang mein bester Freund und in fast all meinen früheren Erinnerungen mit ihm war er immer fröhlich und energiegeladen. Doch so eine Welt sieht selbst aus den motiviertesten Pokémon, so wie ihm, allmählich die Lebensenergie. Nach einer weiteren halben Stunde entschied ich mich, dass es so nicht weitergehen könnte. Selbst wenn dies unser letztes Abenteuer sein würde. Zumindest mussten wir uns anstrengen und sollten es noch einmal als Team erleben. Leute, ich weiß, dass ihr alle schon langsam die Hoffnung verliert, aber bitte. Es ist egal, wie dieses Abenteuer ausgeht. Wir haben viel zusammen durchgemacht. Wir haben schon so viel erlebt. Wir sind ein Team. Bitte lasst uns dieses Abenteuer auch als eins erleben. Wir müssen versuchen, daraus zu machen, was wir können. Also, wer ist dabei? Wenn es schon vielleicht das letzte Mal ist, dann lassen wir jetzt noch einmal richtig die Sau raus. Einverstanden? Die anderen sahen mich alle schweigend an. Auf einmal begann Bisasam zu kichern. Es war das erste Mal seit etwa einem halben Jahr, dass irgendwer es tat. Es fühlte sich toll an, einfach wieder Freude hören zu können. Äh, sag mal Floyd, war das gerade eine Anspielung auf dein Aussehen? Jetzt war ich es, der Bisasam stumm anstarrte. Äh, Bisasam, ich habe euch gerade eine epische Ansprache darüber gehalten, dass wir in dieser schweren Zeit versuchen sollten, motiviert zu bleiben und unsere Hoffnung zurückgewinnen und das erste, was du daraus siehst, ist eine Anspielung auf mein Aussehen. Genauso gefällt mir das. Das war es, was ich meinte. Auf einmal fingen wir alle an zu lachen und konnten minutenlang nicht mehr aufhören. Ich merkte, wie gut es allen tat. Und dann machten wir uns deutlich motivierter auf den Weg. Als Team. Und wir wussten, wir könnten es irgendwie schaffen. Schatzstadt war einst ein stolzer Ort. Eine belebte Stadt mit vielen Bewohnern. Die Stadt, die die Knudluftgilde beinhaltete. Doch, dies ist alles Vergangenheit. Äh, alles, was von alledem erhalten war, waren die brennenden Grundmauern einiger Stände auf dem Marktplatz. Der Rest war vollkommen vom Erdboden verschwunden. Leben gab es hier nicht mehr. Es war dasselbe Szenario und fast überall sonst. Doch hier wirkte es noch schlimmer auf mich. Schatzstadt war seit meiner Ankunft in diesem Land und die Hauptstadt der Region. Es war ein Rückzugsort. Eine sichere Basis. Doch selbst dieses Zeichen der Hoffnung hatten wir verloren. Dank der dunklen Macht. Es war alles sehr bedrückend und ich wollte einfach weg von hier. Können wir uns bitte beeilen? Dieser Ort ist grausam. Du hast selber gesagt, wir sollen dieses Abenteuer genießen, so gut es geht, Flonk. Du musst versuchen, es irgendwie positiv zu sehen. Denn andere Orte werden wir vermutlich auf unserer Reise nicht auffinden. Ich wusste, dass Bisasam recht hatte und dieses Gewissen schmerzte mich. Ich war am Verzweifeln. Ich hatte ihnen allen klargemacht, dass wir irgendwie die Hoffnung behalten müssen. Und schon jetzt fragte ich mich, weshalb überhaupt. Selbst wenn wir es schaffen würden, was schon mehr als unwahrscheinlich war, was würde es nützen? Diese Welt war so im Abgrund. Würde sie sich überhaupt wieder erholen können? Flonk, ich weiß, dass du Zweifel ziehst. Vermutlich verlierst du langsam die Hoffnung. So wie wir alle aber. Bitte, du musst dich jetzt aufraffen. Wenn wir nicht für uns kämpfen, dann kämpfen wir eben für die Überlebenden. Du bist mein bester Freund. Ich weiß, dass du stark genug dafür bist. Denk mal an Günthers letzte Worte. Nach dem Kampf gegen die dunkle Macht. Solange du hoffst, mir das Hoffnung geben. Dieser Satz galt nicht nur, Lord Eckel. Er galt uns allen. Und ich wette, auch wenn er sich nicht wehren kann. Lord Eckel ist irgendwo in diesem Wesen. Und er glaubt auch daran, dass wir es schaffen können. Und er hofft. Genau wie wir alle. Also ist jetzt keine Zeit für Verzweiflung. Es ist Zeit für Taten. Er sah mich selbstbewusst, aber verständnisvoll an. Keiner erwartet von dir, dass du keine Schwäche zeigst. Bleib einfach, wie du bist. Es war mit zwar etwas peinlich, dass dieser Samen mir das nun erzählen musste. Obwohl ich gerade eigentlich das erst erklärt hatte. Aber trotzdem tat es gut, es selber noch einmal hören zu können. Wir waren uns aber trotz allem einig, dass wir die Untersuchung von Schatzstadt schnell hinter uns bringen wollten. Da, wie bereits erwähnt, nicht mehr viel der Stadt existierte, war unsere Hauptanlaufstelle die Toheido-Klippe. Der Ort, an dem wir während der Jagd nach den Elementkristallen gelagert hatten. Jedoch befand sich dort nichts. Dies mussten wir bereits nach kurzem Umschau feststellen. Doch als wir uns entschieden, Schatzstadt zu verlassen, nahm unsere Reise eine frühe Wendung. Im Eingang der Toheido-Klippe wartete ein alter Bekannter auf uns. Lord Eckel, derzeit besser bekannt als dunkler Gott. Denkt ihr, ich merke es nicht, wenn ihr euch aus dem Schatten traut. Ihr seid die Letzten, die sich mir noch widersetzen. Das ist eine Rebellion gegen Gott. Und du verschwindest jetzt von hier. Hey, es ist unser Ding, was wir hier machen. Dich können wir ja sowieso nicht schören. Necrozma versuchte klugerweise, in dieser Situation die dunkle Macht herumzureden. Und ihr klarzumachen, dass sie von uns nichts zu befürchten hatte. Doch der Schuss ging weit nach hinten los. Und dass ihr Versager seid, weiß ich bereits. Aber trotzdem widersetzt ihr euch und seid mitschuldig daran, dass mein Aufstieg so lange gedauert hat. Und dafür müsst ihr euren Gott ein Opfer darbringen. Dieses Wesen löste sich in Luft auf und die Toheido-Klippe begann zu beben. Steine blockierten unseren Ausweg. Im nächsten Moment brach alles zusammen. Und wir stürzten in die Tiefe, mitten auf die spitzen Steine am Fuß der Klippe zu. Die kommenden vier Kapitel hat allesamt nicht fläumt geschrieben. Sie wurden in der Reihenfolge, die ich jetzt sage, von Necrozma Latias Thydropi Danbisazam verfasst. Kapitel 2 Necrozmas Unfall Im nächsten Moment fand ich mich in einer seltsamen Höhle wieder. Ich lag auf weichem Moos und durch die Decke fiel ein Sonnenstrahl. Ich war am Leben. Ich war nicht am Fuß der Toheido-Klippe zerschellt. Aber was mit den anderen geschehen war, wusste ich nicht. Ich analysierte meinen Umkreis nach Auren und spürte tatsächlich verschiedenste Auren, die auf das Profil meiner Freunde passen würden. Sie waren vermutlich auch am Leben. Mit diesem ersten positiven Gedanken sah ich mich zum ersten Mal genauer in der Höhle um. Es gab hier eigentlich nicht viel. Der Sonnenstrahl fiel auf einen Teich, der so winzig war, dass man auch ihn für eine Zütze halten könnte. Vor mir erstreckte sich ein langer, unbeleuchteter Gang. Ich wusste nicht, was ich sonst hätte tun sollen, deshalb entschied ich mich, ihm zu folgen. Der Gang ging ewig geradeaus. Ich lief und lief und lief. Es kam mir vor, als wäre bereits Stunden unterwegs. Ich dachte, es wäre unmöglich, dass niemand so eine lange Höhle je gefunden hätte. Sie musste sich kilometerweit erstrecken. Nach noch einiger weiteren Zeit bildete sich endlich etwas aus dem Dunkel um mich herum. Es wurde heller und heller. Meine Augen mussten sich erst wieder daran gewöhnen, Licht zu sehen. Als ich endlich wieder alles sah, stand ich in meiner alten Basis. Der Ort, an dem ich mich damals in Ultranik-Schosma verwandelt hatte und an dem ich einen Großteil meines Lebens verbracht hatte. Ich war verwirrt. Diese Basis wurde eigentlich am Ende unseres ersten Abenteuers zusammen mit vermeintlich der dunklen Macht zerstört. Vor mir stand eine Maschine. Sie war nicht fertig gebaut. Ihr fehlte noch vieles, aber ich erkannte sie genau. Mein Sonnenlichtkonzentrator. Vor vielen, vielen Jahren verbrachte ich Wochen, gar Monate mit Forschen. Es war die Zeit, in der ich Latias kennengelernt hatte. Ich hatte sie eines Tages einfach einsam und verwirrt im Seelenwald gefunden. Sie schien von irgendetwas bedrückt, rastlos und gehetzt. Ich bot ihr meine Hilfe an und gewährte ihr fürs erste Unterschlupf. Als ich jedoch am nächsten Tag wieder in einer Maschine baute und dachte, sie schliefe noch, kam sie in den Raum und sah sich meine Pläne an, während ich arbeite. Auf einmal zeigte sie auf eine Stelle meines Konstruktionsplans und murmelte etwas vor sich hin. Also, wenn man diesen Dunkelkatamulator mit diesem Solarreflexionsmotor austauscht und dann die Synthetisierung dieses Bernstein-Imitrats um vier verändert, dann müsste die Energieeffizienz um etwa 49,27% verbessert werden. Ich war zunächst sehr überrascht. Latias hatte bis zu diesem Zeitpunkt kaum ein Wort zu mir gesagt. Ich wollte ihre Aussage erst als merkwürdiges Gelaber abzuhnen, doch als ich später aus Interesse trotzdem einmal nachsah, bemerkte ich, dass alles, was sie gesagt hatte, zu 100% stimmte. Das war der Wendepunkt, an dem sich ergab, dass Latias nicht wiederging, sondern mir als Assistentin und später Partnerin bei meinen Forschungen zur Seite stand. Nachdem dies geschehen war, arbeiteten wir für lange Zeit zusammen. Die Zeit, in der ich den Sonnenlichtkonzentrator erfand, war hierbei die schwierigste Zeit, vielleicht eine der schwierigsten in meinem Leben, die wir neben den derzeitigen Geschehnissen je zusammen durchgemacht haben. Nachdem ich die Pläne für die Maschine fertiggestellt hatte, konnte ich an nichts anderes mehr denken. Sie sollte mein Meisterwerk werden, ein Durchbruch für die Wissenschaft. Ich war so aufgeregt, dass ich nicht schlafen konnte. Deshalb arbeitete ich rund um die Uhr Tag und Nacht, nur an meinem Sonnenlichtkonzentrator. Meine Konzentrationsfähigkeit war entsprechend gering, doch das war mir vollständig egal. Ich musste diese Maschine einfach fertigstellen. Latias versuchte immer wieder, mich dazu zu bringen, eine Pause zu machen. Sie warnte mich und machte sich Sorgen. Sie wusste besser, als ich, wie gefährlich diese Maschine werden konnte, wenn beim Bau ein Fehler gemacht werden würde. Obwohl ich ihre Warnungen eiskalt an mir abblitzen ließ, hörte sie nicht auf. Heute weiß ich natürlich, dass sie recht hatte. Doch damals hatte die Idee dieses Konzentrators förmlich den Besitz von mir ergriffen. Im nächsten Moment tat sich etwas dort, wo ich gerade war, in der Gegenwart, in meiner Basis, die eigentlich längst zerstört sein müsste. Ich konnte mich selber vor mir sehen. Ich baute eben am Sonnenlichtkonzentrator, den ich ja bereits erblickt hatte. Als ich mir noch einmal ansah, wie weit der Konzentrator gebaut war, wusste ich, dass ich gleich ein Ereignis aus meiner Vergangenheit vor mir abspielen würde. Der Necrozma, den ich arbeiten sah, sah einfach schrecklich aus. Er schien, als würde er jeden Moment im Stehen umfallen können. Latias betrat gerade hinter ihm den Raum. Necrozma verdrehte bereits die Augen. Necrozma, wie lange willst du dir das noch antun? Du musst doch selber merken, dass du gleich umkippst. Meinem früheren Ich war es egal. Was es merkte und was nicht. Alles, was zählte, war die Maschine. Hast du nichts Besseres zu tun, als mich rund um die Uhr zu nerven? Ich werde nicht aufhören, bis ich meine Maschine fertig gebaut habe und das weißt du auch. Wenn du es nicht einsehen willst, steht es dir immer frei zu gehen. Er drehte sich weg und zog die nächste Schraube fest. Genau wie ich mich erinnert hatte, ließ Latias dieses Mal jedoch es nicht einfach auf sich beruhen, anders als die meisten Male zuvor. Nein, ich habe nichts Besseres zu tun, Necrozma. Und ich werde auch nicht aufhören. Hör endlich auf zu arbeiten. Es ist doch nicht schlimm, wenn deine Maschine erst einen Tag später fertig wird, auch wenn ich ihren Sinn immer noch nicht verstehe. Der Grund, weshalb sie den Sinn der Maschine nicht verstand, war einleuchtend. Die Maschine hatte eigentlich gar keinen Sinn. Ich hatte mir dabei selber eingeredet, sie wäre wichtig für alle Pokémon. Dabei konnte sie eigentlich nichts außer Licht aufnehmen, nur um es innerhalb der nächsten 30 Minuten wieder abzugeben. Mein früheres Ich war jedoch dumm und naiv und erkannte dies nicht. Stattdessen griff ich ihn nach dem Schraubenzieher neben mir und warf ihn in Latias Richtung. Aufgrund meines Schlafmangels flog dieser aber nicht ansatzweise in die Richtung, in die er sollte, sondern ganz woanders hin. Und zwar auf ein Reagenzglas, das mit dem sogenannten Candium Brolyt gefüllt war. Candium Brolyt ist ein Element, das nur in der Welt der Pokémon existiert. Es ist ein Gas, und zwar eines der gefährlichsten Gase überhaupt. Neben der Tatsache, dass es hochgiftig ist, muss man auch bedenken, dass es sich bereits bei Zimmertemperatur in falscher Verwahrung selbst entzünden kann. Hierbei reagiert es mit sämtlichen anderen Chemikalien der Pokémon-Welt und es entsteht eine Explosion. Somit war es nicht schwer zu ahnen, was geschehen würde. In dem Moment, in dem der Schraubenschlüssel das Reagenzglas berührte, fing der gesamte Tisch Feuer. Die anderen Chemikalien, die dort auch lagerten, da ich sie für den Sonnenlicht-Kollektor benötigte, explodierten sofort und die Decke begann einzustürzen. Somit wurde immerhin das Allerschlimmste verhindert, da das Candium Brolyt sofort nach oben entschwand und somit sein Gift nicht nutzen konnte. Mir war überraschenderweise überhaupt nichts passiert. Ich kämpfte mich aus den Trümmern hervor und hörte ein seltsames Husten. Es ging von einem meiner vorherigen Experimente aus. Mit Hilfe von DNA hatte ich versucht, einen Pokémon zu klonen, ein Zoroak. Dieses Experiment war für meine damaligen Verhältnisse sogar überraschenderweise erfolgreich gewesen. Es wurde ein neues Zoroak erschaffen. Es war jedoch noch nicht normal überlebensfähig. Deswegen war es noch in meiner Basis gewesen und nun hatte es etwas von der Gasmischung eingeatmet. Ich ging sofort dorthin, um zu helfen, doch schon nach wenigen Sekunden vollzog sich etwas. Das Zoroak reagierte auf dieses Gas und es veränderte sich. Es sah seltsam aus, wie eine Art Mutant. Es machte seltsame Geräusche, war riesig und kam langsam auf mich zu. Ich merkte, dass es anscheinend versuchte zu reden. Du, mein Körper, deine Schuld. Ich war wie erstarrt und konnte mich vor Angst nicht bewegen. Doch im letzten Moment ertönte im Gebüsch ein seltsames Rascheln. Das Wesen schreckte auf und rannte davon. Wovon dieses Rascheln ausging, weiß ich bis heute nicht. So stand ich also da, geschockt, alleine, inmitten der Trümmer meines eigenen Zuhause. Nach ein paar Sekunden kam ich aber wieder zu mir. Ich ging sofort zu Laatia Sinhalvi. Sie hatte auch keine schweren Schäden davongetragen, was wirklich ein Wunder war. Heute bin ich mir sicher, dass dieser Tag Schicksal war. Er hat mich klüger gemacht und mir bedacht gelehrt. Je mehr ich darüber nachdenke, desto eher habe ich das Gefühl, dieser Tag hat mich zu dem Nikrosma gemacht, der ich heute bin. Neben einem anderen Tag. Anfangs hatte ich noch große Angst davor, dieser Mutant würde zurückkehren und sich an mir rächen wollen. Doch ich habe nie wieder etwas von ihm gehört. Wahrscheinlich war sein Körper einfach nicht geeignet, um lange zu leben. Und er hatte es nicht durchgehalten. Die Vision, welche ich die ganze Zeit gesehen hatte, endete nun. Nun befand ich mich nicht mehr in meiner Basis, sondern inmitten eines neuen, runden Raumes in der Höhle. Als ich zurückblickte, befand sich der erste Raum, in dem ich erwacht war, nur wenige Meter hinter mir. Ich wusste nicht, was das Ganze nun bedeutete, aber ich wusste, dass ich nun voranschreiten müsste. Bereits im nächsten Raum versperrte ein riesiges Hindernis meinen Weg. Ein Felsen. Er stand genau vor dem Durchgang, zu einem Ort, von dem Lichtstrahlen ausging. Einem Ausgang. Doch ich musste diesen Felsen beiseite schaffen, um ihn zu erreichen. Der Raum war ebenso aufgebaut wie der erste in dieser Höhle. Dieselbe Pfütze, derselbe Lichtstrahl, dasselbe Moos. Ich setzte mich auf das Moos und dachte nach. Es musste einen Grund gehabt haben, dass ich diese Vision gesehen hatte. Was hatte der damalige Tag mit meinem Rätsel zu tun? Als ich schärfer nachdachte, kam mir der Bauplan des Sonnenlichtkollektors in den Sinn. Und im selben Moment erkannte ich, wie dumm diese Erfindung wirklich gewesen war. Ich konnte die Fähigkeiten dieser Maschine aufgrund meines Körperbaus selber nutzen. Ich konnte Licht reflektieren und zwischen meinen Händen gefangen halten. Und sobald ich es wollte, konnte ich es dort herausschießen lassen. Ich stellte mich genau in den Lichtstrahl, der von der Decke kam. Ich konzentrierte mich und tatsächlich. Ich kontrollierte die Lichtstrahlen. Ich zielte auf den Felsen und ließ die gesamte Kraft des Lichts auf einmal los. Er zerbarst. Mein Weg war nun frei. Ich verließ die Grotte und sah mich um. Ich erkannte den Wald, in dem ich stand. Alles war so wie immer im Seelenwald. Die hohen Bäume. Der Himmel war so wie in der Apokalypse immer rot mit seinen Wolken. Nur eine Sache war anders, als ich in Erinnerung hatte. Das riesige mutierte Pokémon. Das aussah wie ein Zorok, das nun direkt vor mir stand. Kapitel 3 Latios Als ich erwachte, befand ich mich im Mitten einer Höhle. Nur ein fahler Lichtschein drang in den Raum. Ich erkannte nicht viel, aber ich merkte, dass ich alleine war. Weder Necrozma, Hydro, Pibisazam noch Florink waren hier. Ich wusste nicht einmal, wie ich selbst überlebt hatte, doch ich hatte die Hoffnung, dass sie auch noch lebten. Zunächst war es jedoch erst einmal das Wichtigste, einen Weg aus dieser Höhle herauszufinden. Wenn ich draußen war, könnte ich nach Schatzstadt fliegen und nachsehen, ob ich Lebenszeichen von ihnen finden würde. Es sah nicht so aus, als wäre die Höhle, in der ich mich befand, sehr groß. Es gab nur einen Weg, der aus dem Raum führte, in dem ich mich derzeit befand. Da ich keine andere Möglichkeit sah, folgte ich ihm. Ich lief eine halbe Ewigkeit durch das Dunkle und Ungewisse. Ich wusste nicht, wie weit ich bisher überhaupt gelaufen war und ein Ende war nicht in Sicht. Ich machte mir Sorgen, in ein dunkles Labyrinth geraten zu sein, aus dem ich nicht mehr herausfinden würde. Doch da ich nie gegen eine Wand schwebte oder sonstiges, behielt ich meinen Kurs bei. Nach langer Zeit hatte ich das Gefühl, es würde sich endlich etwas tun. Um mich herum wurde es heller und heller und blendete mich schon beinahe. Als ich mich an die Helligkeit gewöhnt hatte, sah ich einen besonderen Ort vor mir. Ein Ort, den ich seit Ewigkeiten zu vergessen versuche, doch von dem ich weiß, dass ich ihn nie vergessen werde. Ich machte mir Sorgen, mich hätte meine Kraft verlassen und ich halluziniere nun. Vor mir spielte sich etwas ab. Dieser Ort, den ich sah, war ein sogenanntes mysteriöses Nest. Nur die wenigsten Pokémon haben je eines gesehen. Mysteriöse Nester sind die Orte, an denen legendäre Pokémon aus ihren Eiern schlüpfen. Da legendäre Pokémon keine Eltern haben, wird alle 100 Jahre eines aus der rätselhaften Kraft der Nester geboren. Das Nester, das ich hier sah, zeigte die letzte Geburt eines legendären Pokémon. Sie war gerade mal 37 Jahre her und war etwas, noch nie da gewesenes. Damals wurden zwei legendäre Pokémon auf einmal geboren. Sie waren die ersten und einzigen beiden Geschwister unter den legendären Pokémon, ich und mein Bruder Latios. Ich sah nach und nach verschiedenste Momente, die ich mit ihm erlebt hatte. Wir waren anders als die meisten anderen Geschwister. Wir verstanden uns perfekt und stritten eigentlich nie. Als wir alt genug dafür waren, gründeten wir sogar ein Retter-Team. Zu diesem Zeitpunkt wurden wir in unserer Region wirklich so etwas wie berühmt halten. Diese Region liegt nördlich des Sumpflandes. Ich floh von dort aber. Bevor ich dazu komme, erzähle ich lieber noch etwas mehr. Wir waren als legendäre Pokémon bereits von Geburt auf starke Kämpfer. Somit war es nur eine Frage der Zeit, bis wir als Retter-Team erfolgreich werden würden. Wir halfen hunderten von Pokémon. Egal wie schwer eine Mission war, wir konnten sie bewältigen. Es schlossen sich mehr und mehr Pokémon in unserem Team an. Es war die beste Zeit meines Lebens. Es war alles so perfekt. So wie ich es wollte. Nicht ein einziger Auftrag, den wir annahmen, blieb unerfüllt. Wir kletterten Sprosse für Sprosse auf der Ruhmesleiter nach oben. Schon bald wollten sogar Pokémon aus fremden Regionen in unserem Team mitmachen. Wir hatten immer für jeden etwas zu tun, da unsere steigende Bekanntheit uns natürlich auch mehr und mehr Aufträge einbrachte. Wir entschieden uns, Unterkünfte für diejenigen zu bauen, die aus anderen Ländern kamen. Wir hatten es inzwischen soweit geschafft, dass der OVR, der offizielle Verband aller Retter-Teams, uns angeboten hatte, unser riesiges Team zu einer gesamten Gilde aufzustufen. Es war nur noch ein paar Wochen nötig, um alle Formalitäten beiseite zu räumen. Wir beide waren so aufgeregt und freuten uns die ganze Zeit so sehr. Zu einer Gilde aufgestuft werden, hieß es, in sämtliche Geschichtsbücher einzugehen. Diese Meisterleistung hatten erst zwei Pokémon jemals vollbracht. Gildenmeister Knuddeluff, Günthers und dort Eckes ehemaliger Gildenmeister, und der legendäre Akunda Lucario. Doch wir hatten nicht nur Anhänger. Es gab auch einige Pokémon, die neidisch auf unseren Erfolg waren. Sie fühlten sich benachteiligt und sagten, wir würden als legendäre Pokémon einen viel zu großen Vorteil haben, und das wäre unlauterer Wettkampf. Wir machten uns nix aus ihnen. Unser Team florierte weiter und weiter. Es war nur noch eine Weile, bis wir offiziell zu einer Gilde werden würden, als es geschah. Ein Spion unserer Feinde hatte es scheinbar geschafft, in unser Team zu kommen. Zwei Nächte vor unserem großen Tag, inmitten der Nacht, fingen die Unterkünfte für die Pokémon aus den anderen Regionen Feuer. Jemand hatte es, zwar sofort bemerkt und Alarm geschlagen, doch alles dauerte viel zu lange. Wir schafften es, die Unterkünfte zu löschen, bevor die Häuser der Stadtfeuer fingen, doch wir waren nicht so schnell gewesen, wie nötig gewesen wäre. Insgesamt sieben Pokémon hatten das Feuer nicht überlebt. Ich und Latios machten uns große Vorwürfe, nicht schnell genug gewesen zu sein. Der OVR zog sein Angebot zurück. In den nächsten Tagen und Wochen traten wir nicht mehr, äh, traten mehr und mehr Pokémon aus unserem Team aus. Wir hatten noch einige Mitglieder, die uns treu zur Seite standen, doch die Gerüchteküche brodelte. Nach kurzer Zeit wurde uns vorgeworfen, absichtlich so langsam gewesen zu sein, und das Feuer selber gelegt zu haben. Es gab Verschwörungstheorien, die besagten, all dies wäre von Anfang an unser Plan gewesen, da wir uns als legendäre Pokémon angeblich fühlten, als stümten wir über den anderen Pokémon und wollten dafür sorgen, dass sie uns fürchteten. Latios versuchte irgendwie alles wieder einzurenken und den Pokémon klarzumachen, was los war, aber ich hatte keinen Antrieb mehr. Wir waren so kurz davor gewesen, in die Geschichtsbücher einzugehen, und nur so kurz darauf waren wir wohl die verhasstesten Pokémon der gesamten Region. Alleine schaffte Latios es auch nicht, noch etwas auf die Beine zu stellen, und so musste er schließlich aufgeben. Unser Retter-Team wurde aufgelöst. Nach dieser tollen Zeit meines Lebens folgte nun eine der schlimmsten. Wir wohnten zu zweit in einer kleinen Höhle an der Spitze eines Berges. Ich traute mich kaum mehr in die Außenwelt, und jedes Mal, wenn ich es doch tat, bekam ich die Meinung der Pokémon deutlich zu spüren. Da es keine Beweise gab und geben konnte, dass das Feuer geplant war, da es schließlich nicht so war, verhielten sie sich mir persönlich gegenüber ruhig. Doch ich konnte jedes Mal ihre scharfen Blicke in meinem Nacken spüren und ihr Getuschel hören, sobald sie dachten, ich war außer Hörweite. In dieser Phase stritten Latios und ich uns sehr oft. Wir hatten uns all die Jahre zuvor nie gestritten, doch nun begannen wir langsam uns zu hassen. Latios behauptete, es wäre meine Schuld, dass wir unseren Traum aufgeben mussten, und ich gab ihm die Schuld. Eigentlich wussten wir beide, dass keiner von uns der Schuldige war, doch wir suchten einfach jemanden, an dem wir unsere Frust auslassen konnten. Es wurde schlimmer, Tag für Tag, Woche für Woche. Es ging etwa zwei Monate so weiter, bis es schließlich zu weit ging. An ihrem Tag stritten wir uns erneut, was ja nichts Ungewöhnliches war. Diesmal war ich aber einfach entnervt und wollte mich nicht einmal wirklich streiten. Ich wollte meine Ruhe. Ich schubste Latios beiseite in Richtung des Höhleneingangs. Aber das Schicksal hat es schlecht mit uns gemeint, denn er stieß mit seinem Kopf gegen die Decke und verlor das Bewusstsein. Er stürzte in die Tiefen des Tales hinab, vom Berg herunter. Ich war einfach wie in eine Schockstarre versetzt. In meinem Kopf kreisten die Gedanken umher wie in einem Karussell. Ich schaffte es nicht, klar zu denken, und ich versuchte nicht, ihn zu retten. Ich floh einfach ohne jegliche Rücksicht und ohne je wieder in dieses Land zurückzukehren. So floh ich ins Sumpfland. Ich verbrachte dort etwa vier Jahre als die vorletzte Wächterin der Höhle der Regenbogenkristalle. Ich hielt mich dort möglichst fern von allen anderen Pokémon. Doch sie bemerkte mich, sie schien aber nicht zu wissen, was in ihrem Nachbarland geschehen war. Ich versuchte jedoch, mich auf dem neuesten Stand zu halten, bis eines Tages, beinahe einen Monat nach meiner Flucht, die Nachricht die Runde machte. Und von der ich bereits gehofft hatte, sie würde nie die Runde machen, und es wäre doch alles glimpflich ausgegangen. Überall in meiner alten Heimat wurde davon geredet, dass Latios tot aufgefunden wurde. Niemand wusste, was mit mir geschehen war, aber allen war ein Zusammenhang zwischen meinem Verschwinden und seinem Tod klar. Ich war eine Mörderin. Ich hatte meinen eigenen Bruder umgebracht und war einfach feige geflohen. Außerdem war es für die Pokémon nun bestätigt, dass das Feuer auch mein Werk gewesen sei. Ich konnte selber nicht fassen, wie dumm ich gewesen war. Vielleicht würde Latios noch leben und keiner in der Region hätte mich als eiskalte Mörderin im Geerdächtnis behalten, wenn ich noch versucht hätte, ihm zu helfen. Als schließlich auch im Sumpfland die ersten Geschichten von den zwei legendären Geschwistern erzählt wurden, kam der Tag, an dem ich an den Ort floh, an dem ich heute bin. An den Ort, an dem ich Nick Rossmer kennenlernte. Der Ort, an dem ich mir ein neues Leben aufbaute. Ich öffnete meine Augen und stand wieder in der Höhle. Eine Träne kullerte meine Wange herunter. Ich wollte es einfach noch einmal versuchen können. Ich wollte die Zeit zurückdrehen, alles zurücknehmen, das sich Latios damals an den Kopf geworfen hatte. Ich fokussierte mich wieder auf das Hier und Jetzt, selbst wenn Latios jetzt nicht mehr hier war. Wenn wir es schaffen würden, die dunkle Macht zu vernichten, würde er sehen, dass ich mich gebessert hatte. Auch immer er jetzt gerade sein möge. So schritt ich also voran. Das Zwitschern der starre Lillie bereits im Ohr. Ich war gleich draußen, ich wusste es. Ich sah nur noch einen Raum der Höhle vor mir. In diesem Raum befand sich ein Ausgang. Ich wollte bereits den Wald betreten, als der Augenscheinlicht der Seelenwald war, als ich jemand meinen Namen rufen hörte. Latios, stopp! Ich drehte mich um und sah den Ursprung der Stimme. Mir gefror fast das Blut in den Adern. Ich fühlte alle Gefühle, die ich kannte, auf einmal. Hinter mir schwebte Latios. Ich flog sofort zu ihm. Äh, Latios, du lebst. Was ist passiert? Wo warst du all die Jahre? Ich hoffte, er würde mir antworten, doch plötzlich schoss ein Sperer aus reiner Psyche vor mir aus dem Boden. Mein wahrer Freund hat mich gerettet. Jemand, der mich nicht verrät wie meine eigene Schwester. Ich werde diese Welt zu einer besseren machen. Zu einer Welt ohne Pokémon wie dich. Im Namen der dunklen Macht. Kapitel 4 Hydropis Adoptivfamilie Ein leises Plätschern. Um mich herum war alles dunkel. Ich öffnete langsam die Augen. Ich befand mich in einer Höhle. Alleiner. Das Plätschern ging von einem Stein aus, auf den von der Decke Wasser tropfte. Neben der kleinen Pfütze, direkt neben dem Stein, dem weichen Moos, auf dem ich lag, und dem Loch in der Decke, durch das ein Sonnenstrahl drang, gab es hier nichts. Außer einen Weg in einen dunklen Gang. Ich war zunächst sehr verwirrt, was halb ich überhaupt überlegt hatte und wo ich sei. Ich machte mir Sorgen um die anderen. Aber ich fühlte irgendwie, dass sie auch noch leben mussten. Wenn ich überlebt hatte, warum sie dann nicht? Ich wusste zwar nicht, wo sie waren oder wo ich überhaupt war. Doch ich wusste, der einzige Weg, Antworten zu bekommen, war es, sie zu suchen. Und dafür musste ich zunächst diese Höhle verlassen. Ich lief eine Ewigkeit durch den Tunnel. Es gab kein Licht, keine Hindernisse, einfach gar nichts. Ich wollte aber nicht aufgeben. Ich lief weiter und weiter. Es wurde wärmer und wärmer. Als es begann, wirklich heiß zu werden, wurde es auch heller. Langsam erkannte ich, was um mich herum geschah. Obwohl es so heiß war, bekam ich eine Gänsehaut. Ich war erst drei Jahre alt gewesen, als es geschah. Ich und meine Familie waren aus unserem Ursprungsland, dem Sumpfland, abgereist, um einem in dieser Zeit weltbekannten Retter-Team beizutreten. Es war noch gar nicht lange her, vielleicht einen Monat. Wir gaben dort alle unser bestes und erzielten Erfolge. Ich wurde von meinen Eltern trainiert, damit ich auch kämpfen konnte. Ich hatte den Bogen sehr schnell raus. Doch in dieser Nacht, in der ich mich gerade wieder fand, wendete sich mein Leben. Ein Feuer brach aus. Es herrschte Massenpanik. Überall rannten Pokémon und umher, und es war sehr laut. Ich wusste nicht, wo meine Eltern waren. Ich wurde von ihnen getrennt. Es dauerte ziemlich lange, bis die Leitung des Retter-Teams etwas tun konnte. Die meisten Pokémon waren zum Glück rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden. Doch sieben haben es nicht geschafft. Zwei von ihnen waren meine Eltern. Wenige Wochen später wurde das Retter-Team völlig aufgelöst und ich hatte keinen Unterschlupf mehr. Ich wusste nicht, wie ich jetzt weitermachen sollte. Ich war so jung, dass ich keinen Ausweg sah. Doch ich wurde nicht alleine gelassen, selbst in so einer schweren Zeit. Im Retter-Team waren noch bis zum Ende zwei Pokémon gewesen, die bis zu dem Brandgut mit meinen Eltern befreundet waren. Sie wollten abreisen und zurück in ihre alte Region ziehen, in der sich das große Abenteuer meiner Freunde später abspielen würde. Sie boten mir an, ich könne mit ihnen kommen. Natürlich war ich froh, Hilfe zu bekommen und nahm das Angebot dankend an. Ich lebte für eine lange Zeit bei ihnen. Nach kurzer Zeit fühlte ich mich bereits wie ein Teil ihrer Familie. Ich teilte viele tolle Erinnerungen mit den beiden. Doch auch wenn mein Leben doch noch eine positive Wendung genommen hatte, sie war nicht perfekt. Ich hatte in Silberdorf zwar meine Adoptiveltern, doch ich fand dort einfach keine Freunde. Dort war niemand, der mich mit normalen Augen ansehen konnte. Für sie alle war ich nur anders. Natürlich bemerkten meine Eltern auch, wie einsam ich immer war. Sie versuchten mir zu helfen, so gut sie konnten, doch auch wenn sie mich hier mal wieder auf die Beine brachten, sie konnten mir trotzdem nicht helfen, Freunde zu finden. Eines Tages erzählten mir die beiden dann, ich würde einen Bruder bekommen. Zuerst freute ich mich riesig, doch dies endete bei seiner Geburt. Ich hatte immer, wenn ich meinen Bruder, wie meine Eltern es nannten, sah, das Gefühl, ich wäre in dieser Familie nur ein fünftes Rad am Wagen. Ich begann mich selber so zu sehen, wie die anderen es schon lange zuvor getan hatten. Ich war kein Teil dieser Familie. Ich war nur ein Außenseiter, der sich irgendwie dazu geschlichen hat. Ich wusste damals noch nicht, wie dumm das Ganze von mir war. Ich war schließlich erst sechs Jahre alt. Doch dadurch, dass ich meinem Bruder immer genau diesen Eindruck vermittelte, begann er es in demselben Licht zu sehen, in dem ich es selber sah. Als der eine, der in seinem Leben ist, aber nicht dazu gehört hatte. So begann der ewige Streit zwischen mir und meinem Bruder, Bisasam. Und so gingen die Jahre ins Land, und ich und Bisasam vertrugen uns immer schlechter. Unsere Eltern waren ganz verzweifelt und wussten nicht, was sie mit uns machen wollten. Ich für meinen Teil war einfach den Großteil des Tages weg, und Bisasam auch. Vor allem in der Phase, in der er einen neuen Freund gefunden hatte. Mir war das Ganze nur recht, denn so konnten wir mehr Abstand sichern. Denn ich lernte nur wenige Wochen, nachdem Bisasam seinen neuen Freund fand, meinen besten Freund kennen. Floink. Er war gerade erst nach Silberdorf gezogen. Wir trafen uns regelmäßig, doch er war häufig relativ kurz angebunden, da er immer noch mit jemand anderem verabredet war. Ich fand es immer sehr schade, wie wenig Freund mir von seiner Vergangenheit erzählte. Seine Eltern lernte ich nie kennen, und er wollte kein Wort dazu sagen. Genauso dazu, wo er überhaupt herkäme. Man könnte beinahe das Gefühl bekommen, er wüsste selber nichts darüber. Ich beschloss aber, mich nicht darüber zu ärgern, sondern mich zu freuen, dass ich endlich, nach all den Jahren, jemanden gefunden hatte, der mich so akzeptierte, wie ich war. Eines Tages verriet Floink mir, weshalb er oft so kurz angebunden war. Wie er eigentlich schon erwähnt hatte, sagte er, er würde sich mit einem anderen Freund treffen und schlug vor, dass wir uns auch einmal kennenlernen sollten. Er meinte, wir seien uns sehr ähnlich und würden uns bestimmt gut verstehen. Für mich klang es nach einer guten Idee, schließlich konnte es für mich nicht schaden, mehr Freunde zu haben. Also vereinbarten wir einen Termin, an dem wir uns am großen Hügel im Dorf treffen wollten. Es dauerte einige Tage, dann war es endlich soweit. Ich würde jemanden Neues kennenlernen und mich vielleicht mit ihm anfreunden. Zumindest war das der Plan. Aber wenn man glaubt, das Glück wendet sich zu einem, dann schlägt es einem meist einfach ins Gesicht. An diesem Tag lernte ich nämlich meinen tollen neuen Freund, Vizazam, kennen. Floink schiel die ganze Zeit sehr aufgeregt sein. Wir wollten es beide für ihn nicht ruinieren, also bissen wir die Zähne zusammen. Nach einer gefühlten Ewigkeit verabschiedete Floink sich endlich und ich konnte endlich Klartext mit Vizazam reden. Genau gesagt sprach er mich an. Doch diesmal war es etwas anders als sonst. Er wirkte beim Reden weder von mir genervt noch wütend. Diesmal wirkte er sehr sachlich und war sogar relativ freundlich. Okay, Droopi, ich weiß, dass das Ganze für dich mindestens genauso peinlich war wie für mich, aber Floink hatte anscheinend seinen Spaß. Wir kommen beide gut mit dem Klaas und sollten dafür sorgen, dass es am besten auch so bleibt. Also können wir uns darauf einigen, uns zumindest nicht zu streiten, wenn Floink in der Nähe ist. Er braucht nichts von unserem Verhältnis zueinander zu wissen. Zum ersten Mal seit Jahren konnten wir uns tatsächlich auf etwas einigen. Dieses Versprechen damals hatte sogar größere Auswirkungen, als ich dachte. Wir waren oft mit Floink unterwegs und gewöhnten uns daran, normal miteinander zu reden. Wir wurden nie die besten Freunde, aber immerhin schritten wir uns nicht mehr den ganzen Tag. So verbrachte ich die nächsten Jahre in Frieden, bis zu dem Moment, in dem die Dunkelheit einzog. Unsere inzwischen sehr altgewonnenen Eltern gingen nun auch von uns, wenige Tage bevor Horngünter kam. Und als ich das Angebot bekam, nahm ich den Platz als neuer Wächter der Höhle der Regenbogenkristalle ein. Ich kehrte wieder in die Gegenwart zurück. In die Gegenwart, in der ich mit meinem Bruder Bisasam und meinen Freunden Necrosmalatias und Floink inmitten eines großen Abenteuers steckte. Vor mir befand sich nun ein Ausgang und ein Wald, der eindeutig der Seelenwald war. Doch etwas weckte mein Interesse. Ein neuer Gang war neben mir. Ich wollte ihn gerade betreten, doch auf einmal spürte ich etwas Merkwürdiges in mir. Ich erinnerte mich daran, wie meine Aufgabe als Wächter der Regenbogenkristalle scheiterte. Ohne es zu wollen, begann ich mir einzureden, es war alles nicht meine Schuld gewesen. Es war ihre Schuld. Ohne sie wäre Darkrai einfach geblieben, wo er war. Und die Höhle wäre ganz geblieben. Lord Ecke, Latias, Nick Shosna und vor allem Bisasam. Kapitel 5 Der Lebensretter Ich fand mich in einer Höhle wieder. Neben mir plätscherte Wasser von der Decke. Ein Sonnenstrahl fiel durch die Decke. Ich lag auf weichem Moos und war am Leben. Ich wusste nicht, wie das sein konnte. Das Letzte, an das ich mich erinnerte, war, dass ich zusammen mit Fleunkydro, Pilatias und Nick Shosna von der Tohaidu-Klippe gestürzt war. Meine Freunde. Hoffentlich ging es ihnen auch gut. Ich wusste, ich müsse diese Höhle verlassen. Vielleicht brauchten sie meine Hilfe. Ich machte mich sofort auf und betrat den langen, dunklen Gang vor mir. Ich lief Stunde um Stunde durch die Finsternis. Es geschah nichts. Es gab keine Spur davon, dass ich bald einen Ausgang finden würde. Doch auf einmal begann es, um mich herum aufzuhählen. Es bildete sich eine bekannte Landschaft vor meinen Augen. Es war Silberdorf. Nicht das zerstörte Silberdorf von heute, sondern das gute alte Silberdorf, in dem ich aufgewachsen bin. Ich sah mich selber in meinem alten Zuhause. Ich tat das, was ich in dieser Zeit am häufigsten tat, mich mit Hydropi streiten. Wir waren uns wegen irgendeiner nutzlosen Kleinigkeit uneinig und stritten wieder stundenlang darüber. Damals gab ich immer Hydropi-Schuld an diesem Problem. Aber wenn ich heute drüber nachdenke, sind wir eigentlich beide gleichermaßen dran schuld. Doch dieser Streit war etwas anderes. Ich erinnerte mich an ihn. Ich erinnerte mich, da er sehr bedeutend für meine Zukunft war. Nach einiger Zeit wurde es mir nämlich zu blöd und ich ging nach draußen. Wie ich es so gerne tat, wenn ich mich über Hydropi aufregte, ging ich durch den Zwielichtforst, um frische Luft zu schnappen. Eines Tages traf ich dabei sogar Necrozma. Sein Agent wurde ich jedoch erst, nachdem Latias von der dunklen Macht besessen wurde. Jedenfalls lief ich an diesem Tag wie so oft durch den Seelenwald, als ich in der Ferne von dort, wo sich Necrozmas Basis befand, einen lauten Knall hörte. Dampfschwaden schwebten über der Lichtung. Ich machte mir Sorgen, Latias, die er gerade vor wenigen Tagen erst im Wald gefunden hatte, hätte irgendetwas angestellt und begab mich dorthin. Doch noch bevor ich ankam, hörte ich einen Busch neben mir rascheln, wobei Rascheln deutlich untertrieben war. Es war viel lauter, fast als würde gerade ein Riese durch den Busch gelaufen bekommen. Auf einmal sprang etwas aus ihm. Es wirkte wirklich fast wie ein Riese. Ich hatte so ein Wesen noch nie gesehen. Es schien auf der Flucht zu sein. Es sah ein bisschen aus wie ein Zoroak, doch es war viel zu groß, breit und merkwürdig gefärbt, um eins zu sein. Es sah aus wie ein Monster. Ich erschreckte mich, als es plötzlich auftauchte und stolperte nach hinten. Es bemerkte mich sofort. Es gab merkwürdige Laute von sich und kam immer näher. Es schien, als würde es angreifen wollen. Plötzlich sprang es auf mich zu. Ich schloss meine Augen und dachte kurz, es wäre mein Ende. Ich sah mein ganzes, kurzes Leben an mir vorbeiziehen. Doch als ich meine Augen wieder öffnete, war ich am Leben. Ich war unverletzt und befand mich immer noch im Zwielichtforst. Manche Haare des Monsters glühten und es ergriff die Flucht. Ich wusste nicht, wie ich gerettet wurde, bis mich eine Stimme hinter mir ansprach. Äh, geht es dir gut? Hat dieses Ding dir etwas getan? Ich drehte mich um und sah ein Pokémon. Na, nein, zum Glück nicht. Danke, dass du mich gerettet hast. Ähm, ich heiße Floink. Danke, dass du mich gerettet hast, Floink. Mein Name ist Bisa Sam. Bist du neu hier in der Gegend? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Er schien lange zu überlegen, was er antworten sollte. Nach fast einer Minute sagte er einfach kurz, ich komme nicht von hier. Es kam mir zwar etwas seltsam vor, doch ich wusste, dass ich ihm vertrauen konnte. Schließlich hatte er mir gerade erst das Leben gerettet. Wohnst du auch in Silberdorf? Dieses Mal gab er mir sogar eine Antwort, mit der ich etwas anfangen konnte. Ich wollte gerade dorthin reisen, aber ich hab mich hier im Wald verirrt. Weißt du zufällig den Weg? Natürlich zeigte ich den Weg. Und nachdem er nach Silberdorf gezogen war, sahen wir uns noch sehr oft. Wir haben schon damals so manches erlebt, aber das alles hat Hydropi in seinem Kapitel bereits erzählt. Seit diesem Tag waren wir unzertrennlich. Ich befand mich nun wieder in der Höhle und vor mir war ein einzelner weiterer Raum. Vor allem Ausgang in den Silberwald. Doch ich ging noch nicht weiter. Ich dachte daran, was ich Floink alles zu verdanken habe. Seit Jahren ist er derjenige, an den ich mich immer wenden konnte. Immer, wenn ich in der Patsche saß, war er für mich da. Selbst in dieser dunklen und eigentlich hoffnungslosen Zeit hat er es geschafft, mir wieder Mut zu geben. Er hat eine Engelsgeduld und war nie aus der Ruhe zu bringen. Selbst wenn ich es darauf angelegt hätte, hätte ich mich nie mit ihm streiten können, da er einfach immer ruhig und sachlich blieb. Er brachte mir das Kämpfen bei. Er ist einfach mein Partner, an den ich mich immer wenden kann. Ich bin ihm wirklich einfach dankbar für alles, das er für mich tut. Ich frage mich jeden Tag aufs Neue, ob ich ihn überhaupt verdient habe. Ich habe oft das Gefühl, eigentlich kein guter Freund für ihn zu sein. Ich lasse immer nur meinen Frust an ihm aus, mache ihm Arbeit und bringe ihm Schmerzen. Ich habe ihm damals so oft etwas vorgemacht, selbst in den schlimmsten Situationen. Damals, als Hidropi unser Land verlassen hatte, war ich schuld daran, dass Floreng sich nicht einmal von ihm verabschieden konnte. Ich hatte ihm die ganze Zeit etwas vorgemacht und ihn sogar niedergeschlagen, nur damit Necross meine Entführung simulieren konnte. Doch trotz allem, was ich ihm immer wieder und wieder antue, würde er alles für mich tun. Er vertraut mir aufs Wort, egal wie oft ich ihn schon angelogen habe. Er sorgt sich um mich, egal wie oft ich ihm schon Schaden zugefügt habe. Auch wenn Floreng es nicht zugeben will, ich weiß, dass er sich nicht mal an seine Vergangenheit vor der Sache im Zwielichtforst erinnern kann. Er kann mir nichts vormachen. Doch obwohl man meinen könnte, er hätte dadurch genug eigene Probleme, kümmert er sich immer noch mit um meine. Seit dem Tag, an dem ich ihn kennengelernt habe, gab es wirklich keine Schwierigkeit, bei der mir Floreng nicht zur Seite gestanden hätte. Er ist ja sogar der Grund dafür, dass ich und Hidropi uns inzwischen zumindest okay verstehen. Ich möchte ihm einfach etwas zurückgeben. Er ist für jeden da, wenn er in Not ist, doch ich merke es oft, dass ihn selber vieles plagt. Ich versuche immer, ihn dazu zu bringen, dass er mir davon erzählt, doch er behauptet immer nur, es wäre nichts Schlimmes. Floreng opfert sich für uns alle auf und fügt sich samt damit Selbstschaden zu. Mir wurde all dies nun erst so richtig klar. Mein Entschluss stand fest. Ich würde Floreng wiederfinden und ihm endlich zeigen, dass wir auch für ihn da sind. Er muss sich seinen Sorgen nicht alleine stellen. Ich werde ihm helfen, so wie er es jeden Tag für mich tut. Floreng, ich weiß, irgendwann wirst du das hier auch lesen. Merke dir, dass ich immer für dich da bin und da sein werde, selbst wenn das unser letztes Abenteuer sein sollte. Ich schritt endlich wieder voran und kam in einen Raum. Draußen glühte der Himmel immer noch in dunkelrot. Ich wollte gerade den Seelenwald betreten, der vor mir lag, als ich aus einer Ecke hinter mir ein seltsames Gemurmel hörte. In der Ecke kauerte ein Schatten. Als ich ihn ansprach, hörte er auf zu murmeln. Erst passierte nichts, dann schossen Wassersäulen aus dem Boden. Endlich trat er ins Licht. Hydropi griff mich an. Ich war zuerst wütend, da ich gedacht hatte, er hätte uns verraten. Doch als ich in seine Augen sah, bemerkte ich es. Das vor mir war nicht der Hydropi, den ich kannte. Etwas war in ihm gefahren, schlimmer als die dunkle Macht. Die Verzweiflung hatte sich in seinem Herzen ausgebreitet. Und nun musste ich ihn wieder zur Vernunft bringen. Kapitel 6 Einöde Als ich aufwachte, befand ich mich inmitten einer wüsten Einöde. Es war dunkel und die roten Wolken am Himmel glühten nicht mehr. Ich wusste nicht, was geschehen war. Ich erinnerte mich noch, dass wir alle von der Toheido-Klippe stürzten. Und anscheinend hatte ich irgendwie überlebt. Ich war unter freiem Himmel und war mir sehr sicher, dass mich die Wellen irgendwo hingeschleudert hatten. Denn hinter mir sah ich den Ozean. Ich entschied mich, meine Freunde zu suchen, in der Hoffnung, sie hätten auch überlebt. Doch mein Körper rührte sich nicht. Ich versuchte zu laufen, wieder und wieder. Auf einmal setzte ich mich wie von selbst in Bewegung. Ich realisierte, dass ich im Moment wohl nichts anderes tun konnte. Als zu beobachten. Ich lief durch viele verwüstete Gegenden. Doch ich war mir trotzdem inzwischen sicher, dass ich mich in unserer Region befände. Als ich am einzigen noch halbwegs intakten Ort ankam, wusste ich es sicher. Ich war in Silberdorf. Ich bekam eine Gänsehaut. Ich wusste, dass die dunkle Macht hier ihr Lager aufgeschlagen hatte. Und ich konnte mich selber nicht kontrollieren und somit fliehen. Doch aus irgendeinem Grund geschah glücklicherweise nichts. Es liefen mir ein paar Pokémon über den Weg. Doch sie alle hielten beträchtlichen Abstand. Sie wirkten so wie all meine Freunde am Anfang dieses Abenteuers auch. Sie schienen kraftlos und hoffnungslos. Ich wusste nicht warum und ich wollte es auch nicht wissen. Aber ihr hilfloser Gesichtsausdruck, die Verwüstung, ihre Kraftlosigkeit. Es gab mir ein gutes Gefühl. Es sorgte dafür, dass ich mich wohlfühlte. Ich zog schließlich weiter. So als ob das, was meinen Körper steuerte, ein bestimmtes Ziel hätte. Der Marsch ging immer weiter und ich musste feststellen, dass die Gegend noch ruinierter aussah, als ich es in Erinnerung hatte. Nicht mehr lange und diese Welt, die unser aller Heimat ist, bleibt nur noch eine dunkle, trostlose, leere Einruhe. Nach einiger Zeit erreichte ich den Seelenwald. Oder besser, das, was von ihm noch im Blick war. Die meisten Bäume waren durch den Mangel an Sonnenlicht bereits eingegangen oder wurden umgestürzt. Auf einmal hielt ich. Ich wusste, dass dies der Ort sein musste, zu dem das Wesen, das mich kontrollierte, die ganze Zeit hinwollte. Es sah sich um und ich bemerkte, wie ich begann zu schlitzen. Im nächsten Moment sprengen meine Freunde aus dem Wischen um mich herum. Alle waren hier. Latias, Necrozma, dieser Samen, Hydropi und... Lord Ecke! Ich konnte mir nicht erklären, was in aller Welt hier vor sich ging. Doch ich freute mich riesig darüber, sie alle zu sehen. Ich versuchte, mit ihnen zu reden. Doch es schien, als hörten sie mich nicht. Ich versuchte sogar unwillig, sie anzugreifen. Es gelang jedoch nicht ein einziger Angriff. Meine Freunde stellten sich im Kreis um mich herum auf und schien etwas, äh, sich auf etwas zu konzentrieren. Am Boden erschien es wie auf Licht. Meine Angriffe funktionierten immer noch nicht. Bevor ich mich versah, erhellte sich die gesamte Umgebung. Ein greller Lichtblitz umfing alles. Als das Licht verschwand, war mit mir alles, wie immer. Nur jemand Neues war hier. Direkt vor mir lag jemand. Er war bewusstlos. Er bewegte sich nicht. Es war... Ich. Dieses Pokémon, das aussah wie ich, verpuffte auf einmal in etwas, das aussah wie eine Art Portal. Meine Freunde waren aufgeregt, in Panik. Wieder, ohne es zu wollen, verspielte ich eine Freude. Keine normale Freude, sondern eine ganz gehässige Art Freude. Ich spürte, wie ich etwas auflut. Und im nächsten Moment wurde die gesamte Umgebung dunkel. Als das Licht zurückkam, lagen all meine Freunde regenslos vor mir auf dem Boden. Ich wusste nicht, weshalb ich es getan hatte. Was ich getan hatte. Doch ich hörte ein grausames Gelächter und spürte einen Genuss, den ich nicht spüren wollte. Ich redete mir ein, es müsse alles ein Albtraum sein und ich würde gleich aufwachen. Und dann... tat ich dies auch. Ich war schweißgebadet und lag auf weichem Moos mitten einer Höhle. Neben mir tropfte beruhigend Wasser auf einen Felsen. Ich legte mich langsam ab. Es ist alles okay, Floyd. Es war nur ein Traum. Es war nur ein Traum. Als ich wieder alle Sinne beisammen hatte, sah ich mich um und entdeckte einen weiteren Raum. Mit einer direkten Verbindung in einen Wald, der der Seelenwald sein musste. Ich ging hindurch und wollte gerade den Wald betreten. Als sich jemand in meinen Weg stellte, Darkrai stand nun direkt vor mir. Halt, hier gibt es kein... Warte, was? Du bist das? Was soll das hier jetzt werden? Ich war von seiner Reaktion etwas überrascht. Äh, wie? Du weißt nicht, was das hier soll? Du bist mir schließlich gerade in meinen Weg gesprungen. Was willst du von mir? Also, eigentlich hatten mich mein guter alter Kumpel, die dunkle Macht, hier aufgetragen, zu warten, bis ein mächtiger Feind auftaucht und ich sollte verhindern, der dieses komische Ding hier bekommt. Er kramte etwas hervor, das grell in Orange leuchtete. Ich erkannte es sofort. Es war ein Splitter von Günthers Seele. Der Splitter des Mutes. Darkrai schien mein Interesse zu bemerken. Ach, du interessierst dich also für den Mist. Na, dann muss ich dich wohl bekämpfen. Ich stellte mich auf einen harten Kampf ein, aber Darkrai schlug einfach einmal in die Luft. Oh, wie schade. Da hast du wohl gewonnen. Ich musste diesen Haufen Müll überlassen. Wie schrecklich. Er warf mir den Seelensplitter direkt zu und ich fing ihn. Etwas misstrauisch fragte ich, was war das jetzt? Ich dachte, du sollst dieses Stück von mir beschützen. Ich dachte, du arbeitest für die dunkle Macht. Jetzt hör mir mal genau zu, Kleiner. Ich arbeite für mich selber. Ich hab grad nur dieselbe Idee vertreten, wie die dunkle Macht, also warum soll ich nicht einfach mitmachen? Außerdem sagte sie, ich soll das Teil vor einem mächtigen Feind beschützen. Nicht vor so einem Pimp wie dir. Ich bin dann mal raus. Dir noch viel Spaß beim Sterben. Irgendwann sehen wir uns bestimmt in der Hölle wieder. Mit diesen Worten verschwand er. Ich war dezent verwirrt von dieser Begegnung, dachte aber nicht daran, mich zu beschweren. Mit dem Seelensplitter des Mutes im Gepäck machte ich mich auf in den Seelenwald. Kapitel 7 Feinde der Vergangenheit Necrozma Ich konnte nicht glauben, dass dieses Monster jetzt vor mir stand. Es klang immer noch genauso unverständlich wie damals. Ich jetzt meine Rache Nun griff es mich an. Ich kämpfte nun also alleine gegen einen Mutanten, der aus einem fehlgeschlagenen Experiment entstanden war. Trotz seiner eigentlich unausgereiften Organe, schien er mächtig zu sein als fast alles, was ich bisher gesehen hatte. Hatte meine Mischung wirklich so eine Kampfmaschine erschaffen? Doch als ich die Angriffe genauer ansah, wusste ich, was los war. Das Mistvieh hatte sich der dunklen Macht angeschlossen und nun einen Teil ihrer Kräfte erhalten. Der Kampf war auch entsprechend anspruchsvoll. Ich hatte das große Problem, dass ich mit meinen Angriffen gegen das Monster nichts ausrichten konnte. Anscheinend hatte sich sein Typ Unlicht bei der Verwandlung nicht verändert. Also konnte ich vorher erst nichts tun, außer einem Hagel aus Dunkelheit auszuweichen. Ich merkte, wie entschlossen dieses Vieh war, mich zu töten. Kurz dachte ich darüber nach, ob es vielleicht sogar im Recht sei. Aber dann dachte ich mir, es sei nur ein Klon. Also dasselbe Pokémon, wie das, was freiwillig bei dem Experiment mitgemacht hatte. Es war so eigentlich die Entscheidung dieses Wesen selber, so zu werden, wie es nun war. Aber anstatt sich zu freuen, besondere Kraft erhalten zu haben und in die Geschichte eingehen zu können, gab es mir die Schuld an seinem Problem. Dieses Wesen war einfach undankbar. Und genau deswegen konnte ich jetzt nicht aufgeben. Das Monster war, wie man an seinem Aussehen bereits erkannte, sehr träge und griff nur langsam an, egal wie viel Macht es hatte. Somit fiel es mir nicht schwer auszuweichen, während ich überlegte, wie ich den Kampf für mich entscheiden könnte. Es wirkte ziemlich hoffnungslos und eine Flucht war nicht zu denken. Nach fast 30 Minuten kam ich endlich auf eine ebenso simple wie effektive Idee. Ich müsste einfach dasselbe machen, wie mein Sonnenlicht-Kollektor oder ich mit dem Felsen in der Höhle bereits gemacht hatte. Ich sammelte das Licht, welches von den glühenden roten Wolken ausging, zwischen meinen Händen. Der Mutant hörte auf anzugreifen und nahm etwas Abstand. Er schien nicht ganz zu wissen, was ich da tat, bis ich das gesammelte Licht auf ihn feuerte. Da er ein Unlicht-Pokémon wusste ich, das Licht wurde ihm großen Schaden zufügen. Es fing an zu brennen. Es ging zu Boden und schien große Qualen zu erleiden. Nach ein paar Sekunden hörte es auf, sich zu bewegen. Kurz darauf auch zu brennen. Es ist nicht meine Schuld, dass es so weit kommen musste. Vielleicht lernst du für dein nächstes Leben etwas daraus und legst dich nicht mit Pokémon an, die anders als du eine Bedeutung haben. Nach diesen Worten verschwand sein Körper vor mir. Ich wollte schon beinahe gehen, doch auf einmal begann der Boden dort, wo vorher der Körper lag, in lila zu leuchten. Vor mir auf dem Boden lag nun der lila Splitter von Günthers Seele. Ich nahm ihn mit und machte mich auf zum Zentrum des Seelenwaldes. Den Gedanken, meine Freunde zu suchen, hob ich mir für später auf, denn von dort ging ein seltsames Licht aus. Latias Ich brauchte einen Moment, bis ich den Sinn von Latias Aussage begriff. Die dunkle Macht hatte ihn zurück ins Leben geholt und ihn auf ihre Seite gezogen. Nun ist er hier, um sich an mir zu rächen. Noch während ich dies dachte, streiften mich die nächsten klägen. Das Schlimmste an meiner Lage war, dass ich nicht das Recht hatte, irgendwie sauer auf ihn zu sein. Im Gegenteil, wenn ich in seiner Haut stecken würde, hätte ich vermutlich nicht anders gehandelt. Deshalb wollte ich ihn auch gar nicht angreifen. Außerdem, trotz allem, was passiert ist, trotz allem, was wir uns gegenseitig angetan haben, er ist und bleibt mein Bruder. Ich konnte ihn nicht bekämpfen. Erst wollte ich versuchen, ihn dasselbe fühlen zu lassen, doch als ich mit ihm reden wollte, steckte mir ein Kloß im Hals. Warum sollte er auf mich hören? Fühlt war ich vermutlich nicht mal mehr eine Schwester. Ich war nur eine Verräterin, die er früher mal kannte. So wich ich die ganze Zeit über seinen Angriffen aus, weiter und weiter. Man sollte glauben, er müsste nach einiger Zeit müde werden, doch er schoss weiter, jede Sekunde Angriffe auf mich los. Er schien fest entschlossen zu sein, entschlossener, als ich ihn jemals erlebt hatte. Ich sah ihn verzweifelt kämpfen, für sein Ziel, für seine Rache, auf die er so lange gewartet hatte, dafür endlich wieder frei zu sein. Ich sah langsam gleichzeitig Verzweiflung und Entschlossenheit in seinen Augen. Er wollte es um jeden Preis schaffen, doch er wusste. Wenn ich weiter so vorgehen würde, könnte er das nicht. Ich ging tief in mich und sah nur einen Weg. Nick Schossner, Florian, dieser Samen und sicher auch irgendwann Günther und Lett Ecke. Wenn ihr das, was ich hier niedergeschrieben habe, lest, werde ich nicht mehr auf dieser Welt sein. Ich gab es auf, auszweichen, und bekam direkt unzählige Klingen und Speere ab. Ich lag sofort am Boden und konnte mich nicht mehr rühren. Ich hörte Latios laut atmen. Habe ich, habe ich getroffen? Endlich kann ich... Ich wusste, dass dies mein Ende sein würde. Doch ich bereute nichts von dem, was ich freien Willens getan hatte, seit ich diese Region erreicht hatte. Ich konnte noch einmal lächeln. Nick Schossner, Florian, Günther, ja alle. Danke für alles. Dann griff er an. Ich war mir sicher, es wäre nun alles endlich vorbei und öffnete meine Augen. Ich hörte schnelles Atmen und sah einen Speer direkt vor meinem Gesicht. Ich, ich kann das nicht. Mir tat alles weh, aber ich schaffte es aufzustehen und langsam zu Latios zu schweben. Ich war verwirrt und wusste nicht, weshalb er seine Rache nicht vollzogen hatte. Ich rechnete durchaus mit seinem Angriff, aber ich hätte mich auch nicht dagegen gewehrt. Latios, was ist los? Warum hast du nicht alles beendet, für das du gekämpft hast? Latios, es tut mir leid, ich konnte einfach nicht. Auch wenn ich nicht hier auf dieser Welt war, ich habe alles gesehen, was geschehen ist. Deine Kämpfe, dein Abenteuer, dein Leiden. Ich wollte dir einfach nicht vergeben, für das, was du mir angetan hast. Aber ich habe gesehen, wie du gehandelt hast. Du warst in Panik, verzweifelt. Über all die Jahre hast du mir gezeigt, dass du so etwas nie tun könntest und dass du trotz allem immer noch meine Schwester bist. Selbst wenn ich es noch wollen würde, ich würde es nicht über mich bringen, hier irgendetwas anzutun. Und gerade eben, in unserem Kampf. Ich wollte überhaupt nur kämpfen, da die dunkle Macht mir nur unter dieser Bedingung ein neues Leben ermöglicht hatte. Und ich weiß, ich hätte dich nie mit meinen Angriffen erwischen können, wenn du es nicht so gewollt hättest. Ich wusste nicht mehr, was ich dazu noch sagen sollte. Latios hat die ganze Zeit während des Erzählens Tränen in den Augen gehabt. Wir sagten beide für eine Weile nichts. Dann durchbrach ich die Stille mit einer Frage. Sind wir jetzt wieder ein Team, Bruder? Er sah zu mir hoch. Darauf kannst du wecken. Wir wollten gerade aufbrechen, da fiel Latios noch etwas ein. Übrigens, die dunkle Macht hatte mir etwas gegeben, das ich bewachen sollte. Ich glaube, du kannst das gebrauchen. Ich hatte mit vielem gerechnet, doch ich war wirklich mehr als überrascht, als er mir einen Splitter von Günthers Seele überreichte. Den gelben Splitter der Gerechtigkeit. So gingen wir zu zweit in Richtung des Zentrums des Seelenwaldes, denn dort schien sich ein Pokémon aufzuhalten, das mir Crossma verdächtig ähnlich sah. Dieser Samen. Hydropis Angriffe hagelten weiter und weiter auf mich ein. Ich wusste nicht, wie dieser Kampf ein gutes Ende finden sollte. Ich vermutete, dass er genau wie ich etwas aus seiner Vergangenheit gesehen haben musste, nur, dass ihm seine Erlebnisse nicht wie mir etwas Wichtiges für mein Leben gezeigt haben, sondern ihn in einen traumatischen Zustand versetzt hatten. Ich wusste, ich konnte ihn nicht angreifen. Ich wollte ihn nicht verletzen. Er konnte nichts für all dies. Keiner meiner Freunde würde uns andere je verraten. Mir fiel es schwer, ihm auszweichen, aber das war nicht wirklich schlimm, da seine Attacken gegen mich nicht stark waren. Meine hingegen würden ihn verheerend treffen. Mein einziger Weg, wie wir beide unverletzt aus diesem Kampf kommen würden, war, ihn wieder zur Vernunft zu bringen. Ich versuchte, ihn mit Worten zu erreichen. Hydropi, ich weiß, du bist noch da drin. Komm zu dir. Es bewegte tatsächlich schon mehr als ich dachte. Er schien mich zu hören und stoppt die Angriffe um etwas zu sagen. Nein, du bist schuld. Ich kann dich nicht ziehen lassen. Selbst in diesen Worten spürte ich den Kampf, den er gerade mit sich selber führte. Auf einmal schlug jedoch die Verzweiflung neue Wellen. Er begann wieder anzugreifen. Diesmal waren seine Angriffe jedoch nicht schwach wie zuvor. Sie waren mächtig. Jeder von ihm traf mit einer gewaltigen Kraft. Leichter ausweichen konnte ich ihn deswegen jedoch nicht. Es zehrte an, meinen Kräften zu versuchen auszweichen. Ich wusste, ich würde das nicht mehr lange durchhalten. Ich musste jetzt zu ihm durchdringen. Hydropi, bitte erinnere dich an all die tollen Zeiten, die wir ihn noch zusammen hatten. Er hielt wieder an, doch eine Art Macht kämpfte gegen ihn an. Ich fühlte fast, als würde er wieder zur Besinnung kommen. Nein! Sein nächster Angriff traf mich mit so einer immensen Macht, dass ich zu Boden ging. Ich war verwundet, aber noch am Leben. Hydropi kam auf mich zu. Nun war es alles oder nichts. Hydropi, komm zu mir. Denk an das, was uns verbindet. Denk daran, was Flöntje zu sagen würde. Hydropi, wir sind eine Familie. Im nächsten Moment wurde alles schwarz, doch die Dunkelheit verschwand sofort wieder. Hydropi hatte mich nicht attackiert. Eine Art Nebel war aus ihm gekommen, der sich nun gelichtet hatte. Wie, wie sah Sam? Bist du in Ordnung? Ich stand wieder auf und klopfte mir den Dreck von den Beinen. Ja, alles okay. Ich bin froh, dass du endlich wieder du bist. Er lächelte mich an. Im nächsten Moment erhellte sich der ganze Raum. Ich sah nichts, doch fühlte, wie sich etwas vor meinen Füßen bildete. Das Licht verglommen und vor mir lag etwas rosa Glänzendes. Vor Hydropi lag ebenfalls so ein Gegenstand, nur leuchtete dieser in dunkelblau. Er fragte mich, was ist das, dieser Sam? Ich erkannte diese Gegenstände. Das sind zwei Splitter von Günthers Seele. Die Ehrlichkeit und die Hilfsbereitschaft. Wir steckten sie ein und unsere Aufmerksamkeit wurde gelenkt. Im Zentrum des Seelenwaldes standen vier Pokémon, die zu reden schienen. Also gingen wir dorthin. Kapitel 8 Determination Nach allem, was geschehen ist, werde ich, also Fleunk, diese Geschichte nun weiterführen. Nun sollte jedem klar sein, was wir alle durchgemacht haben, bevor wir im Zentrum des Seelenwaldes zueinander stießen. Als ich dort ankam, waren Latias und Necrozma schon angeregt am Diskutieren. Ein drittes Pokémon, das Latias sehr ähnlich sah, schwebte neben den beiden. Es stellte sich mir als Latias vor und war tatsächlich Latias Bruder. Anstattend hatten sie sich bei einem intensiven Kampf wiedergefunden. Schließlich gesellten sich auch Isazam und Hydroki zu uns. Wir erzählten uns, was wir alle durchmachen mussten. Wir alle hatten einiges hinter uns, doch als die anderen feststellen, dass sie wirklich allesamt Dinge aus ihrer Vergangenheit gesehen hatten und schwere Kämpfe bestreiten mussten, konnte ich nicht mehr mitreden. Ich hatte lediglich einen Albtraum gehabt, bevor Darkrai mir neben ein paar Beleidigungen einen Seelensplitter in den Kopf geworfen hatte. Nach alledem, was ich gehört habe, vor allem von Hydroki, war ich sehr froh, so etwas nicht erlebt zu haben. Trotzdem war es interessant, den anderen zuzuhören. Ich konnte über jeden neue Dinge erfahren, Was mich am meisten überraschte, war tatsächlich, dass Hydroki und Bisasam mir verheimlichen konnten, dass sie Brüder sind. Ich wusste nämlich wirklich nichts davon. Als Bisasam und Hydroki gerade vom Ende ihres Kampfes gesprochen hatten, kamen wir endlich auf das Hauptthema. Wir hatten tatsächlich jeder, außer Latios, der am Anfang jedoch das Stück hatte, das Latios nun bewacht, einen Splitter von Günthers Seele. Somit hatten wir ganze sechs Stück, da wir ja auch den Splitter der Geduld vom Anfang unserer Reise noch hatten. Wir hatten beinahe alles. Geduld, Ausdauer, Gerechtigkeit, Mut, Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft. Wir diskutierten heiß über unseren weiteren Vorgang. Wir müssen den letzten Splitter finden und dann können wir Günther zurückholen. Nein, wir können nicht riskieren, dass die dunkle Macht uns jetzt findet. Wir müssen das Risiko eingehen und versuchen, seine Seele so zusammenzusetzen. Du hast glaubt, Leben, Leben. Latios hat recht, wir haben ja nicht den kleinsten Hinweis, wo der Splitter überhaupt sein könnte. Am Ende ergab sich jedoch mir unverständlicherweise eine Mehrheit dafür, Günthers Seele aus diesen sechs Teilen zusammenzusetzen. Andererseits verstand ich natürlich ihren Hintergedanken. Nixrosma, Latios, Hydropia und ich setzten die ersten fünf Teile zusammen. Ich konnte zwei Teile beistören, da ich den Splitter der Geduld dabei hatte. Nun fehlte nur noch der, den Bisasam dabei hatte. Er schien sehr nervös zu sein, schwitzte, als er den Splitter aus seinem Beutel holte. Was ist los, Bisasam? Freu dich doch mal! Gleich wird Günther wieder bei uns sein. Auch wenn ich gegen die Idee gewesen war, versuchte ich es optimistisch zu sehen. Ich weiß nicht, ob Bisasam es überhaupt versuchte oder es einfach nicht schaffte, denn seine Antwort lautete wie folgt. Ich weiß nicht so recht. Ist wahrscheinlich Schwachsinn, aber ich habe ein sehr schlechtes Gefühl bei der Sache. Schließlich trat er aber doch in Richtung der fast vollständigen Seele. Er stand nun direkt vor der Seele und zückte seinen Splitter. Gerade wollte er ihn einsetzen. Es spielte sich alles wie in Zeitlupe ab. Er wollte den Splitter einsetzen und nur Minisekunden bevor es so weit war, schoss unter ihm ein Kristall aus dem Boden. Er traf perfekt und verschwand sofort wieder. Dieser Sam lag regungslos auf dem Boden, der nun voller Blut war. Dieser Sam, wach auf, bitte, wach auf! Er begann etwas zu sagen. Floyd, danke für alles, was ich mit dir erleben durfte. Ihr könnt die Welt vor der dunklen Nacht retten. Ich glaube an euch. Ich begann panisch zu werden. Wie, was meinst du, dieser Sam? Du wirst es mit uns schaffen. Komm schon, dieser Sam, du schaffst das. Danke, Floyd. Nachdem er ausgesprochen hatte, begann er sich aufzulösen. Im nächsten Moment war er vollständig verschwunden. Ich starrte auf den Boden, dort wo er gerade noch gelegen hatte. Ich hörte meinen eigenen Herzschlag. Ich atmete schwer, merkte aber trotzdem, wie alle anderen schockiert in meine Richtung sahen. Ich spürte etwas, das ich noch nie zuvor gespürt hatte. Ich war ein Pokémon, das immer versucht, der andere zu verstehen. Ich habe selbst versucht, die Handlung der dunklen Macht zu verstehen. Ich musste immer alles für mich selber schönreden. Doch dieser Moment, er war der erste in meinem Leben, in dem ich es nicht schaffte. Ich spürte etwas, das ich noch nie fühlen musste. Reinen, puren Hass. Bestimmt hat dieses Ding auch irgendwelche Motive für das, was es anstellt. Doch selbst wenn es so war, sind schwachsinnig und für mich sind sie nun endgültig zu weit gegangen. Die Grenze wurde überschritten. Doch trotz allem, was gerade geschehen war, es fühlte sich befreiend an. Endlich konnte ich den ganzen Hass, den ich mir all die Zeit angesammelt hatte, rauslassen. Und diesen Hass würden sie zu spüren bekommen. Diese dreckige Macht und der Verräter, der, der mir meinen besten Freund genommen hatte. Ich drehte mich langsam um. Die anderen starrten immer noch zu mir. Außer Hydropi. Er sah weinend auf dem Boden. Ich ging langsam vorwärts, um zum einzigen Pokémon in unseren Reihen zu kommen, das nicht völlig geschockt wirkte. Necrozma. Er sah mich seltsam an, als ich zu ihm ging. Ich rechnete jedoch nicht mit einem Angriff, denn sonst wäre er vermutlich ausgewichen. Du verdammter Bastard! Was fällt da eigentlich ein, du Verräter? Ich dachte, du gehörst zu uns! Und statt irgendwie geschockt zu sein, begann der Mistkerl auch noch dreckig zu lachen. Also, hat das zugelöst einer von euch wohl dran kapiert. Was hier läuft, es ist eure Schuld. Das ist das Zunmuster. Nichts, meine Wärt ihr schneller an diesem Ort gewesen, hätte nicht einkommen und euch empfangen und bist die dunkle Mast. In dieser Welt seht nun einmal seid ihr her das Rest der Stärkeren. Und es wird kein A ist schließlich mich dem Stärkeren an. Inzwischen ist das dem es auf jeden Fall ist mehr euer Nessal System. Zum Glück war der dunkle Mast ist es ist sogar sympathisch und wenn es ihr meine Treue beweist, es sind es am Leben, was Misten sogar zu ihrer Rest hat. Es muss dazu nur jem bündet werden voll und ganz vertrauen meinen eigenen Spiel. Für mich war alles das erredete reiner Müll. Ah ja und warum kamst du genau jetzt auf diese schwachsinnige Idee wenn du so denkst hättest du doch schon bei unserem ersten Treffen auf der Seite der dunklen Macht stehen müssen. Du bist naiv wie immer Floig denkst du euer Feind schläft während ihr Seelsplitter sammelt die dunkle vast ist nun unbesiegbar sie ist mästiger als ein Gott in der Zeit in der ihr so sechs grad mal fünf Seelsplitter gesammelt hat hat sie ein neues Element beschworen nur die Zerstörung des alten hat nichts gepasst und euer Günther dreust nun Außensinger weiter aber das Frostmus muss gar nicht so interessieren denn wenn dies euch gleich alle los werde wird mein Meister bis Eis Lays belohnen die dunkle Macht hatte ein eigenes reines Element erschaffen und Necrozma verriet uns aus Angst nun reichte es mir völlig es schien so als würde ich gleich zu einem Kampf gegen Necrozma kommen doch in mir kam der Hass noch höher als zuvor bevor ich mich versah feuerte ich einen Feuerball der so riesig war dass selbst die letzten Reste der Bäume versenkten Necrozma kniete kurz überrascht auf dem Boden es reicht du Verräter wenn du ein Held wärst hättest du gekämpft um die dunkle Macht zu bezwingen und nicht nachgegeben ich werde dieser Samen rächen koste es was es wolle bevor er etwas antwortete war er feige wie er war bereits weg meine Gefühle kochten trotzdem weiter in mir hoch es fühlte sich an als würde etwas in mir entstehen auf einmal begann die gesamte Umgebung um mich zu leuchten rote blitze schlugen um mich herum ein ich erschrak und wich zur seite im nächsten Moment wich einer der blitze mitten in mich hinein ich fand mich in einer völlig weißen landschaft wieder hier gab es nichts außerdem war es ich sah wie rotes licht sich vor mir sammelte es schien sich etwas zu bilden etwas das unser abenteuer ändern würde ich kam langsam wieder zu mir alle standen um mich herum floin bist du in ordnung was tolle war das ich antwortete nicht sondern öffnete meine hand in mir befand sich der letzte splitter von günthers seele geschaffen aus reiner entschlossenheit der rote splitter der determination die anderen starten den letzten seelen splitter fassungslos an bis sich die stille durch brach lasst uns günther zurück holen wir setzten zunächst das teil in die seele ein welches ursprünglich dieser sam besessen hatte und nun kam das letzte teil der seele kaum hatte ich es eingesetzt erhellte ein lichtblitz die ganze gegend es blitzte nacheinander in sieben verschiedenen farben erst lila dann gelb dann grün nun rosa dunkel blau orange und zum schluss schließlich grell rot der letzte blitz der nach dem roten erstrahlte war schlicht weiß nun zog sich das licht langsam zurück und dort wo eben noch die seele zusammen geführt wurde stand er nun unser alter freund günther er schien sehr verwirrt zu sein und sah sich um wo zur hölle bin ich was ist passiert es stellte sich heraus dass sein geist wie er es lord ecke versprochen hatte zunächst ein auge auf das geschehen hatte doch er konnte nicht eingreifen als die dunkle macht die kontrolle übernahm mit dem schwinden des lichts verlor auch günther die verbindung zu unserer welt und als er schließlich plötzlich verschwand erschienen die seelensplitter günther selber hatte nichts von unserem gesamten neuen abenteuer mitbekommen und hörte erstaunt zu was wir ihm alles erzählten als hydropi gerade fertig erzählt hatte fielen günther erst die änderung auf die es in unserem team gegeben hatte ähm wo wir gerade von wieser sam reden wo ist er denn was ist mit nekrosma er sah sich noch überhaupt während ich langsam wieder aus meinem schock zustand ins normale zurückkehrte begann latios zu erklären wer er sei und was er hier mache wie zu erwarten war günther sehr offen für ihn als neues mitglied unseres teams dann wendete er sich an mich äh florenk was ist eigentlich mit dir los seit ich wieder da bin hast du kein einziges wort gesagt und was ist denn jetzt mit dieser sam sonst seid ihr doch immer zusammen unterwegs wenn ich gerade versuchte zu reden realisierte ich zum ersten mal was alles das gerade geschehen war für mich bedeutete als die situation angespannt war war ich viel zu sehr auf Nick Crossman konzentriert um es zu verstehen ich hatte in diesen minuten meinen besten freund verloren mein ganzes leben lang hatte er mich begleitet und mir zur Seite gestanden ich habe die dunkle macht hat wahrhaftig die stärke eines gottes erreicht auf den ersten blick haben wir zwar unser ziel erreicht doch obwohl wir das haben ist die welt endgültig dem untergang gewalt all diese gedanken kreisten in meinem schädel herum und ich konnte an nichts anderes denken Günther sah mich fragend an wie Sazanes bevor ich auch nur weitersprechen konnte konnte ich mich einfach nicht mehr halten ich erschrak als er mich so sah habe ich was falsches gesagt tut mir leid florenk was ist denn los latias schaltete sich ein ich denke wir sollten uns erst einmal schutz suchen und uns ausruhen wir alle brauchen eine pause vor allem florenk wenn wir in sicherheit sind werde ich dir alles beantworten mit Hilfe der unterstützung meiner freunde schaffte ich was erwacht war schien den anderen perfekt für eine rast die anderen machten ein feuer und versammelten sich drumherum ich legte mich in eine dunkle ecke der höhle um mich auszuruhen in all dem chaos war keine zeit für eine pause gewesen deshalb merkte ich erst jetzt wie müde ich eigentlich war und schaffte es trotz all der gedanken die in meinem kopf umher schwirrten schnell einzuschlafen ich weiß nicht wie lange ich letztendlich geschlafen hatte doch als ich aufwachte war es draußen schon dunkel das lagerfeuer war fast erloschen aber hydropilatias und latios saßen noch dort günther hatte sich anscheinend zurückgezogen ich stand auf und ging zu ihm inzwischen war ich wieder etwas zur ruhe gekommen meine freunde beobachteten alle die letzten funken des lagerfeuers und bemerkte mich erst endlich bist du wieder wach du hast sehr lange geschlafen geht es dir wieder etwas besser ja danke aber jetzt wo die dunkle macht ihr eigenes reines element besitzt habt ihr irgendeine idee was wir noch tun könnten latios antwortete schnell wieder blitz gleich zum punkt kommen sehr gut wenn du geschlafen hast haben wir das weitere vorgehen besprochen wir waren uns alle einig wenn wir die dunkle macht inklusive eines reinen element besiegen wollen brauchen wir eine immense macht auf einmal meldete sich hinter mir eine stimme zu wort günther den rest erzähle ich das war schließlich meine idee latios schien etwas enttäuscht schade gerade jetzt wo es lustig wird nun war ich wirklich gespannt was günther mir gleich für eine idee auftischen würde kapitel 9 die legende der dunklen welt also zunächst brauchen wir ein reines element das haben wir aber bereits abgehakt ich unterbrach ihn sofort äh wie jetzt das reine element ist bereits abgehakt als ihr mich zurückgeholt habt gab es ja diesen letzten licht blitz das waren die reste des reinen elements ohne sie hätte meine seele keine stabilität anders gesagt ist das reine element ein Teil meiner hatte ich die glorreiche idee dass das was wir zum sieg benötigen eine eigene dunkle macht ist ich hatte gerade einen schluck wasser genommen und spuckte ihn sofort wieder aus warte was bist du jetzt komplett durchgedreht hast du haben wir bei der überschwörung deinen verstand vergessen ich wusste dass du das sagen wirst das haben die anderen zunächst erstmal auch aber überleg mal beide reinen elemente haben keinen eigenen weil sie geschaffen wurden sondern aus splittern wenn wir eine dunkle macht aus splittern erschaffen dann hat sie ebenfalls keinen eigenen willen und kann sich somit nicht gegen uns stellen an sich klang das ganze zwar logisch und könnte funktionieren aber ich sah noch ein winziges problem an diesem toll ausgearbeiteten plan das hört sich alles toll an aber wo willst du denn mal kurz auf die schnell ein paar splitter zum erschaffen einer dunklen macht auftreiben günther hast du das schon mal bedacht diesmal nahm latius günther die antwort vorweg aus der dunklen welt ich verstand immer noch genauso viel wie zuvor die dunkle welt wo soll so etwas liegen ich habe noch nie davon gehört und so begann latius mir eine legende zu erzählen seit jahrhunderten geht in unserer welt eine legende umher ich wundere mich dass du anscheinend noch nie davon gehört hast diese legende erzählt von einer art parallel welt zu dieser hier nur dass sie bereits in der zukunft liegt doch in dieser welt ist es anders gelaufen als hier da es eine parallel welt ist geschehen an sich dieselben dinge wie uns nur manche entscheidungen die pokémon treffen ändern sich und somit sind manche wendungen in der geschichte völlig anders in dieser alternativen welt ist alles anders gelaufen die zerstörung konnte nicht gestoppt werden die welt versank in dunkelheit es gibt nur noch wenig leben und die legende über diese welt ist einer von tausend gründen weshalb das auftreten der dunklen macht den pokémon dieser welt so viel sorge bereitet sie befürchten sie könnte dafür sorgen dass unsere welt eines tages die nächste dunkle welt wird doch legende zumindest für die meisten doch ich habe wichtige informationen vom größten experten auf diesem gebiet der dunklen macht selber als sie mich darauf vorbereitete gegen latias zu kämpfen erzählte sie sie mir davon dass ihr ziel wäre eine perfekte welt zu erschaffen eine welt ganz nach dem abbild der dunklen welt ich war natürlich zunächst genauso verwirrt wie du gerade und als ich nachfragte bestätigte die dunkle macht mir sämtliche legenden die dunkle welt existiert in genau der form in der alle pokémon sie fürchten sie erzählte mir sogar dass es in unserer welt ein portal gäbe mit dem man die dunkle welt reisen könnte und da die dunkle welt ähnlich ist wie unsere aber doch anders kann der auserwählte dort kein reines element erschaffen sondern eine dunkle macht tatsächlich wirkte günther von dieser ausführung überrascht als ich bitte man erhält die dunkle macht genauso wie das reine element davon hast du bisher noch kein wort gesagt heißt dass ich muss nochmal drei von diesen schrecklichen prüfungen absolvieren oder was als ob die die es in unserer welt gab nicht schlimm genug waren ich rechnete damit dass Latios versuchen würde günther zu beruhigen doch er reagierte etwas weniger feinsinnig als ich annahm äh naja nicht ganz die wächter der prüfungen prüfen ihre opfer dort selber das übernimmt kein splitter wächter wie hier Latias und glaub mir sie werden ihre freude daran haben alle wächter dort sind geschöpfe des schattens wie sämtliche wesen dieser welt das heißt so viel wie dass die prüfung deutlich schwieriger werden als die wie amüsiert er über diese Aussichten war na toll das wird ja echt ein Traum und lass mich raten ich muss sie komplett alleine bestreiten da das leider nur der auserwählte darf Latios Antwort war jedoch für uns alle überraschend nun ja in diesem Satz ist nur die zweite Hälfte richtig aber es kann nicht ein und dasselbe Pokémon der Auserwählte des reinen Elements und der dunklen Macht sein deswegen bist du nicht derjenige der diese Prüfungen bestreiten muss nun waren wir neugierig aber wenn es nicht Günther ist wer ist dann der Auserwählte der dunklen Welt er müsste ja noch stärker sein als Günther um diese Prüfung zu bestehen wo finden wir so ein mächtiges Pokémon Latios schien nicht zu wissen wie er auf diese Aussage reagieren sollte er seid was wehmütige in meine Richtung nun also es ist so Günther fragte ihn ob er so reagierte weil er keine Idee hatte wo der Auserwählte sein könnte doch ich verstand bereits was Latios mir sagen wollte das kannst du nicht ernst mein Latios das ergibt überhaupt keinen Sinn Günther verstand immer noch nicht was er meinte wie was ergibt keinen Sinn kann mich jetzt mal jemand einweilen was hier los ist Latios und Hydropi die ganze Zeit ruhig gewesen waren schalteten sich nun auch ins Gespräch ein jetzt will ich auch wissen wer der Auserwählte sein soll komm doch einfach zum Punkt Latios dann sind denke ich alle zufrieden Latios bestätigte meine Annahme nun endgültig und weiter somit auch die anderen ein Floreng hat es selber schon heraus gehört er ist selber der Auserwählte der dunklen Welt aber was ergibt im Vergleich zu jemandem wie Günther bin ich einfach total schwach und wenn Günther bei den Prüfungen dieser Welt schon Problem hatte wie soll ich dann bitte so etwas bestehen können ich erwartete ehrlich gesagt keine ernsthafte Antwort doch Latios schien mehr zu wissen als ich dachte sogar so viel dass es fast gruselig war überleg einmal Frank du erinnerst dich an nichts was vor deiner Ankunft im Zwielicht Forst geschehen ist richtig ich war zunächst einmal sprachlos was woher weißt du das ich habe das noch nie jemandem erzählt zu meiner Überraschung übernahm Hydropidas Antworten äh wir wissen alle Bescheid Flonk nicht nur er aber was ich wusste nicht was ich sagen sollte ich hatte dieser Sam bei meinem ersten Treffen mit ihm nur erzählt dass ich nicht aus der Gegend kommen würde da ich nicht sagen wollte dass ich keine Idee habe woher ich komme ich wollte nicht dass sich jemand Gedanken macht deswegen habe ich es verschwiegen doch nun stellte sich heraus dass all meine Freunde darüber Bescheid wussten Günther erklärte mir den Grund dafür also an sich hat es dieser Sam uns allen einfach erzählt während unserem ersten großen Abenteuer an dem Abend als mein Schatz statt ankam als du eingeschlafen warst hatte dieser Verlust erlitten hattest er meinte du hättest ihm bis diesem Zeitpunkt schon längst etwas über deine Vergangenheit erzählt wenn du sie überhaupt selber kennen würdest er hat sich damals wirklich Sorgen gemacht wir hatten eigentlich ursprünglich geplant zu dir zu sagen sobald wir die dunkle Macht besiegt hätten damit wir dir helfen können etwas über deine Vergangenheit herauszufinden aber daraus ist offensichtlich nichts geworden ich brauchte schließlich verstand ich was geschehen war doch ein Teil davon verstand ich immer noch nicht aber wenn dieser Sam es an diesem Abend erzählt hatte vorher weiß er woher wisst ihr davon Latias und Latios die Erklärung war aber eigentlich auch logischer als erwartet Hydropia hat es mir einige Tage nach dem Tag X erzählt und ich habe es bevor wir zu euch gestoßen sind noch an Latios weitergegeben ich war mit ihren Antworten zufrieden und wollte einfach nicht mehr lange darüber reden also zu deiner Frage Latios ja das stimmt aber was hat das mit der dunklen Welt zu tun das ist gerade die Frage ich weiß es selber nicht aber es wäre möglich dass deine Vergangenheit und dein Gedächtnisverlust in irgendeiner Form mit der dunklen Welt im Zusammenhang stehen und ich bin mir sicher du bist nicht schwach aber du hast noch sehr viel ungenutztes Potential in dir du bist genau der Richtige für diesen Job ich sah ein dass es keinen Sinn hatte sich dagegen zu wehren ich würde diese Prüfung bestreiten müssen gut ich werde es versuchen aber wo genau befindet sich eigentlich das Portal in die dunkle Welt Latios wirkte sehr verlegen also das ist eine ganz doofe Geschichte es ist so das Portal liegt in einer versteckten Höhle direkt im Spiegelsee in Silberdorf äh was Silberdorf da hat sich doch die dunkle Macht eingenistet wie zur Hölle sollen wir dorthin gelangen Latios schien ebenso ratlos wie die anderen und der belastende Stille kehrte ein es dauerte ein paar Minuten bis Latios sich als Erste zusammen riss wisst ihr was wenn das Portal in Silberdorf ist dann gehen wir nach Silberdorf haben wir eine andere Wahl und sich wusste ich dass sie recht hatte doch trotzdem fragte ich Latios zur Sicherheit und man kann nicht von der Küste außerhalb von Silberdorf das Portal erreichen er verneinte nein die einzige Möglichkeit gegen den Auftrieb der am Grund des Sees herrscht anzukommen ist vom Hügel im Dorf mit vollem Anlauf ins Wasser zu springen nur dann kann man die geheime Höhle erreichen somit waren sämtliche andere Wege ausgeschlossen wir mussten nach Silberdorf dort den Hügel erreichen und den Auftrieb bezwingen so traten wir unsere Reise nach Silberdorf an die noch vorher werden würde als unsere vorherigen Abenteuer doch vorher gab Latios uns noch einen wichtigen Tipp aber passt auf wenn er versucht das Portal zu betreten wir werden ohne eine eigene dunkle Macht nicht in unsere Welt zurückkehren können sobald wir in die Höhle eingetaucht sind gibt es nur noch das Portal oder den Tod wir hatten uns noch keinen einzigen Gedanken darüber gemacht wie wir Silberdorf durchqueren konnten ohne entdeckt zu werden wir wussten nicht ob wir vielleicht sogar erwartet wurden wenn Nick Crossma der dunklen Macht von Latios Umschwung berichtet hatte dann würde sie sicher mit uns rechnen jedoch war Silberdorf nicht groß wir würden weniger als zwei Minuten benötigen um das Portal zu erreichen Kapitel 10 Im Kerker der Finsternis wir waren jedoch erfahren genug um nicht naiv in den Ortskern hinein zu laufen und zu hoffen dass niemand dort wäre Latios flog etwas voraus um aus sicherer Entfernung Silberdorf zu überblicken wir waren inzwischen nur noch wenige hundert Meter von der Stadt Grenze entfernt und warteten auf Latios Bericht es dauerte nicht lange bis er ankam es sind leider es ist leider genauso wie wir es erwartet hatten auf dem Stadtplatz stehen Massen von Sorak die auf unsere Ankunft warten und was jetzt wir wussten nicht wie wir an dieser Masse vorbeikommen sollten als Hydropi etwas vorschlug also ich sehe nur eine Möglichkeit zum Portal zu gelangen ich werde sie ablenken in der Zeit in der sie beschäftigt sind rennt die anderen zum Hügel und springen ins Portal wenn ich sehe dass ihr den Hügel erreicht habt folge ich euch wir alle waren sehr skeptisch mit diesem Plan aber wir wussten dass wir keine Wahl hatten Latias und Latios waren sehr groß sie würden Angriffen von großem Radius nicht ausweichen können ich und Günther waren diejenigen die den letzten Kampf bestreiten würden und dich musste noch eine dunkle Macht erkämpfen somit blieb nur noch Hydropi so trat unser Plan in Kraft Hydropi versteckte sich einige hundert Meter weg von uns im Gebüsch und raschelte mit den Ästen genau wie geplant hatten sprang die Zoroak sofort darauf an und rannten ins Gebüsch um Hydropi der tatsächlich außerplanmäßig bereits wieder bei uns war zu suchen wir rannten sofort in Richtung des großen Hügels als wir am Fuß ankamen waren wir spät worden eins der Zoroak hatte uns bemerkt wir waren jedoch schon so weit dass sie es nicht mehr schaffen wir uns einzuholen wir standen bereits am Rand der Klippe und meine Freunde stürzten sich in die Fluten als ich einen entscheidenden Fehler machte ich zögerte ich hatte Angst vor dem Sprung vor allem da ich ein Feuer Pokémon bin ich sprang als letzter ab und merkte bereits dass ich nicht so recht den Schwung hatte den ich brauchte der Auftrieb wurde stärker und stärker sodass ich kaum noch sank ich merkte wie ich hinter den anderen zurück fiel als Latios die Höhle erreichte Latias Günther und Hydropi folgten es war nur noch wenige Meter noch drei Meter zwei fast geschafft doch wenn es in dieser Welt so einfach Eingang doch ich kam einfach nicht voran ich versuchte verzweifelt den letzten Meter hinter mich zu bringen doch ich bekam keine Luft mehr nach wenigen Sekunden wurde mir schwarz vor Augen meine Freunde waren nun alle in einer finsteren Parallelwelt befangen und die einzige Hoffnung auf eine Rückkehr war es Prüfungen zu bestehen die nur ich bestehen konnte sie waren für immer dort gefangen und ich hatte sie im Stich gelassen mein Zögern war der Grund für den Welt Untergang ich weiß nicht wie viel Zeit verging bis ich tatsächlich wieder aufwachte ich fand mich in einer Zelle in einem fast komplett dunklen Raum wieder ich brauchte einen Moment bis meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten doch als es soweit war erspähte ich einen alten Bekannten auf der anderen Seite eines über meine Situation zu freuen du bist also doch noch am Leben schade eigentlich ich muss sagen euer toller Plan hat genial funktioniert deine Freunde hängen jetzt für immer in einer finsteren Welt voller gewaltbereiter Monster fest während du bei uns hier im Kerker verschmorst herzlichen Glückwunsch du Versager aber du kannst dich glücklich schätzen aus irgendeinem seltsamen Grund wollte der Meister dich nicht einfach ertrinken lassen frag mich nicht wieso aber es kann dir sowieso egal sein ich war nicht in der Laune einen Dialog mit einem Pokémon wie ihm zu führen ich sah ihm einfach zu wie er den Keller verließ als er die Tür schloss wurde es völlig finster doch obwohl die Situation in der ich mich befand keine gute war hatte es positive Seiten ich war am Leben wenn ich es irgendwie schaffen könnte zu entkommen dann könnte ich in die dunkle Welt reisen und unser Plan könnte wieder aufgehen bloß wie ich plante die nächsten Stunden hindurch wie ich es schaffen könnte zu fliehen doch was das anging sah es noch düsterer aus als in dem Raum in dem ich eingesperrt war ich konnte nichts sehen und außerdem würde ich nicht mehr ohne etwas zu trinken durchhalten zudem selbst wenn ich es irgendwie schaffen würde aus meiner Zelle zu kommen müsste ich noch aus dem Schloss der dunklen Macht fliehen was schier unmöglich war an jeder Ecke in jedem Flur mussten sich mehrere So Ork befinden noch während ich nachdachte hörte ich laute Geräusche aus den oberen Fluren viele Stimmen redeten wild durcheinander und knallende Schritte erschalten wenige Sekunden später schlug jemand die Tür in den Keller auf das was ich vor einigen Stunden nur als schmalen Lichtschein empfand blendete mich nun und ich musste mich erst wieder daran gewöhnen Necrozma trat wieder in den Raum und trieb ein Wesen vor sich her erbrüllte es die ganze Zeit an jetzt bewegt dich endlich du nutzloses Fehlexperiment wer seinen Meister enttäuscht bekommt das was ihm zusteht du wirst hier von niemandem mehr gebraucht ich sperrte das Monster in einer Zelle neben mir die mir bis zu diesem Zeitpunkt nicht mal aufgefallen war bevor Necrozma ging konnte er sich einen hämischen Kommentar mal wieder nicht verkneifen jetzt freu dich doch mal du Auserwählter der dunklen Welt jetzt musst du wenigstens nicht mehr alleine hier versauern ohne die jetzt hast du ja ein Wesen das nicht mal richtig sprechen kann mit diesen Worten verließ er den Raum ich wusste bereits ich hatte dieses Ding schon irgendwo gesehen aber ich wusste nicht wo es sah nicht aus wie ein normales Pokémon eher wie ein Mutant noch bevor mir einfallen konnte woher ich es kannte sprach es mich an zwar nicht in normalen Sätzen aber ich verstand den Sinn seiner Fragen und Aussagen du Flöink ich war überrascht dass es meinen Namen kannte ja der bin ich woher kennst du meinen Namen als es antwortete fiel es mir wie Schuppen von den Augen ich gehört öfters damals als diese Form mein Körper geworden ich Angst mir fremdes Pokémon über den Weg gelaufen ich erschrocken ich angegriffen ein fremdes Pokémon wegen meiner Angst dann du mich aufgehalten von angreifen ich weggerannt habe gehört deinen Namen bei fliehen auch dunkle Masse oft reden über Freunde von dir und du dieses Wesen war das Monster das ich vertrieben hatte als ich Bisasam kennengelernt habe tut mir leid ich wollte dich nicht erschrecken nichts schlimm es nur Schock war nichts wehgetan es war zwar etwas schwierig doch ich merkte auch wenn es vielleicht nicht so aussah war dieses Wesen tatsächlich sehr freundlich und man konnte gut mit ihm reden wir kamen in ein Gespräch und warum bist du jetzt hier vor etwa einem Jahr die dunkle Masse nicht gefunden mir gemacht Angebot für ich Rechen an Pokémon wo wir geben mir diese Körper jetzt vor wenige Tage ich getroffen und gekämpft diese Pokémon ich versagt dunkle Masse mich gerettet bevor Schlimmeres jetzt diese Pokémon gegeben mir diese Körper rechte Hand von dunkle Masse mich eingesperrt weil mein versagen ich nichts erfüllt meine Mission ich begann zu verstehen damals als ich Bisasam vor diesem Wesen gerettet hatte hatte ich keine Idee was es war oder woher es kam aber nun verstand ich es es war Nick Krossmers schuld wie vieles anderes wenn ich in dieser Zeit nur daran dachte dass er mir leid getan hatte als ich herausstellte dass er nicht der schuldige für die Verfinsterung des Planeten ist dieses Pokémon verdiente nichts außer den Tod ich wollte in diesem Moment jedoch nicht so viel nachdenken weshalb es mir sehr gelegen kam dass dieses Wesen sehr interessierend an unseren Abenteuern war ich erzählte ihm von dem was wir gesehen hatten und erlebt hatten von den Freunden die ich gefunden hatte und verloren hatte von den vielen neuen Erkenntnissen mir wurde erst während diesen Stunden bewusst wie viel ich überhaupt über all die Zeit gelernt hatte die wir bereits dieses Abenteuer durchmachten gerade als es am spannendsten wurde als ich von Günthers und Lord Eckes Schlacht gegen die dunkle Macht redete kam Nick Schossmer mal wieder herein und unterbrach meiner Erzählung ach das ist ja toll zu sehen die beiden Fehlexperimente mögen sich wenn man so redet erfährt man viel darüber was für ein Arschloch du wirklich bist Nick Schossmer ich frag mich wie du mit dem gewissen abends überhaupt einschlafen kannst ich habe keine Fehler in meinem Leben gemacht der Körper von dem Fieder ist nicht meine schuld und wenn sie hier wäre dann könntest du Bialatias fragen und ich bin einfach der einzige von euch Narren der schlau genug ist auf seinen Überlebensinstinkt zu hören als ob so ein paar lächerliche Pokémon eine Chance gegen einen dunklen Gott hätten Während ich und Necrosma uns Beleidigung an den Kopf warfen saß das verunglückte Sorok einfach still da als Necrosma nach einer gefühlten Ewigkeit endlich wieder verschwand begann es sich zu freuen als ich fragte was denn an der Situation so toll war überraschte mich dieses Wesen ein weiteres Mal Necrosma nicht wissen ich Fähigkeit von Sonnenlicht Kollektor durch Gase ich gesammelt Lichtstrahl während ihr gestritten heute Nacht wenn draußen ruhig ich konzentrieren Licht auf Zelle und dein Feuer dann stark genug für schmelzend Gitter ich konnte über dieses Wesen einfach nichts als staun somit warteten wir die Nacht ab sobald keine Geräusche mehr aus dem Obergeschoss erklangen warteten wir noch einige Minuten dann setzten wir unseren Plan in die Tat um es klappte alles perfekt mein Feuer alleine hätte nie im Leben ausgereicht um so ein stabiles Gitter zu schmelzen doch in Verbindung mit der Hitze eines gebündelten Lichtstrahls sah die Situation komplett anders aus wir hatten nur genug Licht für eine der Zelltüren daher schmolzen wir die Gitterstäbe meiner Zelltür an damit ich heraus schlüpfe und den Schlüssel für die andere Zelle der an der Wand hing holen und meinen neuen Freund befreien konnte wir flohen einfach so schnell wie möglich aus dem Schloss es weit war Mitternacht als wir schließlich gemeinsam auf dem Hügel vor dem Spiegel See standen wir wussten beide was nun war fürs erste mussten wir Abschied nehmen ich musste in die dunkle Welt reisen doch das Zora konnte aufgrund seines Körperbaus kein bisschen schwimmen somit war es ihm wenn es überhaupt gewollt hätte nicht einmal möglich mit zu kommen also ich denke es ist Zeit sich für das erste zu verabschieden stimmt du recht aber irgendwann wir werden wiedersehen floink einerseits war die Atmosphäre toll der rote Mond den man seit der Herrschaft der dunklen Macht immer sah schien mitten auf den Spiegel See es war dadurch angenehm hell aber nicht zu hell es herrschte ein angenehmes Zwielicht trotzdem fiel es mir schwer mich schon von meinem neuen Freund zu verabschieden ja irgendwann werden wir uns wiedersehen sobald die dunkle Masse ein für allemal aus dem Weg geschafft ist was wirst du an dieser Zeit eigentlich machen ich bekam eine schnelle aber sehr unerfreuliche Antwort gar nichts genau wie du ich muss euch fast dankbar für eure jämmerliche Flucht sein ich wollte euch beide sowieso schon die ganze Zeit los werden aber der Meister war dagegen aber auf so einer Flucht kann man sehr leicht verunglücken falls ihr das noch nicht wusstet Necrozma der Verräter hatte unsere Flucht bemerkt und stand nun am Rande des Hügels du verschwinde von hier du kannst uns hier draußen nichts anhaben wir sind in der Überzahl und noch dazu sind wir sowieso stärker als du aber wenn du sich endlich an dir zu rächen und ich kann es auch kaum erwarten dieser Sam zu rächen Necrozma wirkte wie eigentlich zu erwarten war nicht ansatzweise angeschüchtert ihr wollt euch also wirklich mit mir anlegen willst du etwa so dringend wieder zu deinem tollen Freund dieser Sam Floreng mit dieser törichten Frage hatte er alle Grenzen die es für mich gab erneut überschritten wie schon zuvor erwähnt war ich an sich ein sehr gelassenes Pokémon aber was Necrozma dieser Sam anging riss mein Geduldsfaden nach den neuesten Geschehnissen sehr schnell ab ich sprang bereits auf ihn zu doch eine Art Barriere hielt mich von ihm ab ihr beide habt einen riesigen Fehler begangen ihr habt mich den König des Zwielichtes heraus gefordert und das in meinem eigenen Element dies zusammen mit der Kraft meines Meisters ergibt eine Macht die nur von ihm selber übertroffen werden kann dieses Mal wird kein lächerliches Pokémon diese Macht besiegen die Macht des heiligen Drachen Ultra Necrozma auf auf einmal schossen von links und rechts strahlen in seinen Körper ein strahl aus purem Schatten der andere aus reinem Licht Necrozma vollzog eine Verwandlung die erst einmal je von Pokémon gesehen wurde von Günther Lord Ecke und Latias doch der Ultra Necrozma der uns gegenüber stand war ein anderer als jener von damals es war eine finstere Form die Macht des Zwielichtes gepaart mit der der Finsternis sein Aussehen war anders als in Günthers Beschreibung dieser Ultra Necrozma war dunkel grau seine Augen leuchteten blutrot und jetzt stirbt durch die wahre Macht eines Königs es kam zu einem besonderen Kampf ein Wesen dem sein Körper genommen wurde und ein verratener Auserwählter kämpften zusammen gegen den finsteren König des Zwielichtes ich dachte es wäre die Zeit gekommen meinen besten Freund zu rächen wir mussten Ultra Necrozma besiegen damit würden wir die dunkle Macht schwächen können und meine Reise in die dunkle Welt würde wahrscheinlich nicht noch einmal schief gehen doch es stellte sich sehr schnell heraus dass ich zu optimistisch in einen Kampf wie diesen gegangen war ich war anfangs nicht zu übermütig mit dem Gedanken dass ich war anfangs zu übermütig mit dem Gedanken dass ich ja nicht umsonst der Auserwählter dunklen Welt sein konnte doch selbst wenn dies der Fall war mein bisschen Kraft zusammen mit der des Sorak schien nicht ansatzweise an die Zwielichte gemacht mit Crossmas heranzureichen ich alle drei als zumindest halbwegs normale Pokémon es schaffen konnten in Schach zu halten dann musste seine jetzige Macht ungefähr 100 mal stärker sein zudem war Necrozma auf eine solche Größe herangewachsen dass wir auf dieser Klippe fast keinen Raum hatten seinen Angriffen auszuweichen unsere Attacken hingegen prallten jedoch auf eine Höhle ein Schutzschild beschützte Necrozma vor jeglichen Schäden ergriff so mächtig und auf so große Fläche an dass sich der Schaden auf unserer Seite immer weniger in Grenzen hielt ich konnte nicht mehr kämpfen Necrozma schien sein Ziel erreicht zu haben er würde nie die Strafe bekommen die für alles zustand die dunkle Macht würde diese Welt vollständig vernichten während all meine Freunde in einer völlig anderen fremden Welt feststeckten und nie erfahren würden was mit mir geschehen war zu fallen dass ich am Ende war dann tat es etwas dass weder ich noch Necrozma wartet hätten mit seiner immensen Kraft hob es mich einfach in die Luft als wäre es das einfachste der Welt und warf mich mit voller Wucht in den See hinein alleine durch die Wucht des Wurfes wurde ich so weit in die Tiefe des Wassers geschleudert dass mir ich wusste dass mein neu gefundener Freund vermutlich jetzt schon nicht mehr im Leben war Necrozma hatte mir innerhalb von wenigen Tagen zwei Freunde genommen als ich in das Portal eintauchte drehte sich die ganze Welt um mich herum bevor alles verschwamm Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition Returns Shattered Dreams Kapitel 11 Eine zerstörte Welt Floink komm schon wach auf bitte Floink das erste was ich wahrnahm als ich wieder zu Bewusstsein kam war diese Stimme eine Stimme die ich mehr als gut kannte mein Kopf dröhnte wie verrückt aber ich schaffte es trotzdem aufzustehen Floink endlich bist du wach was ist denn passiert bevor ich antwortete stellte ich erst einmal eine Frage wie lange nach euch bin ich hier angekommen wie ich mir bereits gedacht hatte antwortete Latios mir tatsächlich dass es nur wenige Stunden gewesen waren somit bestätigte sich meine Annahme dass in einer zerstörten Welt die Zeit deutlich langsamer floss als in unserer noch normalen Welt wir befanden uns in einer kleinen Höhle am Rande eines Waldes als Hydropia und Günther die gerade die Gegend observiert hatten zurückkehrten begann ich zu erzählen ich erzählte ihnen wie ich es nicht geschafft hatte das Portal zu erreichen wie ich mich im Kerker der dunkle Macht wiederfand wo ich Nekrosma wieder traf von meiner Begegnung mit dem Soruag von unserer neugeschlossenen Freundschaft unserer Flucht und schließlich vom finsteren Ultra Nekrosma interessiert war vor allem über das Tempo der Zeit in den beiden Welten erstaunt war Victor Latias sehr schockiert Nekrosma kann mithilfe der dunkleheit einen stärkeren Ultra Nekrosma beschwören und das überall wo er will das ist ein Problem das wir keinesfalls außer Acht lassen dürfen Ultra Nekrosma ist als Feind bereits eine Klasse für sich aber das ich ging optimistisch an die Sache heran vor allem war ich fest entschlossen diesem Verräter seine gerechte Strafe zuzuführen nun hatte Nekrosma mir immerhin schon meinen zweiten Freund genommen noch mehr konnte ich nie im Leben zulassen sobald wir unsere dunkle Macht haben werden wir ihn auch in dieser Form bezwingen können die anderen schienen etwas überrascht von meiner Einstellung es freut mich dass du das ganze so optimistisch siehst du hast vollkommen recht Floreng dazu noch heute zur ersten Prüfung zu reisen doch vor unserer Abreise stellte ich meinen Freunden tatsächlich eine Bedingung auch wenn ich nie dachte dass ich so etwas hier tun würde aber es ist mir egal was passiert sobald wir unsere dunkle Macht haben will ich mich zuerst an dem Verräter der mir schon mehrere Freunde genommen hat rechnen rechnen bevor wir uns um die Wurzel des dunkle Welt grundsätzlich genauso aufgebaut war wie unsere Welt die Prüfungen würden ebenfalls an denselben Stellen stattfinden somit hätten wir eine lange Reise vor uns da wir durch das Portal an die Stelle gelangt waren an der es auch in unserer Welt lag nur dass zum Glück der See schon lange ausgetrocknet war wir entschieden uns es genauso zu handhaben wie damals bei Günthers großem Abenteuer unser erstes Ziel waren die Ruinen von Schatzstadt wo wir lagern wollten von dort aus würde ich mich alleine nacheinander zu den drei Zielen aufmachen ich wusste nicht wo sich welche Prüfung befand oder wer die Wächter waren deswegen entschied ich mich völlig mutwillig für eine Reihenfolge so entschied ich mich zuerst in den Wald der verlorenen Seelen dann zum finsteren Riss und zum Schluss zu den Ruinen der Zeit zu heraus zu finden welcher der Orte welchen in unserer Welt entsprach während wir uns auf dem Weg nach Schatzstadt machten übernahm ich die wichtige Rolle die Günther in unserem letzten Abenteuer auf diesen Reisen übernommen hatte ich war in Gedanken versunken machte mir über alles Sorgen und sprach kein Wort während die anderen sich Gedanken machten ob ich am liebsten einfach gebrüllt nichts ist in Ordnung ich habe innerhalb der letzten zwei Tage zwei Freunde verloren und nun bin ich auf dem Weg zu unsagbar schweren Prüfungen die ich alleine bestehen muss damit wir den Hauch einer Chance haben die Finsternis selber zu besiegen obwohl ich keine Idee habe wie ich auch nur den Bruchteil einer Prüfung überleben sollte aber ich wusste dass es nichts half und ich wollte meinen Frust nicht an ihn auslassen ich musste mich den Prüfung sowieso stellen ob ich wollte oder nicht deswegen antwortete ich einfach kurz analog naja klar ich wusste dass die anderen mir das nicht abkauften während unserer Reise durch die dunkle Welt sahen wir nicht ein einziges Pokémon sie alle waren aus dieser Welt ausradiert worden ohne Chance auf eine Rettung nur manchmal sahen wir in der Ferne merkwürdige unförmige Schatten sobald sie uns sahen lösten sie sich jedes Mal in Luft auf es war für uns alle sehr schwer sich in irgendeiner Form zu orientieren da das Land durch das wir liefen nicht aus Wäldern Flüssen Bergen und Wiesen bestand sondern alles eine pure kahle Einöde war nach vielen Stunden Fußmarsch erkannte Günther in der Ferne eine Ruine da vorne das muss Schatzstadt sein wir verbrachten nicht viel Zeit damit uns dort umzusehen was unter anderem daran lag dass es eben nichts zu sehen gab alles war zerstört und vereinsamt doch wir hatten Glück anders als in unserer Zeit wurde die Toheido Klippe hier nie zerstört somit hatten wir einen Ort an dem wir in Sicherheit unser Lager aufschlagen konnten kaum waren wir angekommen schabte ich etwas aus dem aus etwas des herumliegendes ein neues ein improvisiertes Bett und legte mich hin ich wollte nicht schlafen ich erwartete auch nicht das zu können ich wollte einfach meine Ruhe und wenn ich so tat als würde ich schlafen würde ich sie zumindest für eine gewisse Zeit haben den anderen ging es in der Form gleich wie mir dass sie alle nicht müde genug waren um schlafen zu gehen sie setzten sich im Kreis auf die andere Seite der Klippe um mein Lagerfeuer als die auf der ich lag obwohl ich es nicht bemerkt hatte hatte die Anstrengungen des Fußmarsches die Zeit im Kerker und des Kampfes im gegen Ultranecrosma weit mehr an meinen Kräften gezerrt als ich dachte ich schlief bereits nach wenigen Sekunden ein ich weiß nicht wann genau ich wieder aufwachte aber ich hörte dass die anderen noch redeten ich war fast zu weit gewesen aufzustehen und mich zu ihnen zu gesellen als ich heraus hörte dass es in ihrem Gespräch um mich ging es kam mir zwar falsch vor aber ich tat so als würde ich noch schlafen und belauschte sie irgendwie müssen wir ihnen doch bei diesen Prüfungen helfen können es nicht so dass ich nicht glaube dass Florent stark ist aber ich denke ehrlich gesagt nicht dass er einer riesigen Aufgabe wie dieser gewachsen ist warum sollte er nicht dazu in der Lage sein ich habe es immerhin auch geschafft ja meine Prüfung war nicht so schwer wie seine sein werden aber ihr wird das schon hinkriegen naja ich bin mir da auch nicht so sicher du bist immerhin ein Mensch was hat denn das damit zu tun Menschen sind nicht stärker als Pokémon sie können nicht stärker zuschlagen halten mehr aus sind schlauer schneller oder taktischer ich habe das Gefühl dass Pokémon oft die Macht von Menschen überschätzen wir sind auch nur normale Lebewesen das ist jetzt absolut egal und nicht das Thema Leute das Thema ist und bleibt Floink ich bin ehrlich als ich nur seinen Namen kannte und die Verbindung die ich damit hatte als Auserwählter der dunklen Welt habe ich mir ja auch jemand anderen vorgestellt aber die dunkle Macht schien fast Angst vor ihm und du Günther die einzigen wären die gefährlich werden könnten ich versuchte es sinnvoll zusammen zu bringen doch was Latios sagte gab im Vergleich zu den Taten der dunklen Macht keinen Sinn wenn sie so eine Angst vor mir hatte weshalb würde sie mich dann nicht einfach ertrinken lassen ich grübelte über diese Frage nach während das Gespräch auf einmal in eine ganz andere Richtung abdriftete es ist sowieso wie wir vorhin gesagt haben Florent darf diese Prüfungen nicht bestreiten vergesst nicht was wir alles besprochen hatten wir sind jetzt dran der dunkle Macht mal unter die Arme zu greifen du hast recht Günther aber wie können wir dafür sorgen dass er die Prüfung nicht bestreitet er wird sich nicht davon abbringen lassen das stimmt genau das ist der Punkt wir müssen irgendwie aus dem Weg schaffen das Ganze muss einfach wie ein Unfall aussehen ich weiß immer noch nicht so recht es fühlt sich irgendwie nicht richtig an so darfst du nicht denken Latios er wird es sicher verstehen aber wir waren uns bis vorhin noch alle einig dass Florent diese Prüfung nicht bestreiten darf sie entschieden sich dafür ihren Plan so umzusetzen wie sie besprochen hatten ich wusste nicht was das hieß aber ich wusste ich hatte ein riesiges Problem sobald Günther begonnen hatte darüber zu reden dass ich die Prüfung nicht bestreiten durfte fiel es mir schwer sie weiter zu verfolgen ich musste mich anstrengen damit sie nicht bemerkten dass ich wach war damit sie meine Angst nicht bemerkten nun war ich also an diesem Punkt angekommen ich konnte niemandem mehr vertrauen nach Nick Rossma folgten nun auch all meine anderen ehemaligen Freunde der dunklen Macht sie alle waren dreckige Verräter sobald sie einschliefen würde ich verschwinden und vorher den Ausgang zur Klippe blockieren ich durfte keine Spuren hinterlassen alles stand auf dem Spiel sie waren zwar dreist aber nicht dumm sobald sie meine Abreise bemerkten würden würden sie wissen dass ich zu den Prüfungen unterwegs war sobald sie eingeschlafen waren stand ich auf und schlich mich leise hinaus die traurigen Überreste der Häuser reichten um sie mindestens für ein paar Stunden gefangen zu halten nun befand ich mich also auf der Flucht ich war verraten worden ich war der letzte der noch für das Licht unserer Welt kämpfte auch wenn ich wusste ohne den Aussahwerten des reinen Elements würden meine Sieges Chancen gegen die würde wenn ich das Licht retten wollte müsste ich die Prüfung dieser Welt bestehen noch eher als ich es vorher musste ich würde mich an allen rechnen die mich verraten hatten die dunkle Macht bezwingen und schließlich ein neues Leben anfangen an einem neuen Ort mit neuen Freunden und vergessen was mir widerfahren ist ich will einfach nur ein ruhiges Leben und dafür machte ich mich zur ersten Prüfung auf in Richtung des finsteren Riss ich hatte mich dazu entschieden eine andere Reihenfolge zu nutzen da die Verräter natürlich bei den Prüfungen suchen würden sie wussten in welcher Reihenfolge ich sie machen wollte deswegen war es am schlauesten sie zu ändern da ich mich beeilte dauerte es nicht lange bis ich beim finsteren Riss ankam ich war beeindruckt von diesem Phänomen wie alle bekommen nur Lord Eck hatte dies schon geschafft ich musste unweigerlich darüber nachdenken wie er es wohl verarbeiten würde wenn alle mit denen wir beide gereist waren bald fort waren doch zuerst musste ich ihn retten mit diesem Gedanken sprang ich in einen finsteren Riss hinter ihm lag nur ein kleiner Raum Kapitel 12 das Void außer mir konnte ich in diesem Raum kein anderes Pokémon entdecken doch es standen Steinfiguren von verschiedensten Pokémon in einer Ecke des Raumes ich war etwas verwirrt da ich ohne einen Wächter keine Prüfung bestreiten konnte doch auf einmal öffnete sich ein rot schwarzes Loch auf dem Boden und ein riesiges fliegendes Pokémon schoss heraus wer bist du und was suchst du an diesem Ort Fremder ich suche den Wächter der Prüfung ich will den Splitter der Unkel Macht erkämpfen das Pokémon sah er sagte erst mal gar nichts sondern sah mich verwundert an auf einmal begann es sich über mich lustig zu machen du willst diese Prüfung bestreiten ist das ein Scherz dir muss doch selber klasse das ein Pokémon wie du hier keine zwei Sekunden überlebt ich meine siehst du nicht die Statuen dort drüben Gewaldro Entei und Glurak sie alle waren so viel mächtiger als du es je sein wirst was haben denn deine Statuen damit zu tun dass du mich unterschätzt verstehst du es nicht sie haben alle diese Prüfung bestritten diese Statuen sind alles was übrig bleibt wenn einem Pokémon die Lebensenergie entzogen wird ich sah noch einmal in die Ecke so viele und so mächtige Pokémon waren bereits gescheitert was war wenn ich wirklich keine Chance hatte diese Prüfung zu bestehen wenn die anderen mich angelogen hatten um mich ins Verderben zu stürzen doch andererseits ergab das keinen Sinn sie stehen offensichtlich erst seit sie in dieser Welt ankam auf der Seite der dunklen Macht doch Latios hatte mir bereits vorher von meiner Rolle als Auserwählter erzählt außerdem haben sie ja ausdrücklich davon gesprochen dass ich diese Prüfung nicht bestreiten dürfte und das musste einen Grund haben ich wusste ich war vielleicht nicht so mächtig wie diese Pokémon dort doch ich hatte eine besondere Macht in mir die sie übertraf ich musste die Prüfung bestreiten und meine Freunde die nicht sie waren zu schwach ich werde deine Prüfung angehen und bestehen und das Pokémon sah mich erneut verwundert an doch dieses Mal brach es nicht in Gelächter aus du meinst das wirklich ernst also dein Selbstbewusstsein muss man dir lassen kleiner oder es ist einfach nur Torheit aber gut wenn du darauf bestehst dann werde ich die Weltall dich deiner ersten Prüfung unterziehen bevor ich flog er hoch in die Lüfte und schoss ein Strahl auf mich hinab ich schloss meine Augen und als ich sie wieder öffnete befand ich mich in einer seltsamen kargen Welt ich hörte die Weltalls Stimme du befindest dich nun am Ort anders als deiner Vorgänger du wirst es sowieso nicht schaffen also viel Spaß in den letzten Stunden deines Lebens dann war seine Stimme weg ich befand mich nun in einer kargen Gegend mit vielen Felsen mit dem Ziel sie irgendwie wieder zu verlassen ich hielt es für das schlaueste einfach dem Weg zu folgen irgendwann musste es mich zu einem Ausgang führen doch bevor ich losging warf ich einen Blick hinter mich was ein Fehler war dort lagen Skelette ich erkannte ein Glurak und ein Gewaldro die die Ivelta mir als Statuen gezeigt hatte sie waren wirklich gescheitert ich wusste nicht was mich in dieser Gegend erwarten würde doch ich rechnete mit dem schlimmsten ich folgte dem Weg in eine kleine Höhle in ihr befand sich überhaupt nichts doch ich hörte Stimmen den Wänden abbreiten ich musste genauer hinhören um zu verstehen was sie sagten er darf diese Prüfung auf keinen Fall bestreiten in dieser Welt gilt das Recht des Stärkeren und ich bin kein Narr ich schließe mich dem Stärkeren an viel Spaß noch beim sterben wir sind bestimmt irgendwann in der Hölle wieder das Ganze muss einfach wie ein Unfall aussehen du bist schuld an allem dass ihr Versager seid weiß ich bereit all diese Sätze waren mir bekannt so viele bekannte Stimmen die mir aufs Neue klar machten wie viele Fehler ich in meinem Leben begangen hatte es gesellten sich mit der Zeit jedoch auch Geräusche und Stimmen dazu die von außerhalb der Höhle zu kommen schien ich wollte nachsehen was es war ich hatte die Hoffnung dass es ein Überlebender sein könnte der mir helfen konnte aus dieser Welt zu entkommen und deswegen versuchte ich die Stimmen zu ignorieren auch wenn all die Sätze weiterhin in meinem Kopf herum schwirrten ich trat aus der Höhle und konnte nicht fassen was sich dort abspielte ich sah zwei bekannte Gesichter dort vor der Höhle standen Nick Schrossmer und Bisa Sam sie schienen nichts von meiner Anwesenheit mitzubekommen es spielte sich eine mir zu bekannte Szene vor mir ab ein Kristall schoss aus dem Boden direkt in Bisa Sam Herz er ging zu Boden ich konnte schwer atmen geschweige denn mich bewegen die Situation einmal zu erleben war viel zu viel für mich gewesen doch ein zweites Mal Nick Schrossmer verschwand im Boden und der schwer verletzte Bisa Sam begann mit mir zu reden doch dieses Freund warum hast du mich nicht gerettet er hatte sich nicht schwach an nicht wie das letzte Mal doch ich hingegen bekam kein Wort heraus jedoch lag das nicht an meinem Schock meinem Frust oder was sonst Dingen ich schaffte es einfach nicht irgendetwas hielt mich davon ab nach allem was ich für dich getan habe ich war immer da als du Hilfe gebraucht hast und ich kann mich nicht einmal auf dich verlassen wenn es um mein Leben geht ich wollte antworten sagen dass alles gelogen war es geschah alles einfach so plötzlich ich hätte etwas getan wenn ich die Zeit dazu gehabt hätte doch ich konnte nicht reden und dieser Sam sprach weiter ich versuchte zu fliehen doch auch das ging nicht nach einiger Zeit hatte ich die Hoffnung es wäre vorbei dieser Sam redete leiser und leiser bis er schließlich verstummte und regungslos auf dem Boden lag ich war immer noch schockiert von der Szene deshalb entschied ich mich zu versuchen es zu vergessen und weiter zu gehen ich konnte inzwischen wieder reden und laufen und trat voran als ich schon beinahe aus der Sicht weite kam hatte ich das Gefühl etwas würde sich bei dem Bisasam hinter mir abspielen als ich mich umdrehte Pokémon und kein Bisasam ich bekam eine Gänsehaut und versuchte zu rennen doch nach wenigen Metern schoss etwas vor mir aus dem Boden es war ein Knix Schlossmer und ein Bisasam das Bisasam sah schwarz und unförmig aus die grell rot leuchtenden Augen und der zerfetzte Körper erheiterten den Anblick nicht gerade in dieser Welt gilt das Recht des stärkeren du wirst es bereuen mich im Stich gelassen zu haben im nächsten Moment griffen mich die beiden Pokémon an um mich herum war alles dunkel ich versuchte all das zu verstehen was passierte warum Sabisa sah mich als Verräter hatte er auch all diese Stimmen gehört die von meinen Fehlern zeugten war ich wirklich so ein schlimmes Pokémon mein Kopf begann zu kreisen ich sah seltsame Form um mich mein Kopf hörte auf zu schmerzen die finsternis um mich herum wurde heller es ist alles nur eine illusion das Void versucht die Pokémon um ihren Verstand zu bringen dieser Sam hat selber gesagt er sei einfach nur dankbar gewesen für alles und jetzt darf ich mich nicht von solchen Tricks hereinlegen lassen ich muss ihn rächen und Zoroak und mich selber im nächsten Moment hörte ich Stein zerbröseln ich fand mich wieder in Ivelthals persönlicher Opfersammlung er selber war ebenfalls noch im Raum und zuckte zusammen als er das bröseln hörte um mich herum lagen Steinsplitter ich hatte es geschafft aus dem Void zu entkommen Ivelthal sah zu mir was du hast dich befreit du mit einem mal änderte sich sein gesichtsausdruck von erstaunt zu erzürend noch niemand hat seine persönliche Hölle je lebend verlassen sie alle waren zu schwach du kannst nicht der einzig wahre sein ich werde das nicht akzeptieren beweise mir deine Macht höchst persönlich mit diesen Worten griff Ivelthal Wächter eines Splitters der dunklen Macht ein legendäres Wesen der dunklen Welt mich an die Prüfung war noch nicht zu Ende der Kampf war nicht so ungleich wie er auf den ersten Blick schien trotz dessen dass Ivelthal solch eine Macht besaß kam ich gut gegen ihn an da ihm seine Macht Lebenskraft zu stehlen nichts gegen mich half ich hatte das Volt überwältigt somit hatte es keine Wirkung mehr auf mich zudem war der Raum für so ein riesiges Pokémon wie ihn zu klein zum Ausweichen dies waren aber auch die einzigen Punkte die in diesem Kampf für mich sprachen trotz seines Mangels seiner besonderen Fähigkeit hatte er die Macht des Unlichts auf seiner Seite und konnte tückisch und plötzlich zum Angriff ansetzen ich selber musste erst einmal genau lernen was für Attacken ich überhaupt beherrschte da ich zuvor seit ich denken kann noch nie gekämpft habe es verlief trotzdem besser als ich dachte was wohl daran lag dass ich aus den wenigen Minuten der Schlacht gegen Ultranecrosma zumindest ein wenig Kampferfahrung mitgenommen hatte Ivelte schien nicht wirklich zu wissen was er tun sollte jedoch war er fest entschlossen mich zu besiegen er konnte und wollte nicht akzeptieren dass ich der Auserwählte sein sollte ich selber glaubte inzwischen an mich und daran dass ich es schaffen könnte trotz dessen dass ich anfangs dasselbe dachte wie Ivelte ich agierte ausschließlich mit meinem Flammenwurf da alles andere nicht in solche Höhen angreifen konnte wie die in der sich Ivelte befand der Kampf schien ewig zu verlaufen und nichts geschah doch Ivelte schien dies genauso zu empfinden und wollte dem ganzen ein Ende setzen es reicht ich habe genug mit dir lächerlichem wesen gespielt der ganze raum wurde finster doch in Ivelte hals richtung konnte ich ein lilanes schimmern erkennen es wurde größer und größer es war beinahe zu spät als ich realisierte was er da tat es war wie eine schock reaktion dass ich direkt vor mich zuschlug doch ich traf exakt die energie kugel die Weltall auf mich geschleudert hatte und schoss sie zurück ich hörte einen dumpfen knall als die Weltall auf den Boden krachte dann wurde der Raum wieder hell also wirklich du bist der auserwählte es tut mir leid dass ich dich nicht akzeptieren wollte meister vor mir entstand ein strudel aus dunkler materie mitten in der luft er verdichtete sich weiter und weiter bis ein splitter der dunklen macht vor mir schwebte ich wollte es aufsammeln ihn aufsammeln doch ich konnte es nicht er flog direkt in meinen körper hinein und ich spürte eine unglaubliche macht eine schreckliche macht es war die dunkle macht wie ich sie kannte doch außer einem kurzen moment der sich anfühlte wie ein adrenalinschub geschah nichts die Weltall hatte aufgehört sich zu bewegen somit verließ ich den finsteren Riss kapitel 13 die zweite prüfung in der zer welt ich besaß nun endgültig einen splitter der dunklen macht ich konnte die erste prüfung bestehen ich konnte es selber einige zeit nicht fassen doch es war wahr ich hatte die macht die dunkle macht zu erkämpfen und mich an all den verrätern in dieser Welt zu rächen bevor ich das Wesen vernichtete das die Wurzel des Problems darstellte und dafür verantwortlich war dass ich alles verloren hatte ich versuchte noch einmal drüber nachzudenken was es alles genau war und kannten zu dem Schluss es wäre besser wenn ich nachdachte was mir noch blieb doch was war es sollte ich Erfolg haben wäre Lord Ecke der einzige Freund den ich noch hätte wenn überhaupt ich konnte nicht einschätzen wie er es denn überhaupt verkraften würde würde er es überhaupt verkraften würde er die Tatsachen in seinem Kopf verdrehen und mir die Schuld am Tod seines besten Freundes geben ich konnte die Prüfung nicht mit solchen Gedanken bestreiten deshalb konzentrierte ich mich auf das hier und jetzt doch bevor ich in Richtung der Ruin der Zeit aufbrach zu den Überresten des Zeiturms um meine zweite Prüfung zu bestreiten entschied ich mich einen vorsichtigen Blick nach Schatzstadt zu werfen hatten die Steine noch lange gehalten waren die Verräter noch dort ich vermutete es nicht doch vielleicht hatten sie ihren Standpunkt dort gehalten und ich fand vielleicht Spuren von ihrem derzeitigen Aufenthaltsort zumindest die letzte dieser Fragen konnte ich mir jedoch nach dem Besuch in Schatzstadt immer noch nicht beantworten als ich dort ankam waren die Felsen mit denen ich den Ausgang der Klippe versehen hatte alle fort kein Pokémon und kein Gegenstand befand sich mehr dort meine ehemaligen Freunde waren auf die Suche nach mir gegangen um der dunklen Macht zum Sieg zu verhelfen der Gedanke daran machte mich immer noch fertig all diese Pokémon waren meine Freunde gewesen sie hatten immer zu mir gestanden und selbst in den schwierigsten Zeiten gegen die Finsternis gekämpft sie waren diejenigen denen ich vertraut hatte doch nun musste ich einsehen auch sie waren alles nur egoistische Wesen die nur um ihre eigene Haut kämpften niemandem von ihnen war es je um etwas anderes gegangen sogar Günther der eigentlich so viel für uns getan hatte und damals sogar bereit war sich für uns zu opfern doch all diese Gedanken der Verzweiflung halfen mir kein bisschen weiter ich war inzwischen einen großen Schritt ohne sie gegangen doch ich dachte noch einmal anders über die Sache nach was wenn mich meine Freunde gar nicht verraten hatten zumindest nicht aus freiem willen wurden sie von irgendetwas kontrolliert doch ich dachte wieder an ihr Gespräch an jem Abend und verwarf diesen Gedanken wieder bevor ich in Richtung Ruin der Zeit zog als ich am Strand ankam zeigte sich ein großes Problem anders als in der normalen Welt in meiner Welt wartete hier kein Labras das mich in das verlorene Land und somit zum Zeit oder den Ruin verdammt warum hab ich da drin nicht gedacht irgendwie muss ich doch zu den Ruin kommen auf einmal schoss ein völlig unbekannt mir völlig unbekanntes Pokémon aus dem Wasser heraus Ruin meinst du etwa die Ruin der Zeit mir war dieses Wesen nicht geheuer deswegen antwortete ich etwas zögerlich zudem konnte ich nicht wissen ob meine ehemaligen Freunde vielleicht bereits Verbündete in dieser Welt hatten ja genau diese Ruinen meine ich weißt du etwas über sie ja ich kenne die Ruinen wie meine Westentasche ein unwirtlicher Ort in dem Raum und Zeit aus den Fugen geraten sind für viele Pokémon ein Albtraum für mich ein Paradies durch diese Aussage kam mir das Wesen noch suspekt davor doch nun wo ich mich darauf eingelassen hatte gab es sowieso kein Zurück mehr wie kommt man dorthin ich will die dortige Prüfung bestreiten nun starte mich das Wesen mit einem ähnlichen Blick an wie dem den die Welt anfang aufgesetzt hatte du willst die Prüfung machen das ist so irre mir gefällt die Idee ist zwar eigentlich nicht mein Bier aber wenn du Spaß daran hast dann werde ich dich dorthin bringen spring auf meinen Rücken zögerlich stieg ich auf und das Pokémon begann zu fliegen der Flug war sehr wackelig doch das Pokémon war so riesig dass es beinahe unmöglich war unabsichtlich von seinem Rücken zu stürzen während wir über das schier endlose Meer schwebten begann das Pokémon mir ein paar wenige Fragen zu stellen wie kommst du überhaupt die Idee ein Pokémon wie du könnte die Prüfung bestehen ich überlegte erst ob ich lügen sollte vor allem darüber dass ich bereits eine Prüfung bestanden hatte doch ich hatte das Gefühl diesem Wesen vertrauen zu können und blieb ehrlich nun es ist nicht lange her da ich von einem Pokémon welches ehemals mein Freund war und Informationen aus dem Expertenkreis hatte die Info erhalten dass ich angeblich der Auserwählte dieser Welt sein sollte weil ich eigentlich relativ schwach bin und nicht einmal besten Freund zu rächen er ist bei dem Anschlag eines Verräters um sein Leben gekommen und nur wenige Tage und nur wenige Stunden später hat dieser Verräter mir noch einen Freund genommen als ob das nicht schlimm genug wäre haben mich nun die Pokémon die ich ewig lange für meine Freunde gehalten habe verraten und sich auf die Seite des anderen Verräters und der Finsternis gestellt sie wussten lange Zeit nicht dass ich über ihren Verrat Bescheid weiß aber nun jetzt bin ich gefrohen um die Prüfung zu bestehen und ich spürte wieder eine finstere Resonanz aus meinem Körper hinaus und es scheint zu stimmen was ich erfahren habe es dauerte einen Moment bis das Wesen meine Geschichte wirklich verstanden hatte im Moment scheinst du ja nicht gerade Glück zu haben aber warum denkst du jetzt dass du der Auserwählte sein könntest nur wegen den Erzählungen von einem Pokémon das dich offensichtlich anlügt ich habe bereits eine Prüfung bestanden was du hast eine Prüfung bestanden welche es war die Prüfung im Void die von Iveltal unglaublich aber glaub nicht dass die anderen Prüfungen auch so einfach werden damit war die Unterhaltung beendet auch wenn die Prüfung im Void alles andere als einfach war und ich das zunächst auch noch sagen wollte ich muss danach wohl eingeschlafen sein denn irgendwann weckte mich dieses Pokémon wieder auf jetzt wach endlich auf ich hab nicht den ganzen Tag Zeit wir befanden uns nicht mehr im Flug sondern inmitten von Trümmern in einer merkwürdigen Umgebung sind das hier die Ruin der Zeit genau und hier willst du jetzt deine zweite Prüfung bestreiten richtig ja weißt du wo ich den Wächter der Prüfung finde anstatt zu antworten trat das Pokémon in die Mitte der Ruinen und begann wieder zu schweben somit ist es entschieden ich Geratina werde ich deiner zweiten Prüfung in der dunklen Welt unterziehen wenn ich heute darüber nachdenke weiß ich nicht weshalb doch ich war erstaunt dass gerade dieses Pokémon der Wächter der Prüfung sein sollte zu dem dass das ein Giratina war eines der berüchtigsten legendären Pokémon in unserer Welt der größte Feind des Gleichgewichts von Raum und Zeit der Gott der Zähr Welt ich konnte nicht glauben dass ich gerade erst ein normales sinnvolles Gespräch mit diesen Pokémon geführt hatte deine Prüfung wird simpel sagen wie sie klingt es geht um ein Haus Besuch bei mir du musst nicht so mit mir reden als wäre ich dumm meine Prüfung findet in der Zerrwelt statt das höre ich selber du bist schlauer als du aussiehst na dann legen wir los nachdem sich die gesamte Welt für wenige Sekunden im Kreis drehte sah meine Umgebung völlig anders aus der Himmel war dunkelblau nicht mehr rot wie zuvor überall schwebten riesige Felsen in der Luft als einzige Möglichkeit nicht ins Bodenlose darunter zu stürzen die Ratina schwebte immer noch vor mir doch es schien als würde sich etwas tun bevor ich mich versah vollzog er eine Verwandlung bei der er seine Beine verlor und durch tentakelartige Krallen ersetzte willkommen in der Zerrwelt diese Welt ist der Ursprung allen Lebens doch wurde von den Göttern verstoßen als die anderen Welten entstanden diese Welt ist die einzige in der alles ist wie es eins war so auch ich in meiner Urform tatsächlich fühlte ich selber mich auch anders es war ein Gefühl das mir gleichzeitig bekannt vorkam das ich andererseits noch nie verspürt hatte es war mächtig mächtig und doch finster und in dieser Welt deren Gott ich bin wirst du gegen meine wahre Form antreten und scheitern so wie alle mit diesen Worten begann meine zweite Prüfung in der dunklen Welt und ich wusste der Kampf gegen Giratina würde im Gegensatz zu Jem gegen Ivelta eine wahre Prüfung werden zumindest glaubte ich dass Giratina schien jedoch nicht an einen fairen Kampf zu denken er wollte die Vorteile die es mit sich bringt ein Gott zu sein so gut wie möglich nutzen bevor ich mich versah war Giratina vor meinen Augen verschwunden der Wirbel der das Bodenlose unter mir darstellte begann sich zu drehen und es schossen merkwürdige Formen heraus es waren normale Kugeln Würfel und ähnliches doch sie wirkten irreal und passten nicht in diese Welt zudem waren sie nur Gitterstrukturen die ohne jeglichen Sinn im Raum herum schwebten all diese Formen mit ihren verschiedenen Farben begannen um mich herum zu kreisen sie tat nichts doch Giratina war ebenfalls nicht zu sehen als er auf einmal in manchen der Formen zu erkennen war kaum entdeckte man ihn ein paar quadern befand er sich schon in den Pyramiden oder in den Kugeln ich wusste nicht wohin ich angreifen sollte oder was zu tun war auf einmal drehten sich die Spitzen der Pyramiden zu mir und schossen Laser auf mich ich konnte mich nicht bewegen und wurde verwundet während Giratina mich weiter mit seinen Tricks quälte doch in diesem Moment kam irgendetwas in mir hoch es schien als würde etwas entstehen ich feuerte eine gigantische Hitzewelle Uhrform schwebte wieder vor mir es reicht mit deinen schmutzigen Tricks jetzt kämpfen wir wie echte Pokémon Giratina schien ab diesem Moment in einer Art Schock Zustand gefallen zu sein er kämpfte zwar noch gegen mich an feuerte Spukbälle und Finsterauren doch er schien selber nicht an einen Sieb zu glauben nach wenigen Minuten bestätigte sich diese Vermutung die Zerwelt um uns herum verschwammen und wir standen wieder in Ruin der Zeit es reicht ohne meine Illusion bin ich machtlos ich weiß nicht wie du die Willenskraft aufbringen konntest sie zu bezwingen aber irgendwie hast du es geschafft er schien nicht groß daran interessiert zu sein mir noch etwas zu sagen denn im nächsten Moment stand ich wieder am Strand von Schatzstadt vor mir lag der zweite splitter der dunklen macht anders als ich erwartet hatte ebenfalls nicht schwer zu erkämpfen Kapitel 14 Schluss mit der Gnade doch eben dieser Gedanke zerrte weiterhin an mir beide bisherigen Prüfungen waren derart einfach gewesen dass irgendetwas nicht ganz korrekt sein konnte die letzte Prüfung im Wald der verlorenen Seelen musste etwas beinhalten was diese Prüfung seiner Herausforderung machen würde doch ich wusste ich sollte die letzte Prüfung auf den nächsten Tag verschieben die Sonne war bereits am untergehen ich entschied mich in der Tohaidu Klippe zu nach mir suchen würden dann war es dort wie erwartet war kein Pokémon in Schatzstadt oder vielleicht schon doch ich war nicht sicher was diese Schattenwesen die sich überall herum trieben nun waren ich machte mir noch ein Lagerfeuer an um ein paar Nöse zu braten bevor ich schlafen ging ich hatte niemanden mit dem ich reden konnte niemanden dem ich vertrauen konnte somit war das Lagerfeuer einfach nicht dasselbe wie all jene die ich über all meine Abenteuer hinweg bisher gesehen hatte ich sah hoch in den Himmel zwischen den dunklen Wolken kämpfte sich tatsächlich eine Art Vollmond hindurch es war beinahe so wie in den Nächten vor dem Tag X allein dieser Anblick sagte mir erneut ich müsse stark bleiben trotz allem was passiert war ich müsse kämpfen damit die Pokémon meiner Welt auch noch einmal so einen Vollmond sehen könnten ich war in diesem Abenteuer von so vielen Pokémon verraten worden aber ich hatte auch gelernt ich wusste nicht wie lange es dauern würde würde ich morgen scheitern oder würde ich bereits die dunkle Macht herausfordern würde ich eine Gelegenheit bekommen dieser Samen und mich selber zu rächen all dies würde sich innerhalb bevor egal welchen Ausgang es haben würde doch bei diesem Anblick kam mir nicht nur düstere kryptische Gedanken in den Sinn ich dachte auch an all die schönen Momente die ich mit meinen ehemaligen Freunden gehabt hatte wie sie mich alle begleitet hatten in einfachen sowie in schweren Zeiten wir waren immer füreinander da gewesen wir waren ein Team je mehr dieser Gedanken durch meinen Kopf schossen desto eher drängte sich meine Theorie von neulich zurück meine Freunde waren immer noch meine Freunde sie hatten mich nicht verraten das waren nicht sie selber und ich würde sie zurückholen ich würde sie nicht bekämpfen und vernichten ich würde ihnen helfen wieder auf den richtigen Weg zu rücken ihnen allen außer Nick Schors Ma er hatte zu viel getan es war schlicht unverzeihlich während ich ass einschlief am nächsten entscheidenden tag war der himmelgrau von regenwolken bedeckt wodurch der boden aus matsch bestand es war ein großer nachteil für mich da ich meine spuren nicht mehr richtig vermischen konnte somit würden es meine noch besessenen Freunde sehr leicht haben mich zu finden ich durfte ihnen nicht ohne die eigene dunkle Macht begegnen deshalb beeilte ich mich in den Wald vorzudringen dort schien alles so wie in unserer Welt auch es kam mir deshalb auch seltsam bekannt vor in einer Form bekannt die ich schwer beschreiben kann aus einer Höhle im Wald leuchtete ein Licht es war die Höhle in der ich auf der Suche nach den Seelensplittern aufgewacht war nur eben in dieser Welt und dort spielte sich auch meine letzte Prüfung der dunklen Welt ab ich trat in die Höhle und bekam den Schock meines Lebens halt reisender hier ist was das ist doch ein schlechter Scherz welcher Idiot schreibt das Drehbuch für so eine Kacke wo ist die versteckte Kamera Dark Rye der mir gegenüber stand schien nicht weniger verwundert als ich es war alles wie in meiner Welt jetzt sag schon dass das ganze nur ein dummer Gag ist Iveltal und Giratina haben mir von einem überaus mächtigen Pokémon berichtet und alles was ich zu sehen kriege bist du was soll das du hast keinen Splitter der dunklen Macht erkämpfen können dafür bist du zu schwach gib es zu ich entschied mich es ihm tatsächlich so zu sagen wie er es haben wollte und wie es zu meinem Vorteil war da ich hoffte er würde mir den Splitter einfach schenken so wie damals jen von Günthers Seele wer sind Giratina und Iveltal ich bin gekommen um meinen ersten Splitter der dunklen Nacht zu erkämpfen zu am ersten Moment tatsächlich so als würde ich mit dieser Lüge durchkommen so so das will natürlich Sinn ergeben mein Kampf erübrigt sich sowieso weiter als bis zur zweiten prüfen würdest du es sowieso nicht schaffen außerdem würde es dem nicht nur langweilen er bildete etwas in seiner Hand einen dunklen Splitter den letzten nötigen Splitter der dunklen Macht also spricht eigentlich nichts dagegen dass ich dir den hier einfach gebe ich freute mich innerlich bereits darüber mit meiner Lüge durchgekommen zu sein und den finalen Kampf bestreiten zu können doch auf einmal warf Darkrai den Splitter an die Decke wo er von einem dunklen Kraftfeld umgeben hängen blieb und das war Wort für Wort was du gehofft hattest dass ich sage gib es zu ich bin kein Narr ich weiß nicht wie du es geschafft hast aber ich kann genau die Präsenz von zwei splittern spüren du bist der auserwählte ob es mir passt oder nicht aber dieses mal musst du um dein Ziel kämpfen anders als damals bei dem Seelensplitter mir gefrore das Blut in den Adern Moment du weißt dass es sich um einen Splitter von Günthers Seele gehandelt hat warum hast du ihn mir dann einfach überlassen Oh Floink du wirst diese Welt nie verstehen das ganze Leben diese Welt ist eigentlich nur ein großes Spiel du denkst du bewirkst etwas doch eigentlich ist von Anfang an festgelegt was geschehen wird nur an wenigen Punkten haben wir Pokémon die Möglichkeit das Spiel zu beeinflussen solche Wesen wie die dunkle Macht wollen das Spiel beenden und somit ihre Existenz als Marionetten Wesen wie du strecken das Spiel in die Länge ihrer eigenen jämmerlichen Existenz wegen und dann gibt es noch solche wie mich die 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 Welt verstehen wir sind die Meister dieses Spiels wir nutzen es um uns zu unterhalten und hätte ich dich damals bekämpft und den Splitter nicht einfach gegeben dann wäre aufgrund deines jämmerlichen Zustandes damals das Spiel zu Ende gewesen und somit auch mein Vergnügen aber jetzt hast du die Macht von zwei Splittern der Finsternis jetzt kann ich also selber ein Teil meines eigenen großen Spiels werden es ist so spannend endlich kommt wieder Leben in das Ganze aber langsam wird es Zeit das Spiel umzuschreiben ich ich lasse es nicht enden wie die dunkle Macht ich strecke es nicht hinaus so wie du ich ändere es so wie ich es will und es wird langsam Zeit für eine neue Hauptrolle und eine neue Handlung im Geschehen würde ich dich gehen lassen würdest du gegen die dunkle Macht scheitern und alles wäre zu Ende aber das kann ich nicht zulassen an sich ist das Spiel derzeit so Parteien vernichtest dann gewinnst du wenn eine der anderen Parteien dich vernichtet gewinnt sie jedoch ist die Möglichkeit dass du gewinnst unrealistisch all das was Dakrai gesagt hatte änderte kein bisschen meine Sicht auf die Welt sondern auf dieses Pokémon Dakrai war mir noch nie geheuer doch nun war es für mich bestätigt er ist einfach geistes krank er hat eine derart verzerrte Sicht von der Welt er denkt er kann alles tun was er will und kontrolliert alles er denkt er sei der einzige der versteht wie unsere Welt funktioniert aber jetzt sehen wir mal was die Kraft des auserwählten gegen den Allwissenden hilft nach vielen Begegnungen nach vielen Geschehnissen stand er nun direkt bevor der Kampf gegen eines der für mich lange zeit mysteriösesten nun jedoch schlicht geistes krankesten Pokémon der jenige der Günther das frühe Rückkehr verhindert hatte und somit Auslöser für dieses ganze Abenteuer war wenn ich heute darüber nachdenke was ist wenn Darkrai gar nicht so Unrecht hat ich erinnerte mich daran dass Giratina mir erzählt hatte dass Darkrai um Weiten stärker sei als er selber auch wenn er seinen Namen nicht erwähnt hatte und jetzt zeig mir was du kannst aus Erwählter Darkrai kämpfte wie er redete nicht ob sich jegliche Taktik hinter seinem Kampfstil verbarg es schien als wieder einfach alles was er hatte irgendwo hin feuern ganz egal wohin doch dieser Kampfstil löste einen wahren und vor allem unberechenbaren Hagel angeschossen aus auf einmal legte sich der Sturm wie gut auserwählter ich bin aufgewärmt bereit für dein eigenes Game Over er statterte erneut seine Angriffe dieses Mal alles andere als planlos er verwendete Techniken die keine Pokémon Attacken sind mit der Zeit konnte ich sein musste durch schauen wenn er seine Hand in meine Richtung warf dann würde ich in wenigen Momenten mehreren Laserstrahlen ausweichen müssen manche 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 Dark Techniken schienen mir so unrealistisch dass ich wirklich wieder zweifelte ob er die Grenzen unserer Welt überschreiten konnte ich war inzwischen immer überzeugter wie er regelmäßig aus dem Boden schießen ließ nicht nur höchst tödlich waren sondern mich zu dem an Bisasam erinnerten gegen einen solch mächtigen Gegner hatte ich noch nie gekämpft und ich musste Dark Red tatsächlich zustimmen in meiner Verfassung in der ich damals im Seelenwald war hätte ich einen Kampf innerhalb von Sekunden verloren doch trotz seines Beschusses durch Laser und Munition aus reiner Finsternis von jeglichen Seiten schaffte ich es entgegen zu halten meinen Angriffen wir mit Teleportation und schnellen Sprüngen aus es wäre ich langsam wie ein Tourzog doch als er begann zu schwächeln sah ich meine Chance und entdeckte Dark Reis wahre Schwäche seine Verteidigung er brauchte nur diesen einen Treffer um verwundet auf den Boden zu sinken nein Kapitel 15 Die Schlachten um die dunkle Welt und gegen das Licht Ich hörte seine Worte. Er klang beinahe traurig und zum ersten Mal verspürte ich so etwas wie Mitgefühl. Doch ich wusste, auch wenn es Darkrai alles kosten würde, ich brauchte den Splitter, um die Welt zu retten. Dabei ist es nicht möglich, ohne Opfer zu bringen. Du weißt, dass ich den Splitter brauche, Darkrai. Es tut mir leid, aber ich werde den Kampf nicht aufgeben. Darkraths Verzweiflung verwandelte sich in so etwas wie Mitgefühl. Und dann tut es mir leid, aber du weißt, dass ich alles tun muss, um dich zu schlagen. Wir aus dem Nichts öffneten sich in der Mitte der Höhle zwei Löcher aus dem Nichts und es kamen Pokémon heraus, Ivelthal und Giratina. Bitte, Fleunk, versuch uns zu verstehen. Diese Welt hat zwar nicht mehr viele Pokémon, doch es sind nicht keine. Zudem leben hier die Schatten, ein friedvolles Leben. In dieser Welt gibt es keinen Gott, keine Monarchie, anders als in eurer Welt. Die Pokémon hier regeln alles über ihre Vertreter. Es ist eine friedliche Demokratie. Die Vertreter dieses Volkes sind wir Wächter. Und wir müssen tun, was für die Wesen dieser Welt das Beste ist. Die Anwesenheit der anderen beiden Wächter versetzte mich in große Unsicherheit. Doch ich versuchte es zu ignorieren. Warum würde es denn den Wesen dieser Welt schaden, wenn du mir den Splitter der dunklen Macht überlässt? Das ist überhaupt kein Zusammenhang. Überleg einmal, Fleunk. Die dunkle Welt ist eine Parallelwelt zu eurer Welt. Eine Parallelwelt in der Zukunft. Ein Ort mit verzerrtem Raum-Zeit-Kontinuum. Wenn ich dir den Splitter überlasse, wirst du gegen die dunkle Macht kämpfen. Auch wenn ich es für unmöglich halte. Ein Sieg deinerseits ist rein praktisch gesehen nicht komplett ausgeschlossen. Der Tod der dunklen Macht würde somit das Raum-Zeit-Gefüge verändern. Und mit Pech könnte diese Welt einfach verschwinden, da sie nie existiert hätte. Somit müssten alle Schatten wieder im Krieg mit dem Licht leben. Und sollte die dunkle Macht gewinnen, dann würde sie die Mächte der anderen dunklen Macht absorbieren. Und somit endgültig den Status eines allmächtigen Wesens einnehmen. Und sollte dies geschehen, wird das Spiel enden. So wie ich es dir bereits erklärt habe, Fleunk. Also bitte. Wir sind keine Freunde. Trotzdem frage ich dich im Namen der Freundschaft. Ich biete dir an, diesen Wald zu verlassen. Wir lassen dich ziehen und du könntest zwei der Splitter behalten. Nimmst du das Angebot an? Die Situation war sehr viel auf einmal. Ich verstand sie alle drei. Ich wusste, wenn ich die dunkle Macht besiegen würde, gäbe es eine Chance, dass diese Welt verschwindet. Doch es müssen Opfer gebracht werden. Ansonsten gehen alle Welten unter. Es tut mir leid, Darkrai, aber ich bleibe dabei. Ich brauche diesen Splitter. Darkrai sah mich an, als hätte er keineswegs mit dieser Antwort gerechnet. Du, du wagst es, mein Angebot abzulehnen. Narr! Ich dachte kurz, man könne mit dir reden. Aber du bist wie alle anderen. Giratina, die Welttal. Es wird Zeit, dass wir zeigen, weshalb wir die Wächter dieser Welt sind. Nun, nachdem ich gerade erst einen beinahe aussichtslosen Kampf gewonnen hatte, stand mir etwas noch viel schwereres bevor. Ich konnte die drei zwar einzeln besiegen, doch ich wusste nicht, wie ich es schaffen sollte, alle drei Wächter dieser Welt in einem einzigen Kampf niederzustrecken. Ich entschied mich, dass es nur eine Möglichkeit gab. Der Splitter der dunklen Macht schwebte immer noch oben an der Decke, wo Darkrai ihn hingeworfen hatte. Das Einzige, was ihn dort hielt, war Darkrais Macht. Würde ich es schaffen, ihn zu töten, würde sich die Barriere in Luft auflösen. Und ich müsste die anderen beiden Wächter nicht bekämpfen. Somit stand mein Plan fest. Doch Giratina und Ivelthal schienen zu wissen, was ich dachte. Zudem war Darkrai anscheinend ihr Anführer, weshalb sie alles daran setzten, ihn zu beschützen. Doch trotz allem sah der Kampf weniger aussichtslos aus, als ich erwartet hatte. Darkrai war von dem ersten Kampf offensichtlich noch sehr geschwächt, da er manche seiner Techniken nicht mehr nutzte, andere nur sehr selten. Die Giratina verlor durch das Schlachtfeld außerhalb der Zerrwelt einen großen Teil seiner Kraft und die Ivelthal konnte mir mit seiner Spezialtechnik, mit der er mich ins Volt befördern könnte, immer noch nichts anhaben. Doch schon nach kurzer Zeit zeigte sich ein Problem, das all diese Vorteile wieder zunichte machte. Darkrai beherrschte eine Attacke, die er eigentlich nicht beherrschen dürfte. Heilwoge. Mit dieser hielt er sich weit im Hintergrund, schickte einige Geschosse voraus und immer wenn es für einen der beiden anderen auch nur ansatzweise kritisch wurde, begann er sie zu heilen. Da Darkrai selber schon wahren Kugelhagel hervorrufen konnte, war an so etwas wie Ausweichen bei drei Feinden auf einmal nicht zu denken. Ich musste angreifen, doch diese Angriffe nützten dank Darkrai nichts. Der Kampf ging weiter und weiter. Ich kämpfte, wie ich es noch nie getan hatte. Doch meine Kräfte neigten sich dem Ende zu. Ich sah nur noch eine Chance, wie ich gewinnen könnte. Ich musste die Macht aus meinen Splittern der Finsternis absorbieren. Ich brauchte jede Kraft, die ich kriegen könnte. Tatsächlich schaffte ich es, mit Mühe die Macht der Splitter anzuzapfen. Ich spürte eine gewaltige finstere Macht durch meinen Körperström. Das Gefühl kam mir sehr bekannt vor. Es erinnerte mich an das Gefühl in der Zerrwelt. Die Welt vor meinen Augen färbte sich in schwarz-weiß und verlor sämtlich andere Farbe. Es musste sich auch etwas an meinem Aussehen getan haben, da mich zumindest zwei Wächter geschockt ansahen. Darkrai natürlich nicht. Ich versuchte, einen letzten, endgültigen Angriff zu starten. Ich rannte in die Mitte von Giratina und Ivelthal, die immer noch eine Mauer vor Darkrai bildeten. Ich entfesselte die gesamte Macht aus meinem Körper. Die beiden wurden zur Seite weggestoßen und im selben Moment griff ich mit all meiner Macht nach vorne an. Der Staub, der sich im ganzen Raum durch diesen einen Angriff angesammelt hatte, begann langsam zu verschwinden. Die Barriere, die mein Angriff auf Darkrai abgefangen hatte, war nun deutlich zu sehen. Die Wächter standen alle drei um mich herum, sie hatten mich umzingelt und ich hatte keine Kraft mehr. Ich war mir sicher, verloren zu haben, doch sie griffen mich nicht an. Sieh mal einer an, wer hätte denn das gedacht? Er sah zu Ivelthal und Giratina. Ich denke, die Situation ist eindeutig. Habe ich recht, ihr zwei? Ich sah auch zu den beiden. Sie schienen widersprechen zu wollen, doch sie trauten sich nicht, sich ihrem Anführer zu widersetzen. Du machst das ganze Spielchen hier ja noch um Welten interessanter, Floink. Du hast Glück, dass du deine wahre Macht und Identität jetzt gerade gezeigt hast. Ansonsten hätten wir dich jetzt vernichten müssen. Identität? Ich war verwirrt, sollte meine Antwort jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt bekommen. Du hast es geschafft, mich so neugierig zu machen, dass ich mir einen Kampf zwischen dir und der dunklen Macht unbedingt ansehen muss. Außerdem wissen wir ja gar nicht, ob unsere Welt wirklich Schaden durch deinen Sieg nehmen würde. Also gebe ich dir den letzten Splitter deiner ganz persönlichen dunklen Macht. Viel Spaß damit. Und sei dir sicher, wenn du die dunkle Macht bekämpfst, ich werde zusehen, wie sich unser großes Spiel fortsetzen wird. Geratina, Ivelthal, es wird Zeit von hier zu verschwinden. Die drei ließen mich einfach wortlos stehen. Der Splitter der dunklen Macht fiel von der Decke. Es war soweit. Ich absorbierte den Splitter. Es geschah nichts. Ich war zunächst verwundert, auch noch über Darkrails Aussage bezüglich meiner wahren Identität. Meinte er, dass ich ihm endgültig bewiesen hatte, dass ich wirklich der Auserwählte bin. Aber es war mir egal. Vor allem wusste ich nicht, wie viel ich Darkrai wirklich noch glauben sollte. Es war an der Zeit, sich auf den Weg zu machen. Ich würde meine Freunde erst einmal in dieser Welt zurücklassen. Ich würde Nick Schosmer und die dunkle Macht niederschlagen. Dadurch würde auch die Besessenheit meiner Freunde enden. Alles war angerichtet für das große Finale. Und so trat ich den Weg zurück zum Portal in meine Welt an. Ich befand mich noch etwa ein Kilometer entfernt von der Höhle, in welcher das Portal lag, als ich in der Nähe ein Geräusch hörte, danach eine leise Stimme. Das hat wir ihn jetzt einfach finden. Die letzten Tage hat doch schließlich auch nichts geklappt. Das Aufteilen war auch mal wieder eine selten dämliche Idee von Latias. Diese Stimme, der Kontext. Günther war hier. Anscheinend kam er alleine, da sie sich aufgeteilt hatten. Es wäre der perfekte Moment, um mir zu bestätigen, dass ich mit meiner Besessenheitstheorie richtig lag. Nur wenige Minuten später hatte ich ihn entdeckt, wie er durch die Büsche schlich. Er war alleine und somit entschied ich mich, mich zu zeigen. Flonk, warum bist du weggerannt? Was ist denn passiert? Er zeigte sich merkwürdig, froh mich zu sehen. Doch in meinem Kopf hörte ich wieder seine Stimme. Er darf diese Prüfung nicht bestreiten. Im Notfall wird es einfach ein Unfall. Und ich ließ ihn das auch spüren. Tu nicht so freundlich. Ich weiß genau, dass du mein Feind bist. Ich weiß alles. Günther schien schockiert von meiner Aussage. Ich war sicher gewissen, sie wussten, dass ich sie belauscht hatte. Doch anscheinend war dem nicht so. Eine Art Kuppel aus Licht entstand um uns herum. Günther begann zu leuchten. Ich spürte die Aura des reinen Elements in der Luft. Ich bin also dein Feind. Ich hatte gehofft, Latias hätte Unrecht mit ihrer Theorie gehabt. Aber ich fühle die Macht der Finsternis in dir. Dann bleibt mir wohl nur eins, Floreng. Es tut mir leid. Aber du hast dich auf die falsche Seite gestellt. Du bist keiner von uns mehr. Ich will auch keiner von euch sein. Und ich habe mich auf die einzig richtige Seite gestellt. Anders als ihr stehe ich zu meinem Wort. So begann trotz meiner Verletzung aus den vorherigen Kämpfen der Kampf gegen Günther, den Meister des reinen Elements. Nun war ich mir sicher, sie waren allesamt nicht besessen. Sie waren Verräter. Ich kannte Günther nun schon ewig. Ich wusste, wie er tickte, wie er dachte. Doch was mir bis zu diesem Moment nie aufgefallen war, ich hatte nie gesehen, wie er kämpfte. Ich hatte keine seiner Prüfungen gesehen. Bei der Schlacht gegen die Dunkle Macht waren ich und Bisasam nicht dort gewesen. Und in diesem Abenteuer hatte Günther noch keine Kämpfe hinter sich. Doch das bedeutete andererseits für ihn offensichtlich nicht, dass er eingerostet war. Zudem hatte ich zwar die Kraft einer dunklen Macht, doch bisher konnte das reine Element jede Schlacht gegen die Dunkelheit für sich entscheiden. Mit wachsender Kampfdauer begann ich mich zu fragen, wie es wohl ausgesehen hätte, wenn Günther gegen die Wächter der Splitter gekämpft hätte. Anders als mir merkte man ihm Kampferfahrung an. Er schien jeden Schachzug in Sekundenschnelle zu planen, um jeden winzigen Fehler meinerseits zu nutzen. Doch ich holte auch alles aus mir heraus. Ich wollte diesen Kampf gewinnen. Ich hatte es so weit gebracht, dass ich jetzt nicht mehr an einem Verräter scheitern durfte. Mein Grundgedanke war, dass ein einziger von ihnen ein leichter Gegner sein würde. Doch vor allem, da ich mich gerade mit Günther angelegt hatte, stellte sich dieser Gedanke als mehr als nur falsche raus. Es hätte eine lange, intensive Sache werden können. Doch ein Problem gab sich dabei. Ich war viel zu angeschlagen. Ich konnte nicht mehr wirklich die Macht der Splitter nutzen. Vermutlich hatte ich sie zu sehr geschwächt. In einem Kampf wie diesem hatte ich keine Chance, lang durchzuhalten. Das Einzige, was mir hätte helfen können, wäre ein Wunder gewesen. Doch in dieser Welt, in der wir leben, treten oft Wunder ein. Ob positiv oder negativ. In jeder noch so kniffligen Situation, hatte mich eines aus meiner misslichen Lage befreit. Dieses Mal war dies jedoch nicht der Fall. Ich ging zu Boden. Es fiel mir schwer noch zu atmen. Ich hatte meine gesamte Energie in diesen Kampf gesteckt. Und es war zu wenig gewesen. Ich versuchte mir einzureden, dass es an meinem Typen-Nachteil gelegen hatte. Doch hatte es dies wirklich? Oder hatte ich einfach versagt und konnte es mir nicht eingestehen? Günther setzte mir jedoch kein sofortiges Ende. Meine Augen konnte ich nicht mehr aufhalten, aber ich hörte, wie er sich näherte. Ich gebe dir eine letzte Chance, Floreng. Warum bist du weggerannt? Was soll das? Ich dachte, wir wären Freunde. Tust du nur so dumm oder bist du es wirklich? Ich weiß genau, dass ihr mich verraten habt. Aus meiner Überraschung gestand Günther immer noch nichts und dann stellte sich doofen. Wie kommst du auf diesen bescheuerten Gedanken? Wir haben dir nichts getan. Jetzt hör endlich auf damit, Günther. Ich hab alles gehört. Ich spürte, wie sich meine Kraft dem Ende zuneigte. Es war mein sicheres Ende. Doch eine Sache wollte ich Günther noch sagen, bevor die Welt in Finsternis verfallen sollte. Er darf diese Prüfung nie bestehen. Im Notfall wird es eben ein Unfall. Er wird es verstehen. Kommt dir all das nicht bekannt vor? Um mich herum wurde die Welt schwarz. Nur ein Wunder hätte mich retten können. Doch es kam keines, um mir im Kampf zu helfen. Doch in den engsten Situationen scheint ein Licht der Hoffnung. Egal wo, egal welche Situation genau es war. Und dieses Licht der Hoffnung sah ich in Form eines Lagerfeuers. Kapitel 16 Der Zwiespalt der Dunkelheit Dieses Lagerfeuer, welches mein Licht der Hoffnung darstellte, war das erste, das ich sah, als ich wieder aufwachte. Mein Kopf dröhnte, mir tat alles weh. Aber am wichtigsten war, ich lebte. Nach ein paar Minuten sah ich endlich, was in meiner Umgebung los war. Ich befand mich in einer Höhle. Es war die Höhle, in welcher sich das Portal zurück in unsere Welt befand. Meine Verletzungen waren notdürftig verarztet worden. Um das Lagerfeuer vor mir herum, saßen vier Pokémon. Günther, Hydropi, Latias und Latios. Als ich sie entdeckte, zuckte ich zusammen. Ich wusste nicht, was nun ihr Plan war. Weshalb hatten sie mich am Leben gelassen? Würden sie mir eine Chance geben, ebenfalls der dunklen Macht beizutreten? Latias bemerkte meine Wachen. Doch sie wirkte sehr zurückhaltend, anstatt arrogant, wie ich erwartet hatte. Floreng, du bist endlich wach. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Sorgen? Warum soll ich euch das glauben? Ich weiß genau, was hier los ist. Außerdem seid ihr doch selber schuld an meinem Zustand. Genauer gesagt, Günther. Wir wissen über alles Bescheid, Floreng. Zu meiner großen Überraschung begannen sie alle, mich über das, was wirklich geschehen war, zu informieren. Also, es ist so, ich... Ich weiß nicht, wie ich dir das so erklären kann, dass du es uns glaubst. Günther unterbrach sie und übernahm das Wort. Okay, Floreng, ob du uns jetzt glaubst oder nicht, liegt an dir. Wenn nicht, dann ist es dein gutes Recht und wir werden dich in Ruhe lassen. Aber so unglaubwürdig, wie es auch klingt, das Ganze war das wohl schicksalhafteste Missverständnis, das ich je erlebt habe. Missverständnis? Da kann man ja wohl nichts missverstehen. Ich hab doch alles genau gehört. Von wegen, ich dürfe die Prüfung nicht bestreiten. Und es müsse einfach ein Unfall werden. Genau das ist es. Also, Floreng, es war so. Ich bin ehrlich zu dir. Als wir auf dem Weg nach Schatzstadt in dieser Welt waren und Latios dich gefragt hat, ob es dir gut geht, hast du gesagt, dass es... Äh, hast du zwar ja gesagt, aber es gibt wenig leichteres, als dabei herauszuhören, dass du gelogen hast. Und das ist natürlich auch verständlich. Die vorherigen Tage waren zwar für uns alle schon schlimm genug, aber für dich mussten sie die wahre Hölle gewesen sein. Wir redeten, als du eingeschlafen warst, darüber, bis wir uns geeinigt hatten. Die Pokémon dieser Welt spielen nie nach den Regeln, also würden wir es auch nicht tun. In deinem Zustand waren dir solch schwere Prüfungen einfach nicht zuzumuten. Wir wollten sie an deiner Stelle bestreiten. Und deswegen sagte ich auch, du dürftest sie nie bestreiten. Ich war mir sicher, dass du es nicht schaffst. Als wir uns schließlich dabei waren, die Umsetzung zu planen, gab es viel Streit. Wir alle waren uns sicher, du würdest uns nie freiwillig alleine gehen lassen. Das mit dem Unfall war so gemeint, dass du vielleicht versehentlich in der Tohaido-Klippe eingesperrt werden würdest, genauso wie du es mit uns getan hattest. Und genau diese wenigen Sätze waren alles, was du gehört hattest. Als du anschließend geflohen warst, waren wir alle ziemlich panisch. Wir stellten verschiedene Theorien auf und schließlich begann ich den anderen meine Theorie einzureden, nach welcher du uns verraten hättest. Und dann noch unser kleines Streitgespräch vor dem Kampf. Als es erst stattfand, war Latias Theorie für mich so gut wie bestätigt. Erst kurz bevor du bewusstlos geworden bist, habe ich realisiert, was wirklich passiert ist. Ich hatte ihm die ganze Zeit aufmerksam zugehört. Alles, was er sagte, ergab völlig Sinn und würde perfekt zu meinen Freunden, wie ich sie kenne, passen. Ich wusste, er sagt so die Wahrheit. Und jetzt ist das alles rausgekommen. Wir wollten dir nur helfen und haben dein Leben noch schlimmer gemacht. Ich will gar nicht wissen, wie schrecklich es für dich war. Kannst du uns hier verzeihen, Floreng? Ich wusste nicht genau, was ich nun sagen sollte. Mir steckt ein Kloß im Hals. Du, ja alle. Es war einfach schrecklich. Ich dachte, ich müsste die gesamte Schlacht alleine zu Ende führen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich dachte, ich hätte endgültig alles verloren. Ich war entschlossen, LatEcke zu retten, doch. Wie ich danach weitermachen wollte, stand in den Stern. Ich wusste nicht, ob es sich überhaupt lohnte, weiterzumachen. Ich dachte, es wäre einfach das Beste. Ich will nicht daran denken, was alles hätte passieren können. Natürlich verzeih ich euch. Es ist nicht eure Schuld. Ich hätte einfach ein einziges Mal ehrlich sein müssen. Eure Hilfe akzeptieren. Also bestreiten wir diese letzte Schlacht wieder als Team. Die anderen antworteten überhaupt nicht, sondern starrten mich verwirrt an. Äh, wie Finale. Was ist mit den Prüfungen? Äh, ich dachte, ihr wüsstet, dass vor allem du, Günther, du hast die Dunkelheit doch sogar schon gespürt, als du gegen mich gekämpft hast. Ich habe die Prüfung schon bestanden. Wir haben eine eigene dunkle Macht. Meine Freunde schienen nicht recht zu wissen, was sie denken sollen. Warte, was? Du willst uns gerade erzählen, dass du innerhalb von gerade mal zwei Tagen alle Prüfungen bestanden hast? Ich dachte, du hättest die gesamte Zeit auf der Flucht verbracht. Nun ja, ich wusste ja, dass ihr mich sucht, auch wenn ich den Grund offensichtlich nicht kannte. Deswegen versuchte ich, meine Aufgabe so schnell wie möglich zu erfüllen, damit ich die dunkle Macht so schnell wie möglich besiegen kann. Das heißt, dieser Plan ist völlig fehlgeschlagen. Mach dir nix draus, Günther. Dafür haben wir jetzt alles, was wir brauchen. Und wer weiß, vielleicht hat mich das Ganze erst genug abgehärtet und mir dieses letzte nötige bisschen Entschlossenheit gegeben, die letzte Prüfung bestehen zu können. Theoretisch war nun also alles bereit. Es war in der Zeit für unser großes Finale. So zumindest meine Ansicht. Doch meine Freunde überzeugten mich, dass es schlauer war, noch zu warten, bis meine Verletzungen verheilt waren, was natürlich auch Sinn ergab. Somit verbrachten wir noch etwa eine Woche in der dunklen Welt. Länger dauerte es nicht, da Latias in den Resten des Waldes vor der Höhle Kräuter mit einer heilenden Wirkung gefunden hatte und es schaffte, Medizin daraus herzustellen. Ansonsten tat ich wenig anderes, als meinen Freunden zu berichten, was alles geschehen war. Ich erzählte von meiner Reise ins Void, vom kurzen Kampf gegen Ivelthal. Ich erzählte von Giratina, der mir erst etwas seltsam, aber sehr freundlich vorkam, sich dann jedoch als Gott der Zerrwelt herausstellte. Und von Darkrai, unserem altbekannten Feind mit einer geisteskranken Sicht auf diese Welt und einer unfassbaren Macht. Vor allem eben diese Erzählung über meine letzte Prüfung brachten die anderen ebenso ins Grübeln, wie sie es bei mir getan hatten. Als wir noch zwei Tage warten mussten und ich fast mit meiner Erzählung fertig war, berichtete ich ihnen auch noch einmal, was zuvor geschehen war in der Festung der dunklen Macht. Die Woche verging wie im Flug und ich merkte, dass ich meine Freundin wirklich nie verloren hatte. Und nun war es soweit. Wir standen alle zusammen bereit. Wir waren versammelt, vor dem Tor, zurück in unsere Welt. Uns trennte keine Stunde mehr von der Schlacht gegen den alten Verräter Nick Crossma. Das Finale sollte anbrechen. Das Portal für uns begann dunkellila zu glühen. Ich spürte die Präsenz der dunklen Macht. Sie löste sich von mir und schwebte langsam auf das Tor zu. Nichts konnte uns mehr stoppen. Das Portal begann erste Spuren eines Durchganges zu bilden. Als auf einmal ein Schatten durch unsere Reihen schoss. So schnell, dass man nicht sehen konnte, was es war. Die dunkle Macht zerbrach inmitten des Portals und zerbar es in feinen Staub. Das schenhafte Wesen gab sich zu erkennen, blieb jedoch schenhaft, wie es war. Wir haben uns lange nicht gesehen, närrische Wesen. Habt ihr allen Ernstes geglaubt, ihr könntet hier hinter meinem Rücken eine billige Kopie meines Selbst erschaffen und mich damit besiegen? Wie amüsant! Die wahre dunkle Macht im Besitz von Lord Eccasin stand wieder vor uns. Unsere letzte Hoffnung war pulverisiert und verteilte sich mit dem Wind in die Welt. Wir hatten versagt. Wir würden an Ort und Stelle gegen die dunkle Macht kämpfen müssen. Wir würden chancenlos sein und untergehen. Und ihr leistet mir besser keinen Widerstand. Ihr seid meine Gefangenen! Wir versuchten alle verzweifelt dagegen anzukämpfen. Doch es war unmöglich. Sie schickte einen nach dem anderen zu Boden. Nach wenigen Minuten standen nur noch ich und Latios. Latios sprach zu mir. Floink, hier ist wohl für uns Endstation. Ich hab noch genug Energie, dich in das Schatzstadt dieser Welt zu bringen. Finde irgendeinen Weg, die Welt zu retten. Ich bitte dich, Floink. Ich wollte ihm widersprechen. Er konnte es nicht tun. Ohne meine Freunde war ich hilflos. Zudem war unsere letzte Möglichkeit auf eine Rettung verloren. Doch bevor ich überhaupt etwas sagen konnte, stand ich bereits auf dem Dorfplatz. Alleine. Verlassen. Niedergeschmettert. Doch ich konnte nicht aufgeben. Meine Freunde hatte ich zwar verloren. Doch sie hatten mir eine finale Chance gegeben. Ich musste versuchen, sie zu nutzen. Denn ich wusste, es war meine letzte. Ich musste irgendwie an noch eine dunkle Macht kommen. Meine Motivation schwand wieder. Die einzige, die es neben unserem Feind gab, wurde zerstört. Ich hatte nicht einmal mehr die Kraft der Splitter. Doch ich konnte auch nicht hierbleiben. Ich trottete einfach los. In irgendeine Richtung. Ohne Ziel. Je weiter ich lief, desto mehr Orte sah ich. Und all das kam mir bekannt vor. Ich lief über eine riesige Einöde. Und als ich schließlich im Wald der verlorenen Seelen ankam, dämmerte es mir. Meine Vision. Jene, die ich hatte. Exakt bevor ich den Seelensplitter des Mutes bekam. Mein angeblicher Albtraum. In ihm war ich exakt diesen Weg abgelaufen. Es war ein und derselbe, Meter für Meter, hier in der dunklen Welt. Nur im Zentrum des Waldes traf ich niemanden. Kein Günther, keine meiner anderen Freunde und schon gar kein Lord Ecke. Doch trotzdem musste es etwas bedeuten. Ich musste das Geheimnis lösen. Vielleicht würde ich dann den Schlüssel zum Sieg finden. Mit diesem Gedanken konnte ich mich zumindest etwas aufmuntern. Ich machte mich auf den Weg zu einem großen Berg. Wie ich heute weiß, genau zum richtigen Ort. Dem Berg der Wahrheit. Mein damaliger Plan war gewesen, vom Gipfel dieses Berges das ganze Land zu überblicken. Somit würde ich vielleicht etwas erspähen, das mir weiterhelfen könne. Doch bereits am Fuß dieses Berges stand eines der seltsamen Schattenwesen vor mir. Es floh nicht wie alle anderen zuvor, sondern sprach. Unser Meister, ihr seid an diesen Ort zurückgekehrt. Ich verstand nicht, weshalb mich dieses Wesen als sein Meister ansah und warum es meinte, ich wäre schon einmal hier gewesen, obwohl beides nicht stimmte. Ich ignorierte es und schritt weiter heran. Nach etwa einem Kilometer traf ich auf das nächste Wesen. Wir haben lange auf eure Ankunft gewartet. Ich entschied mich, es zu ignorieren. So wie all die anderen auch. Doch es endete nach diesen zweiten Wesen nicht. Im Gegenteil. Ich traf bei meinem Aufstieg noch viele solcher Wesen, die verschiedensten Dinge sagten. Nein, wir haben euch erwartet, Meister. Wo wart ihr all die Zeit her? Sie erweisen uns erneut die Ehre. Es ist schon so viele Jahre her. Ich war immer mehr verunsichert. Jedes dieser Wesen seien mir ein Meister, ein Herrscher. Hatte ich noch etwas von der dunklen Macht, die ich gewonnen hatte, in mir? Aber nein, ich wusste, dies lag nicht an meiner Rolle als Auserwählter. Endgültig zu viel wurde es mir, als ich nahe dem Gipfel kein Schattenwesen mehr traf, sondern Iveltal. Warum habt ihr nichts von eurer Ankunft berichtet, Meister? Mir platzte sie langsam der Kragen, da niemand mir erklärte, was hier los war. Warum nennt ihr mich euren Meister, Iveltal? Antworte mir! Er antwortete jedoch nicht. Er antwortete, doch nicht auf meine Frage. Dies ist der Berg der Wahrheit. Du wirst die Wahrheit herausfinden, wenn du voranschreitest. Somit schritt ich weiter voran. Direkt am Eingang zum Gipfel wartete nun auch Giratina auf mich. Meister, hast du deine Bestimmung erkannt? Warum Meister, verdammt nochmal? Was ist los mit euch allen? Du weißt nichts von deiner Bestimmung, Meister. Tritt auf den Gipfel. Dort wird Darkrai dir die Wahrheit geben, nach der du so lange suchst. Die Wahrheit über deine Vergangenheit. Ich stockte als Giratina dies sagte. Die Wahrheit über meine Vergangenheit. Etwas, das ich mein ganzes Leben lang suchte. Nun endlich sollte ich sie finden. Hier in einer zerstörten Welt. Erzählt von einem geisteskranken Feind. Und diese Wahrheit war sie der Schlüssel, den ich suchte. Ich trat vor, um alles zu erfahren. Darkrai schwebte bereits über der Klippe. Er sah auf die Welt hinunter. Von ihr hoben konnte man alles überblicken. Die endlosen Weiten. Mehr eigentlich nicht, da es nicht mehr gab. Du hast dich also entschieden, hierher zu kommen, Floink. Na endlich, wenigstens einer, der mich nicht Meister nennt. Giratina sagte, du gibst mir weit über meine Vergangenheit, Darkrai. Wie? Sie ist dir noch nicht bewusst. Ich dachte, du hättest bereits eins und eins zusammengezählt. Du hättest so die Antworten bekommen, nach denen du strebst. Denk doch noch einmal über alles nach. Warum wir dich bei deiner Prüfung verschont haben. Von was deine Vision gehandelt hat. Warum dich alle Wesen hier ihren Meister nennen. Verstehst du es nicht, Floink? Du bist der Herrscher dieser Welt. Nun war ich völlig verwirrt. Erstens, was hatte mein Albtraum damit zu tun, außer dass er in dieser Welt stattfand? Und zweitens, das konnte nicht stimmen. Du lügst mich an. Ich weiß genau, dass die dunkle Macht der Herrscher dieser Welt ist. Ich habe nie etwas anderes behauptet, Floink. Oder sollte ich dich dunklen Rächer nennen? Deine Vision war eine Szene aus deiner Vergangenheit. Du hattest diese Welt erobert und wolltest dein neues Reich inspizieren. Hierbei bist du in einen Hinterhalt geraten. In diesem Hinterhalt haben die Parallelform deiner Freunde ein uraltes, fast vergessenes Ritual durchgeführt. Das sogenannte Ausgleichsritual. Für dieses müssen die Kraft des Lichts und der Dunkelheit gesammelt werden. Beide Instanzen lösen sich hierbei auf. Doch deine Freunde wussten nicht, dass sie die Macht der Finsternis auf ihrer Seite brauchten, um die dunkle Macht vernichten zu können. Bei ihrem Ritual wurde die dunkle Macht gespalten. Der abgespaltene Körper wurde durch einen Leck im Raum-Zeit-Kontinuum in eine andere Welt gebracht. Und dieser abgespaltene Körper der Finsternis ist niemand anderes als du selber, Floink. Ich konnte schwer atmen. Mir schossen viele Gedanken durch den Kopf. Eine Apokalypse. Tausende Tote. Dieser Samen. Eine gesamte Welt. All dies durch mich? Ich hatte all die Zeit solch einen Hass auf dieses Wesen gehabt. Für alles, was es getan hatte. Und nun sollte ich es selbst sein. Doch ich wusste. Darkrai sagte die Wahrheit. Mit diesem Bewusstsein kehrte meine Erinnerung zurück. An die dunkle Welt. An meine Armee. Doch trotz dieses Fehlschlages deiner Freunde ereignete sich ein Wunder. Anders als jeder erwartet hatte, wurde die andere Hälfte der dunklen Macht. Ein normales Pokémon. Sie fühlte wie ein normales Pokémon. Jeder hier hatte eure Welt bereits als verloren angesehen. Im Angesicht der Finsternis. Doch nun bist du hier. Geh tief in dich, Floink. Du kannst deine Kräfte selber freisetzen, wenn du dich erinnerst. Du benötigst keine Splitzer. Deine Aufgabe ist es, die Finsternis aufzuhalten. Und wegen deiner Wahrheit wollten wir zunächst nicht, dass du die dunkle Macht bekämpfst. Sie weiß, wer du bist. Und wenn sie dich tötet, dann wird sie ihre volle Macht zurückerhalten. Sie wird alles zerstören. Doch nun, mit deiner wahren Macht, hast du eine Chance gegen sie. Ich ging tief in mich. Ich sah Bilder vor mir. Von Krieg, Vernichtung, Glorie und der endgültigen Zerstörung. Und dann, die gesamte dunkle Macht durchströmte mich auf einmal. All die Kraft. Mit solch einer Macht konnte ich alles tun. Als ich meine Augen wieder öffnete, hatte Dacra eine Art Spiegel vor mir errichtet. Ich blühte vor Finsternis. Meine Augen leuchteten rot. Das gesamte Orange auf meiner Haut war zu einem dunklen Rot geworden. Und das, was du hier siehst, ist der dunkle Rächer. Die zweite Hälfte der dunklen Macht und der wahre Auserwählte aller Welten. Ich hätte es nie gedacht, doch ein einziges Mal in meinem Leben. Ich wünsche dir viel Glück, Floink. Ich glaube an deinen Sieg. Auf einmal stand ich wieder in der Höhle, in welcher ich gerade erst meine Freunde verloren hatte. Ich konnte das Portal nun passieren. Ich musste aufbrechen. Doch zuerst wollte ich kurz testen, was ich mit dieser Macht alles konnte. In meiner Form als dunkler Rächer kämpfte ich vor allem mithilfe der Gedankenkraft. Ich teleportierte mich, erzeugte Doppelgänger, schwebte. Ich konnte alles, was auch Darkrai konnte. Zwar atemberaubend, doch nun war es endgültig an der Zeit. Ich musste den finalen Kampf antreten gegen mich selber. Ich konnte immer noch nicht glauben, dass ich ein Teil der dunklen Macht war. Doch nun stand das Schicksal aller Welten auf dem Spiel. Ich durchschritt das Portal zu meiner finalen Prüfung. Kapitel 17 Ultranecrosmas Showdown Zu meinem Glück warf mich das Portal im Zentrum von Silberdorf wieder hinaus und nicht in den Tiefen des Sees. Ich wurde sofort von den wachenden Sorok bemerkt. Doch anders als vor unserer Reise in die dunkle Welt waren diese kein Problem mehr für mich. Ich musste erledigt ein paar Mal meine schwarze Aura nutzen und schon waren all meine Probleme beseitigt. Nun stand ich mitten davor. Letztes Mal an diesem Ort floh ich aus der Gefangenschaft meines Anderen selbst. Doch dieses Mal kam ich freiwillig hierher. Das riesige Tor vor mir öffnete sich und ich ging einen letzten Moment in mich. Alles, was ich erlebt hatte. Unsere Reise nach Schatzstadt. Meine Vision. Mein erstes Treffen mit Darkrai auf dieser Reise. Nexrosmas Verrat. Die Legende der dunklen Welt. Meine Zeit im Kerker. Mein neuer Freund und sein Verlust. Die dunkle Welt. Der scheinbare Verrat. Das Void. Iveltei. Die Zerrwelt. Geratina. Darkrai und seine Wahnvorstellungen. Der Kampf gegen alle drei Wächter. Günthers Schlacht. Die Wiedervereinigung. Die Zerstörung unserer dunklen Macht. Der Verlust all meiner Freunde. Und meine Wahrheit. All dies hatte ich innerhalb dieses Abenteuers erlebt. Ich hatte alles verloren. Meine Heimat. Meine Freunde. Selbst meine Identität. Dieses lange, aufregende Abenteuer würde hinter diesem Tor nun ein Ende finden. Für mich selbst mochte sich ein Kampf kaum noch lohnen. Ich hatte nichts mehr, um dafür zu kämpfen. Doch ich musste es tun. Für die 700, die noch überlebt hatten. So trat ich ein und begann meine letzte Prüfung. Das Schloss selbst war ein riesiges System aus Fluren, in jeder Ecke Sorak und die Kellergewölbe, in denen ich gefangen gewesen war. Ich sah viele Räume und lief in viele Sackgassen, bis ich irgendwann, nach fast einer Stunde, in einen großen Raum kam, der mich weiter nach vorne führte. Als ich den Raum betrat, schlossen sich alle Türen und Gitter senkten sich vor ihnen. Vor mir im Raum schwebte ein alter Bekannter. Mein Lieblingsverräter Nick Schossner. Du bist also gekommen, Floink. Ich hab gehört, was dir und deinen Freunden alles Schreckliches zugestoßen ist. Da könnte ich ja beinahe Mitleid bekommen. Aber dass du wirklich hier bist. Der Meister hat mich gewarnt. Er sagte, du seist eins der mächtigsten Wesen, das in diesem Universum existieren würden. Ich konnte es erst kaum glauben. Aber ich bin immer noch das zweitmächtigste Wesen dieses Universums. Nach meinem Meister versteht sich. In diesem Moment kamen all meine Erinnerungen zusammen. Ich überlegte zuerst, ihn zu warnen, ihm zu erzählen, wer ich war. Doch dann flieh mir alles wieder ein. Meine Freunde. Er war schuld an allem. Dieses Pokémon hatte mich alles gekostet. Im Auftrag von mir selber. Geh mal aus dem Weg. Ich will zur dunklen Macht. Hey, jetzt bleib mal ganz ruhig hier. Red nicht in solch einem Ton über deinen Gott. Sei geehrt. Er hat dich gelobt. Und ich werde dich hier nicht durchlassen. Der Meister gab mir den Auftrag, hier zu warten. Und dein kümmerliches Leben zu beenden. Ein für alle Mal. Es schossen wieder Strahlen auf ihn hinab. Einer aus Schatten, einer aus Licht. Der König des Zwielichtes in seiner finstersten Form stand mir persönlich im Weg. Doch dieses Mal, mit der Kraft des dunklen Rächers, hatte ich eine Chance gegen ihn. Und nun stirb. Kehre zurück zu deinem Bisasan. Die Schlacht begann. Ich hatte endlich die Gelegenheit, auf die ich so lange gewartet hatte. Ich würde Bisasan rächen können. Nikrosma baute direkt wieder seine Barriere um sich herum auf. Feige, wie ich erwartet hatte. Ich nutzte die Kraft, die mir gegeben war. Mit ihr konnte ich ebenfalls ein kleines Schutzschild errichten. Jedoch nicht ansatzweise so effektiv, wie der von Nikrosma. Ich ging mit einer Taktik vor, von welcher ich mir auf jeden Fall Chancen erhoffte. Ich wich sein Geschossen mit meiner Geschwindigkeit aus und nutzte Darkreistechnik, mit der er Dinge umherschleudern konnte. Egal ob Pokémon oder Sachen. Um da um Nikrosmas Geschosse eben auf sie, auf ihn zurückzuschleudern. Sein Schild alle tatsächlich schaden durch dieses. Doch Nikrosma erkannte sein Problem von selbst. Und griff mich nun mit Lichtstrahlen an. Ich konnte diese mit meinen Angriffen zwar neutralisieren, aber auch auskontern. Doch dies reichte natürlich nicht, um ihn zu verletzen. Denn sein Schild brach nicht mehr. Wir kämpften noch sehr lange an. Ich weiß nicht wie lange. Es schien ihn zu frustrieren, dass er mich nicht schlagen konnte. Vor allem so, wie er gerade noch angegeben hatte. Er wurde unaufmerksam und schoss wieder ein Geschoss auf mich. Ich konnte ihn gerade so ausweichen und stand nun vor der exakt selben Situation wie vorher schon einmal. Ich schickte das Geschoss zurück zu Nikrosma und sein Schild zersprang wie brüchiges Glas. Überall flogen Splitter herum. In dem Moment, in dem ich realisierte, dass sein Schild zerbrach, nutzte ich eine meiner mächtigsten Attacken. Ich verlangsamte vor meinem inneren Auge den Verlauf der Zeit. Ich sah vor mir alles in Zeitlupe ablaufen. Und in dem Moment, in dem die Splitter des Schildes nicht mehr zusammenhingen, schlug ich zu. Ich feuerte einen Ball zur Hälfte aus Feuer, zur Hälfte aus Schatten ab und Nikrosma blockte ihn mit seinen Armen. Anders als ich erwartet hatte, verwandelte er sich auf einmal wieder zurück in sein wahres Selbst. Stopp, Floink! Ich begab mich wieder auf den Boden, doch die Zeitlupe im Anschlag, um Überraschungsangriffen zu entgehen. Doch er entgriff nicht an, sondern redete. Du hast mir deine Stärke bewiesen, Floink. Du hast mir bewiesen, dass du eine Chance auf den Sieg gegen die dunkle Macht hast. Ich bin bereit, mich dir wieder anzuschließen. Ich war zuerst komplett von seinem Angebot verwirrt. Äh, warte! Du glaubst, ich würde dich noch akzeptieren? Du hast mir all meine Freunde... Er unterbrach mich. Falsch! Ich habe mir nur einen Freund genommen. Willst du mir jetzt weismachen, dass du am Ton meiner anderen Freunde unbeteiligt bist? Nein, du verstehst es nicht. Sie leben. Sie alle. Latias, Latias, Hydropi, Günther und diese Missgeburt. Ich habe ihre Hinrichtung verschieben lassen, weil ich mir bereits gedacht habe, dass ich vielleicht in diese Situation kommen könnte. Das Zorok ist im Kellergewölbe. Alle anderen... Er machte eine Handbewegung, ähnlich wie Darkreis immer getan hatte. Ein Teil der Wand fuhr hoch. Dahinter war eine Zelle. In ihr all meine Freunde. Floink, du bist hier? Ich wusste, du schaffst es. Ich kenne dich, Floink. Ich habe nie an dir gezweifelt. Sehe dir, es war eine gute Idee, ihn in der dunklen Welt zu lassen. Nick Chosma schwebte vor mir. Also, was sagst du? Mit nur einem Handgriff kann ich die Barriere lösen. Dann sind deine Freunde frei, wenn du mich wieder bei euch mitkämpfen lässt. Nun stand ich vor einer der schlimmsten Gewissensfragen meines Lebens. Komm, Floink. Schlag darauf ein. Er hielt mir seine Hand drin... hin. Ich wusste, wenn ich ihn tötete, würde seine Barriere ebenfalls verschwinden. Doch andererseits schien es noch etwas Gutes in ihm zu geben. Er hatte meine Freunde vor ihrem Tod bewahrt. Und eigentlich verdient doch jeder eine zweite Chance. Auf der anderen Seite war er es gewesen, der Bisasam umgebracht hatte. Ich hatte meinen besten Freund durch ihn verloren. Er hatte uns alle verraten und so viele Probleme bereitet. Ich ging langsam zu ihm, immer noch die Zeitlupe im Anschlag. Ich rechnete mit einer Falle. Doch als ich schließlich direkt vor ihm stand, ließ ich locker. Ich biete dir meine Hilfe an. Hand drauf. Ich entschied mich und gab ihm die Hand. Ein großer Fehler. Der ganze Boden war blutgetränkt. Der Hinterhalt hatte zugeschnappt. Nick Shosma kniete auf dem Boden und hielt sich seine große Wunde mitten in der Brust. Warum? Ich habe dir angeboten, dir zu helfen. Warum tust du mir das an, Frank? Ich sah auf ihn hinab. Es ist Schluss, Nick Shosma. Du kannst nicht so agieren. Du kannst nicht immer aufs Neue die Seite wechseln, nur um mit dem Leben davon zu kommen. Du hast mir so viel angetan. Ich bin mir sicher, du weißt nicht, wie sich das anfühlt, wenn man jemanden hat, mit dem man alles teilen kann. Du hast nie nachvollziehen können, was du mir damals im Seelenwald angetan hast. Ich habe auf diesem Abenteuer die schwersten Prüfungen bestritten, Kämpfe mit mir selber geführt. Doch all dies ist nichts gegen den Verlust von dieser Samen. Du könntest tun, was du wolltest. Ich will dir nie verzeihen. Du hast Unrecht. Ich weiß genau, wie das ist. Ich war zunächst sehr erstaunt, als er dies sagte. Wie du weißt. Erzähl mir etwas darüber, Nick Shosma. Ich werde nicht mehr lange leben und jetzt soll ich. Aber du hast es dir wohl verdient. Also gut. Es ist schon viele Jahrzehnte her, aber auch ich hatte einen Freund wie Duby Sazam. Sein Name war Darkrai. Äh, was? Darkrai? Wie kennst du ihn? Ich kenne ihn mehr als gut. Einmal sind wir ihm doch sogar alle zusammen begegnet. Damals bei der Höhle der Regenbogenkristalle. Hast du das schon vergessen? Und in diesem Abenteuer erneut mehrfach. Ich habe das Seelenstück des Mutes von ihm erhalten. Ihn als Prüfungen der dunklen Welt bekämpft. Und den Schlüssel zum Sieg über die dunkle Macht von ihm bekommen. Dieses Pokémon ist größenwahnsinnig. Ich weiß. Eines Tages in der Vergangenheit. Wir waren zu zweit unterwegs. Auf einmal ist wie aus dem Nichts eine Art finsteren Blitz in ihn eingeschlagen. Zuvor war er mein Freund. Aber dieses Etwas hat ihn verändert. Er ist zu einem irren Psychopathen geworden, der an die wirresten Dinge glaubt, dass ich ihn damals verloren habe. War der Grund, weshalb ich bin, wer ich bin. Ich habe all das nie bedacht. Es tut mir leid, Flonk. Ich hätte euch beistehen sollen. Doch jetzt... Ihr endet es für mich. Ihr schafft es. Ich... Ich glaube an euch. Er schien nun endgültig dahin zu scheiden. Doch es geschah noch etwas. Eine schemhafte Gestalt tauchte aus den Schatten auf. Darkrai. So endet es also, Necrozma. So endet es. Necrozma selbst schien seiner Anwesenheit nicht fasten zu können. Darkrai. Was machst du hier? Weshalb bist du gekommen? Ich hatte eigentlich erwartet, hier ein großes Finale sehen zu können. Aber du hast dich, Flonk, in den Weg gestellt. Ich... ...hab nur auf meinen Meister gehört. Du bist also wirklich erbärmlich genug, dieses Wesen deinen Meister zu nennen. Genau deswegen haben sich damals unsere Wege getrennt. Du hast nie verstanden, wie diese Welt funktioniert. Unser aller Entscheidungen bewirken nichts. Warum, Darkrai? Warum hast du dich damals so verändert? Bevor ich verschwinde. Sag mir, warum. War es der Blitz? War ich es? Nun gut, wenn du die Wahrheit wissen willst. Es war etwas von allem. Dieser Blitz hat mir die Augen geöffnet. Er hat mir die Wahrheit gezeigt. Er hat mir jedes Wesen gezeigt, so wie es ist. Hier endet deine Reise. Ich hoffe, du warst glücklich, noch einige Zeiten meinen Platz an der Seite der dunklen Macht einzunehmen. Aber eigentlich muss ich dir dafür danken. Ich benötige solche Wesen nicht, um stark zu sein. Mit diesen Worten verstand Darkrai ich. Was habe ich falsch gemacht? Mit diesen Worten verschwand Nick Cross mal ins Nichts, um nie wieder gesehen zu werden. Die Barriere vor der Zelle meiner Freunde verschwand und sie kam hinaus. Sie sahen, wie ich auf das Blut sah, welches am Boden klebte, und sagten erst einmal nichts. Du, du hast das Richtige getan, Floink. Ich weiß, ich habe es nie bezweifelt. Nick Cross mal hat sich alles selbst zuzuschreiben. Langsam begannen alle wieder zu reden. Aber Floink, äh, wie hast du das geschafft? Wo hast du diese Macht auf einmal her? Ich wollte gerade beginnen, zu erzählen, da schoss mir etwas durch den Kopf. Wenn sie nun die Wahrheit über mich herausfinden würden, würden sie mich überhaupt noch unterstützen? Würden sie mich da angreifen, da ich schließlich der Feind war? Würden sie mich meinem Schicksal überlassen und alleine gegen die dunkle Macht kämpfen lassen? Ich wusste, trotz meiner Macht, ich würde kaum eine Chance haben, solange ich alleine war. Ich entschied mich, ihnen fürs Erste nicht zu erzählen, was geschehen war. Aber sobald die Schlacht geschlagen war, würde ich sie einweihen. Dann wäre es sowieso nicht mehr relevant, ob sie meine Freunde bleiben würden oder nicht. Es ist, wie Nick Cross mal es gesagt hatte. Ich habe in der dunklen Welt auf dem Berg der Wahrheit den Schlüssel gefunden. Und zudem auch meine Vergangenheit. Du, du hast sie gefunden? Du weißt endlich wieder alles? Das ist genial, Floink! Was ist denn alles geschehen? Ich werde es euch erklären, sobald die dunkle Macht besiegt ist. Kommt, es ist soweit. Unsere letzte Schlacht steht an. Die Schlacht um alle Welten. Doch bevor wir das Tor in den Thronsaal durchschritten, hielt Latias mich noch einmal an. Floink, warte. Ich weiß zwar nicht, was genau noch passieren wird. Aber selbst wenn wir die folgende Schlacht verlieren, was ich nicht glaube. Du hast dich für alle Pokémon so oft aufgeopfert. Du hast alles gegeben. Selbst wenn wir scheitern sollten. Im Namen aller Pokémon dieser Welt will ich dir danken. Du bist ein Held. Das finale Kapitel. Der Zweikampf der Finsternis. Als wir den Saal betraten, blitzte es draußen. Ein riesiger Raum gab sich vor uns zu erkennen. Am Ende des langen Teppichs, auf dem Boden. Die dunkle Macht. Noch immer im Besitz von Lord Ekkis Körper. Ja, ihr habt es wirklich geschafft, eine Rettung zu finden. Ihr habt diesen Versager an die Cross mal beiseite geschafft. Und nun steht ihr hier und wollt mich herausfordern. Mich, euren Gott. Die Essenz blickte zu mir. Doch ich hätte es mir denken können. Ich hätte dich nicht laufen lassen sollen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis du das Geheimnis lüftest. Und wie gefällt es dir? Sei ruhig. Wir alle wissen, weshalb wir hier sind. Also lass uns nicht lang um den heißen Drei herumreden. Nun gut, wenn du es so willst. Blitze schossen vor uns nieder. Dann fangen wir an. Sehen wir mal, welche Macht die einzig Ware ist. Ich vereine beide Essenzen. Ich bin dazu bestimmt, diese Welt zu vernichten. Und euch lächerliche Pokémon. Mit ihr. Der Moment war gekommen. Der Beginn unseres großen Abenteuers, welcher durch Günthers Ankunft in Silberdorf markiert war, wurde, war nun genau ein Jahr her. Der passende Zeitpunkt, um alles zu beenden. Die Schlacht verlief ziemlich genau so, wie ich es erwartet hatte. Die meisten meiner Freunde, außer Günther, konnten nicht viel ausrichten. Aber die dunkle Macht interessierte sich auch nicht für sie. Sie hatte es anfangs vor allem auf Günther abgesehen. Er besaß das reine Element. Und ich hatte seine Kraft bereits zu spüren bekommen. Doch nun war es anders. Nun war ich stärker als all meine Freunde zusammen. Ich versuchte insbesondere, meine Vorteile, die ich hatte, klug auszuspielen, während Günther den größten offensiven Anteil übernahm. Die meiste Zeit des Kampfes war ich damit beschäftigt, die Angriffe der dunklen Macht zu leeren und abzuwehren. Durch meine Fähigkeiten als dunkler Rächer fand ich hierbei manches heraus. Anders als ich kann die dunkle Macht selbst sich nicht teleportieren. Selbst wenn es in Lord Eccas großer Schlacht damals laut seinen Erzählungen so aussah. Durch meinen Zeitlubenblick konnte ich erkennen, dass sie sich nicht teleportierte. Sie bewegte sich einfach nur in einer ungeheuren Geschwindigkeit. So dass kein normales Auge sie je entdecken könnte. Der Kampf verlief einige Zeit weiter, bis die dunkle Macht ihren Fokus erst einmal auf mich legte. Für mich machte es den Kampf deutlich schwerer, doch ich schaffte es, den meisten auszweichen und gab somit meinen Freunden jede Gelegenheit, die sie brauchten. In einem Kampf wie diesem zählte jeder verursachte Schaden. Und selbst wenn es nur die kleinsten Kratzer waren. Die dunkle Macht kämpfte aber nicht lange weiter, da sie auch bemerkte, dass diese Technik ihr noch weniger half. Da alles für sie vergebens war, schien sie zu zweifeln. Auf einmal geschah etwas Unerwartetes. Die dunkle Macht und das reine Element schossen aus Lord Eccas Körperherrn heraus. Er selber lag regenslos am Boden, während die beiden Instanzen sich vereinigten. Ihr habt euren Spaß gehabt. Der schwache Körper eines jämmerlichen Pokémon schadet mir einfach, selbst wenn es der Auserwählte der Wurzelwelt ist. Ich werde all dem Getue ein Ende setzen. Vor uns schwebte nun ein seltsames Wesen. Es war keine Kugel wie die dunkle Macht. Es sah aus wie eine seltsame Wolke. Eine grelllila leuchtende Wolke mit einer Art drückenden Ausstrahlung. Die dunkle Macht war von einem Wesen, das die Körper von Pokémon benötigt, um mächtig zu sein. Zu einem eigenständigen Dämon verwandelt. Mit diesen neuen Bedingungen ging der Kampf weiter. Doch nach der Verwandlung der dunklen Macht änderte sich der Kampfverlauf drastisch, so wie es bereits zu erwarten war. Der Dämon griff jeden Einzelnen von uns beinahe sekündlich an. Selbst ich schaffte es nicht mehr wirklich auszuweichen. Ich versuchte die dunkle Macht zu stoppen, so wie ich Giratina und Ivelthal im Kampf gegen die drei Wächter gestoppt hatte. Dieses Mal brauchte ich gar nicht so viel Kraft, um die Technik einzusetzen. Der Explosion lenkte zumindest mancher Angriff ab. Doch mein Angriff prallte gegen Stahl, rein metaphorisch gesehen. Dieses Wesen konnte nicht mehr verletzt werden. Alles standen gegen uns. Doch ich hatte noch Hoffnung. Mir kam eine Idee in den Sinn. Ich benutzte eine Technik, mit der ich die Zeit verlangsamen konnte, nicht nur von meinem inneren Auge, auf die dunkle Macht. Nun war sie zwar völlig unverwundbar, der größte Nachteil dieser Technik, doch es verschaffte uns eine kurze Pause, in der ich den anderen meinen Plan erklären konnte. Freunde, wir können diesen Kampf so nicht gewinnen. Aber es gibt noch eine Hoffnung, den Sieg davon zu tragen. Sagt euch das Ausgleichsritual etwas? Latias und Latios schien es sehr offensichtlich etwas zu sagen. Das Ausgleichsritual? Wie sollen wir das schaffen? Dieses Ritual hat noch nie im Verlauf der Geschichte funktioniert. Weil alle es falsch durchgeführt haben. Weil man benötigt die Kraft des Lichtes und der Dunkelheit bei der Beschwörung. Ansonsten scheitert man. Wir haben beides auf unserer Seite. Und wie funktioniert dieses Ritual? Alle Elemente dieser Welt müssen sich vereinen. Daraus entsteht eine Macht, die sowohl Licht als auch Dunkelheit neutralisiert. In unserem Fall reines Element und dunkle Macht. Meinst du mit den Elementen etwa Raum, Zeit und Traum? Wo sollen wir die denn auf einmal herbekommen? Jedes Pokémon trägt diese Elemente in sich. Doch bei allen sind sie unterschiedlich ausgeprägt. Pokémon, die immer im Hier und Jetzt leben, sind Pokémon des Raumes. So wie ihr, Latios, Latias. Pokémon der Zeit erkennt man daran, dass sie stark an in ihrer Vergangenheit hängen. Und wenig Bezug zu ihrer Gegenwart haben. So wie du und Hydropi und Pokémon des Traumes sind jene, welche immer mit dem Kopf in den Wolken leben. Sie sind sehr selten, doch es gibt sie. Und hier in unserem Team wärst das wohl du, Floink. Hiermit sprach er den einen Punkt, der alles zum Scheitern bringen konnte, an. Nein, ich und Günther sind für das Licht und die Dunkelheit bei dem Ritual benötigt. Das heißt, wir haben kein Pokémon des Traumes in unseren Reihen. Alles schien verloren zu sein, doch wir würden das finale Ritual nicht durchführen können. Wir benötigten noch ein weiteres Pokémon. Doch wie ich bereits mehrfach bemerken durfte, in dieser Welt geschehen Wunder. Sie haben mich schon oft gerettet. Und nun sollte eines von ihnen alle Welten retten. Wir verbanden die Elemente, trotz unseres fehlenden Teils. Meine Zeitlupe wirkte nur noch sehr bedingt und wir hatten keine Wahl mehr. Doch in dem Moment, in dem sich alles bündelte, bemerkte ich etwas neben mir. Dort stand ein Pokémon, das vorher nicht da war. Es sah sehr blass aus und war sogar beinahe durchsichtig. Es gab uns nötige Kraft. Es gab uns das Element des Traumes. Dieses Pokémon war das Pokémon, welches mir bei Latios' Beschreibung über dieses Element zuerst in den Sinn gekommen war. Bisasam. Die anderen hatten ihn auch bemerkt. Als die Elemente verbunden waren, sah er nur kurz in unsere Runde und lächelte mir zu. Dann verschwand er wieder ins Nichts. Bisasam? Doch, es war soweit. Alle Elemente waren an einem Punkt vereint. Die dunkle Macht bewegte sich wieder normal. Was soll das? Was tut ihr da? Das könnt ihr doch nicht! Doch es war zu spät für sie. Ein Strahl fuhr in sie hinein. Sie löste sich auf und verschwand zusammen mit dem reinen Element ins Nichts. Es war vorbei. Die dunkle Macht war vernichtet. Ein für allemal. Kurz standen wir alle einfach da, um wieder etwas zu Atem zu kommen. Doch schon nach kurzer Zeit ging Günther zum noch bewusstlosen Lord Ecke. Die anderen gingen ihm schnell nach. Nur ich stand noch am selben Fleck und ich hatte nur einen Gedanken im Kopf. Es ist geschafft. Mein Leiden sollte endlich ein Ende finden. Nach all dieser Zeit. Alle anderen standen bei Lord Ecke und ich sah ihnen von meinem Platz aus zu. Dabei musste ich einfach lächeln. Ich hatte helfen können, ihre aller Welten zu retten. Ich sah im dunklen Glas am Boden, dass sich meine Farbe von der des dunklen Rechers wieder zum normalen Fleung färbte, der ich sein würde. Nach wenigen Momenten sah ich wieder aus, wie noch vor meiner Reise zum Berg der Wahrheit. Nun war die Zeit angebrochen, in der die Wunden dieser Welt heilen konnten. Auch ich hatte einiges verloren. Heimat, Identität und meinen besten Freund. Doch irgendwann würden auch meine Wunden heilen. So dachte ich. Doch etwa 30 Sekunden, nachdem ich wieder normal wurde, durchzuckte mich ein plötzlicher Schmerz. Die Welt vor meinen Augen färbte sich rot. Ich fühlte mich, als würde ich mich auflösen. In diesem Moment realisierte ich, was geschah. Die dunkle Macht war vernichtet worden, ein für allemal. Licht und Dunkelheit verschwanden. Günthers reines Element war vermutlich auch gerade am Verschwinden, doch seine Seele war wieder stabil genug, um zu überleben. Und bei mir schwand die dunkle Macht. Und ich war die dunkle Macht. Unser Sieg hieß mein Verschwinden. Als ich all dies realisiert hatte, sah zum ersten Mal, seit sie zu Lord Ecke gegangen waren, jemand zu mir. Latias drehte sich in meine Richtung. Man sah mir ihrer Reaktion nach wohl an, dass mein Zustand sich verschlechterte. Floink, was passiert mit dir? Was ist los? Die anderen bemerkten nun auch, was mit mir geschah. Sie alle kamen zu mir für einen letzten Abschied. Ich erhalte meine gerechte Strafe für alles, was ich getan habe. Was? Warum Strafe? Du hast unsere Welt gerettet. Alle Welten. Ich merkte, dass nun der Zeitpunkt gekommen war. Sie hatten mir so lange geholfen. Sie hatten es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Außerdem würde es nun sowieso nichts mehr bewirken. Ich habe euch noch nicht die ganze Wahrheit erzählt. Über das, was ich auf dem Berg der Wahrheit herausgefunden habe. Auch damals, als ich den Splitter für Günthers Seele bekam. Als wenn es alle sicher waren, dass meine Vision nur ein Albtraum gewesen war. Es war kein Albtraum gewesen, sondern eine Szene aus meiner Vergangenheit. Damals in der dunklen Welt führten Parallelversionen von euch das Ausgleichsritual ebenfalls durch, um die dunkle Macht zu vernichten. Sie hatten jedoch nicht die Dunkelheit auf ihrer Seite und somit scheiterten sie. Anstatt die dunkle Macht zu vernichten, hatten sie sie in zwei geteilt. Die neu entstandene zweite Macht wurde durch ein Leck im Raum-Zeit-Kontinuum in eine andere Welt gebracht, um dort ohne Erinnerung an alles aufzuwachen. Dieser Tag war der, an dem ich Bisasam kennengelernt hatte. Kurz nachdem ich inmitten des Seelenwaldes aufgewacht war, ohne jegliche Erinnerung. Warte, willst du damit etwa sagen? Ja, Hidropi, ich bin nichts anderes als die dunkle Macht selbst. Genauer gesagt, ihre zweite Hälfte. Der sogenannte dunkle Rächer, der dazu bestimmt ist, sein anderes selbst zu bezwingen. Ich bin schuld an all den Opfern des Krieges. Ich bin schuld an all der Zerstörung. Ich bin sogar schuld an Bisasams. Alle schwiegen, während ich langsam vor mich hinschwand. Nach einer Weile jedoch begann Günther zu sprechen. Floink, du bist nicht schuld an dem, was geschehen ist. Du bist derjenige, der dafür gesorgt hat, dass noch irgendetwas existiert. Nein, das stimmt nicht. Er hat recht, Floink. Du hast das, was hier geschehen ist, nicht verdient. Du hast dieses gesamte Abenteuer durch nur gelitten. Du hast alles geopfert. Warum musst du jetzt gerade gehen? Floink, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber jetzt ist es wahrscheinlich ohnehin zu spät. Wir können leider nichts mehr für dich tun. Aber auch, wenn ich dich nur so kurz kannte. Ich bin froh, ein Pokémon wie dich kennengelernt zu haben. Irmanden wie dich werde ich nie wieder treffen. Ihr alle versucht doch nur, mich aufzumuntern. Ich konnte die Tränen inzwischen nicht mehr zurückhalten. Du hast recht, Floink. Das wollen wir. Doch deswegen ist es nicht gelogen. Du bist anders als dieses Wesen. Du bist etwas Besseres. Du bist ein besseres Pokémon, als einer von uns es je sein könnte. Ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Ich wusste, ich würde in wenigen Sekunden verschwinden. Ich will einfach nur bleiben. In dieser Welt, hier bei euch. Ich wollte doch von Anfang an nichts als ein normales Leben. Ich war nun dabei, ein für allemal zu verschwinden. Es war bereits alles schwarz, doch ich hörte Günther noch reden. Wir werden nie vergessen, was du für alle Pokémon getan hast, Floink. Du bist ein vager Held. Und hier endet meine Geschichte. Die Finsternis wurde gebannt. Die Welt ist wieder normal. Und ich? Vielleicht werde ich irgendwann einfach vergessen. Vielleicht werden sich die Pokémon noch in Äonen von Jahren an mich erinnern. So etwas kann nur die stärkste Kraft des gesamten Universums wissen. Das Schicksal. Das Schicksal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich wachte mitten einer großen Halle wieder auf. Das letzte, an was ich mich erinnerte, war, dass wir es nicht geschafft hatten, Günther mit Hilfe der Höhle der Regenbogenkristalle zurückzuholen und mich die dunkle Macht in meinem Frust aus dem Hintergrund überrumpeln konnte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vergangenheit gesehen hatten. Er hatte Parallelformen von uns allen, die ursprünglich in der dunklen Welt wohnten, getroffen. Die versuchten, ihn mit einem Ritual zu vernichten. Doch anstatt ihn zu töten, entstand Fleuink selber und kam in unsere Welt. Er erfuhr, dass er nichts anderes als die zweite Hälfte der dunklen Macht war, der dunkle Rächer. Und nun, mit seiner Erinnerung, konnte er diese Kraft erwecken. Er reiste in die Festung, um die dunkle Macht zum Finale herauszufordern. Doch zuvor stellte sich ihm Necrozma in den Weg, der nun nicht mehr derart übermächtig war, dass Fleuink keine Chance hatte. Nach einiger Zeit dachte Necrozma an seine rechtesstärkeren Politik und machte Fleuink ein Angebot mit uns und dem Soroak, die gefangen waren als Lockenmittel. Soroak aber... Necrozma erwartete nichts Böses. Doch er unterschätzte, dass er dem dunklen Rächer seinen besten Freund genommen hatte. Doch bevor auch Necrozma starb, erzählte er uns die Motive für sein Verhalten. Er war einst gut mit Darkrai befreundet gewesen. Doch ein finsterer Blitz machte Darkrai zu dem, was er nun ist. Wir selber wissen nicht, was genau er damit meint, also fragt bitte gar nicht nach. Darkrai selber erschien ebenfalls noch zu Necrozmas Ende, bevor unsere finale Schlacht anstand. Wir gingen alle zusammen in den Thronsaal, in dem du gerade aufgewacht bist. Dort hatte die dunkle Macht, die von ihrer zweiten Seite schon ewig wusste, bereits erwartet. Sie wusste, wenn sie Fleuink besiegen würde, könnte sie seine Macht aufnehmen und würde somit zur reinen Finsternis werden. Also kämpften wir darum, nicht nur diese Welt, sondern alle zu retten. Und dich mit ihr. Wir konnten tatsächlich sehr gut mithalten, natürlich vor allem durch Fleuink. Doch als die dunkle Macht das auch merkte, änderte sie ihre Taktik. Sie gab deinen Körper frei und vereinte sich als Essenz mit dem reinen Element. Wir konnten sie nicht mehr besiegen, doch Fleuink konnte sie verlangsamen. Und so erzählte er uns von unserer einzigen Siegeschance, einem seit langem vergessenen und noch nie gelungenen Ritual, dem Ausgleichsritual. Es war dasselbe Ritual wie das, das die dunkle Macht gespalten hatte. Die einzige Chance, das Ritual mit Erfolg durchführen zu können, war es, die Mächte der drei Elemente, also Raum, Zeit und Traum und Traum und der beiden Essenzen, also Licht und Finsternis, zu vereinen. Wir waren jedoch zu wenige. Genauer gesagt deckten wir zu wenige Elemente ab. Uns fehlte das Element des Traumes. Diese Grundelemente, Raum, Zeit und Traum, stecken nämlich auch in den Pokémon. Jeder hat etwas von allen, aber von einem immer mehr. Wir hatten Latias und Latios als Pokémon des Raumes, Hydropi als Pokémon der Zeit und Fleuink und mich für Licht und Dunkelheit. Aber als wir es trotzdem versuchten, erschien der Geist von dieser Samen in unseren Reihen. Dieser Samen war ein Pokémon des Traumes. Er half uns das Ritual zu vollenden und verschwand dann wieder. Die dunkle Macht und ihr reines Element verschwanden im Nichts und werden hoffentlich nie wieder gesehen werden. Wir hatten den Kampf gewonnen, aber es sollte nicht so ein positives Ende geben. Ich erwartete, dass Günther weiterredete, doch er wurde unterbrochen von einem beinahe durchsichtigen Pokémon, das in unserer Mitte erschien. Nein, das war falsch. Es waren zwei. Für alle starrten die beiden nur an, als sie begannen, den Rest der Geschichte zu erzählen. Die dunkle Macht war verschwunden und die Essenzen hatten sich durch das Ritual aufgelöst. Alle waren froh über den Sieg. Ich war es zwar auch, doch trotzdem wusste ich, es war noch nicht ganz vorbei. Als alle gucken gingen, wie es dir ging, leuchtete die Welt um mich herum rot auf. Die dunkle Macht war vernichtet und ich war nichts anderes als ein Teil von ihr. Die Zeit war auch für mich gekommen zu gehen. Ich habe es verdient. Alles in allem bin ich einmal der Schuldige für alles, was geschehen ist. Aber es ist nicht alles schlimm, dass während dieser Reise geschehen ist. Zwar mussten viele Pokémon diese Welt verlassen, doch auch wir, so auch wir. Doch letztendlich ist es das Wichtigste, dass es Überlebende gibt. Wir haben die Welt der Pokémon gerettet und auch wenn es schmerzt, von dieser Welt Abschied zu nehmen, sind wir beide nun auch wieder vereint, so wie wir es schon immer waren. Nun, wo diese Welt gerettet ist, gibt es keinen Grund mehr, ohne Körper und wahre Möglichkeiten hier zu verweilen. Wir werden nun gehen. Eines Tages, in hoffentlich sehr ferner Zukunft, werden wir uns wiedersehen. Bis dahin lebt wohl. Ich weiß, ihr werdet unsere Opfer nicht umsonst sein lassen. Nun sprach auch endlich wieder jemand aus unseren noch lebendigen Reihen. Günther trat zu den beiden. Floink, dieser Sam, bevor sich unsere Wege trennen, möchte ich mich ein letztes Mal bei euch bedanken. Wir haben euch beiden so viel zu verdanken, ob als Krieger oder als Freunde. Ihr seid die wahren Helden dieser Geschichte. Wir werden dafür sorgen, dass man sich an alles erinnert, was geschehen ist. Lebt wohl. Doch auch wenn Günther uns allen schon aus dem Herzen gesprochen hatte, wollte keiner die beiden gehen lassen, ohne sich selbst noch einmal bei ihm zu bedanken. Floink, dieser Sam, mein Bruder. Ich kenne euch beide schon so lange und ich weiß, es wird schwer und ungewohnt, ohne euch weiterzumachen. Aber ich werde nicht aufgeben und eines Tages werden wir alle wieder vereint sein. Nun, das meiste habe ich dir schon gesagt, als du uns in der Festung verlassen hast, Floink. Dieser Sam, dir kann ich leider nicht viel sagen. Dazu kannte ich dich viel zu kurz. Aber ich weiß, egal wie lange oder kurz. Ihr beide seid wahre Helden. Die Welt braucht Pokémon wie euch. Es ist jetzt also endgültig an der Zeit, sich noch einmal zu verabschieden. Ich bedauere, dass wir uns nicht gerade als Freunde kennenlernen konnten. Aber ich bin froh, dass sich unsere Wege nun als solche trennen und nicht als Feinde. Nun hatten sie alle etwas gesagt, außer mir. Doch ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich hatte dieses gesamte Abenteuer nur gerade eben in Kurzfassung mitbekommen und dabei noch nicht wirklich realisiert, dass die beiden nun für immer verschwanden. Aber ich wusste, ich musste und vor allem wollte, den beiden auch noch etwas sagen. Ich, also, ich habe von diesem Abenteuer leider nicht wirklich viel mitbekommen. Aber natürlich möchte ich euch trotzdem auch noch danken. Seit ich in Silberdorf angekommen bin, vor inzwischen bestimmt über vier Jahren, wenn nicht fünf, standet ihr mir immer zur Seite. Ihr habt mir wieder auf die Beine geholfen, selbst in der schwersten Zeit meines Lebens, als ich ein Diener der Finsternis und in Zweifel und Frustration gehüllt war. Und als ob es nicht genug damit wäre, dass ihr mich all die Zeit begleitet habt. Nun habt ihr alle Welten gerettet. Eigentlich bin ich schuld an der Zerstörung und eurem Tod. Nur weil ich einen Moment unaufmerksam war, habe ich all dies eingeleitet. Ich habe jetzt nicht mehr ansatzweise genug Zeit und genug Worte, um euch ausreichend zu danken. Wir alle werden euch vermissen. Es war nun also soweit. Floink und dieser Sam schwanden zusammen dahin, in Richtung der Sonne. Auch wenn es von außen nicht den Anschein hatte. Dieses Ende war eines der glücklichsten, die dieses Abenteuer hätte nehmen können. Endlich waren die beiden wieder vereint. Wir kamen nun auf den großen Platz in Silberdorf vor dem Eingang der Festung an. Doch das erste, was uns dort auffiel, war, etwas stimmte nicht. Der Himmel war nicht wieder blau und die Sonne schien. Alles war von roten Wolken bedeckt. Zudem regnete es. Doch dieser Regen war nicht normal. Er war blutrot. Ich dachte nach, was geschehen sein könnte. Da schien etwas mit Günther zu geschehen. Er fiel auf den Boden, wie als hätte jemand ihn geschubst. Sein Körper war voller Schlamm, aber er stand einfach nicht auf. Günther, ist alles in Ordnung? Anstatt einer normalen Antwort gab er seltsame Geräusche von sich. Mir fiel eine Sache ein, die mir über das Vergangene erzählt wurde. Und ich bekam eine Gänsehaut. Sag mal, sag mal Latios, was sagtest du? Wie wurde die Determination erschaffen? Äh, warum, Lord Ecke? Du siehst so blass aus. Ist alles okay. Bitte, Latios. Wie ist sie entstanden? Äh, okay. Die Determination hat sich aus Floings Emotionen gebildet. Kurz nachdem Nick Rossum ab dieser Samen umgebracht hatte. Dann, und... Mir stockte der Atem. Ich sah Günther zu, der langsam aufstand. In ihrem Abenteuer begingen meine Freunde den wohl größten Fehler aller Zeiten. Es gibt zwei Essenzen, die Licht und die Dunkelheit. Doch es gibt eine Schöpfung, die nur von den beiden zusammen kontrolliert werden kann. Eine Macht, die mit einer Handbewegung Welten zerbersten lassen kann. Eine Macht, die nicht auf Herrschaft aus ist, sondern auf seelenlose Vernichtung. Meine Freunde hatten ohne es zu wissen die Essenz des Hasses geschaffen. Die Determination. Und nun, wo Licht und Finsternis verbannt waren, konnte diese Macht, die nun zu Günthers Seele gehörte, ihre Kräfte entfalten. Ungebannt. Wir versuchten noch sie zu stoppen, doch es war zu spät. Während ich das hier schreibe, befinde ich mich versteckt. In einer Grotte. Einsam. Alle anderen sind tot. Und dieser Text wird nie meinen Besitz verlassen. Die Determination hat ihr Ziel erreicht. Floink, dieser Samen. Wir haben euch enttäuscht. Es tut mir leid, doch diese sind die letzten Zeilen vor dem Ende der Welt der Pokémon.